Ahhhhhhh Dein Ernst jetzt? Haut hat ich ob so, ich vergesse, was ich keine hat. Hier mal so gucken, ich... äh... vom PC kann ich so ignorieren und will schon ein gewissen Denken der Rendezvous Ich verrunde du, dann hörst du... Ach Scheiß, ja stimmt ja schon, haut Kine Mit ihr jetzt ist ein Abmaßern Ohhhh, kann ja mal was passieren, ne? Hallo? Ich brauche Hilfe Nein, du gehst halt Holz sammeln Wie kann man heute Löffel mit den Denken bauen, so schnell? Ähm... Ne, du kannst das doch auch, ne? Du ist, ähm, du musst gucken an dener Bank, ob es der irgendein ist mit Handwerkmeister Dreckmeister Tolland Oh, ich hab's schon Die Pingu Wie so schön ich gesäunt Was ist mein Sound? Ich kann dann sehen, dass sie alle Stangen aufbauen, verarscht ihr Mösch! Die bauen zu drei Stangen auf! Wie warte, Mösch geht es so unter dem Spiel? Ton? Ton ist aktiv. Neen, Welt, kann doch nicht zählen. Wieso ein Stück ist? Das verstehe ich schon nicht. Du hast keine Kinder und die scheiß Schoffe geht, da kann ich nicht sehen. Ah, so, Loma, so und wie sieht's? Ich bin halt schon mein E-Stoff von Anubis. Aber ich kann es noch nicht machen, weil ich den Kuchen muss. Ja. Ich meine, die Zähne funktioniert nicht ohne Scheiß. Äh, ich weiß vielleicht, wie weit du hin erkennst. Götte, wie viel Dünat zu laufen? Ja, das ist offen. Ich steine mal ein bisschen mehr an. Ich stehe. Ich weiß nicht, du komm mal nicht mehr raus. Warte, ich nicht verstehe. Warte, da kann sie auch heute das ganze Material einfach um den Boden. mit dem... Und auch ein Küche oder wie sie war, ich brauche noch ein... Gibt es Glück! Hast du schöne Mainden? Ja... Echte Mainden im Konger ist immer Butter. Schade so viel Arbeit. Mein Gott, du hast gemeint, Wald geht in, aber nicht nur Schafe kommen irgendwo. Stimmt, du Verbes. Und plötzlich habe ich mein Kado heute gerade von der Arbeit, für mein Geburtstag. Ja. Aber ich habe gerade die Massagegeräte, die brrrr. Ja. Die, die... Ja, die ist... Andere Sachen als andere Sache benutzt. Ich habe ihn jetzt so strecken, dann hätte er nur raus. Wieso denn er hat? Ich habe keine Ahnung. Ähm... Wieso ich freze, meine Schwede. Äh... Äh... Ich habe keine Beuern zu fangen, brauche ich mal Polbel. Und für Polbel brauche ich Eisen. Also gehen wir mal Eisen fahren. Ja. 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 Scheiße. Ja. 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 Ich muss die Tare neu bauen. Ja. Ich muss die Tare neu bauen. Ich bin zu weit raus gegangen. Ich weiß. Okay. Dann nachher mal sofort. Na sie ist ein Strom. Hier kam sie am Funkstuhl aus. Und Dagger nicht benutzen, da tun wir schnell die Beine halt. Da muss ich auch meine aufhören. Hier war so eine Reihe, die ich schon kriege lässt. Wollte, ist auch kräglich. Wollte. 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 Und ich meine das gegen das System fecken und am Funk fecken das System Ich kann die Acker heute nicht nutzen, da ist ein Problem Das muss ich halt bei mir, wenn ich auch Acker, wo ich nicht nutzen kann Ja Kimi, bei mir ist es schon immer drüber krass Alter, mein Haus flieht da ja einfach nicht mehr Ich mache mal eine kleine Mauerbrinne Stell dir mal kurz vor, wie höchst du in die Bauer kommt Ein Haus? Ja Hast du schon Polite, die wir sieben stückisch gebaut? Mein Arbeitskollege wird, ähm, dreistöckisch gebaut So wie zweistöckisch wie sind Pols Soll ich hier mal ab, bei mir sind Pols, du hast ne ich mal zweistöckisch Können wir vor, sie waren so ein Häuschen holen Ich bin jetzt halt hier am Konzentrationslager Okay, das ist nicht so gut, da kann ich bald alles nutzen Ein Haus brauche ich doch nicht Nee, das ist schon mein Haus, sie brauchen kein Ist schon hier noch ein süßes Gebäude, wenn du andere guckst, was sie bauen Aber es meint wirklich noch süß Nee, ich gucke nicht die Agent 2 an, mich das zu bauen Ich glaube, ich baue nicht hier gerade um Ich stehe wirklich gegen das System, ich habe hier hochgeholt, oder? Das System hat mich nicht hochgeholt Das ist okay, den Akte, Mann, stimmt Ich habe hier echt was dran Nee, halt zum Beispiel Weil er mir klar war, sie wieder siehst dem Sie könnten das mich groß machen, weil mir musste wirklich so viel an einem Base raubhaken Sie könnten das mich groß machen Also an Mengen an Hau, Tunnel, Schmort, 2 Liter Apel, Schügel Du wärst so auf Toilette müssen, Mann Ich so eine Redaktion Wüsste ich schon die CD, als wir streamen aus Punkt Nalu, Bappen Sie waren immer gar nicht Ich bleibe dann allein Obla Pass auf mich Ich habe schon genug Vorpflichtungen momentan Scheiß Viel zu viel Äußern gesammelt, du Hier schreift Bappo, der Lücke, mein Schatz Bappo Hast du gesehen, dein Schatz? Bappo Ach Paul, du schüsst nicht, dass er bei mir dran ist Da auch, ist er dran Ähm Warte, nicht 200 Äh Ich kann aber noch viel mehr benutzen, obwohl ich so ein Roboterin habe. Ist ja gleich Stufe 36, da kann ich Sturmgewehr bauen. Uff. Mir guckt da schon ein Farmingplatz für Eisen, weil du brauchst so viel Eisen, Hanno. Ja oder wenigstens, ich muss halt komplett inbauen. Ich muss mich, ich muss verklangern. All die Arbeit, die ich mal gestern gemacht habe. Ich habe mega Mangel an Eisen. Wolle mal mein Eisen in der Uhr, wenn es richtig funktioniert und ich habe keine Probleme. Da sind wir rein, das ist immer Obdalin. Schatz war mega Schoss, dass die 2 Pols nächste Preis, der das wird in Drache und die Lagen Schlangen für Anubis zu machen. Ja. Dass das junge Mädchen war. Ja, du musst das tun, hat uns auch gelesen. Wir wollten Anubis, kannst du mal Purports machen. Ähm. Ich suche nur 4 Bauern. Na ja, so eine Reihe. Auch was die Chance für es geht, hat die nur Filsche sichern, den hast richtig Geld für Feuer. Warte schon. Boah. Oh. Herr Bus ja. Herr Bus doch mei Freund. Ei, hörsch,arest words. Guck wie sehr du sie aber in den Wersch roommates. Er ist krass. Okay, ich wähl deinen Stream ab. Das kidding so, ich wähl mich über die Massen ab. Zu denen die Bappel jetzt hier mal her, Paul, boh. Gestern, wo ich mein Paul-Bank bis sie gewutzt bin, hab ich mir aufgefallen, dass ihnen Paul gezielt wird, den ich bis, wo ich die erste Kehr gefangen hat. Was sei denn, wusstest du, das wäre nicht gegangen? Genau, ich und in zwei Mal. Hm. Was ist denn, hab ich mir geschafft gekommen? Und ich war so voller meine Mälen dran, gell? Wiemal krieg ich so eine Mäle von meinem Arbeitskollege. Und nicht durch, das ist nicht wichtig, mal den Zehn weiter. Du könnt hier so bei mich. Und ich so, ja. Und ich so, ja guck, was ich da geschickt habe. Schick dir auch mal eine Mappe von Paul-Wald. Für mich so froh, wo mein Biss wäre. Das ist so ein Hannes, Mann, ich hoffe. Und du mein, ja, wie Paul, wo und Heuer, was wir machen sollen. Sie spielen nämlich zu zwei auf einem Server. Und du willst uns ein Meer, ein großes Base. Gut, das hat man auch könnte noch machen. Ja. Was man gewusst hatte, Babel. Was man gewusst hatte. gut ich meine ich muss auch etwas im bau bei meinem haus aber ich habe Bock weil ich ein ganzes lager am haus mir ist die tageschneide komplett über den gebäude der fehler so ein mauer hier bauen und ich meine ich mache nicht dann ausset gemacht nervt mich ein bisschen aber so muss man machen naja so ein dinge schiefer bauern jetzt habe ich schon alle guten main hat mein maschinen an dem haus montiert aber du hast nur einen aufstand ein mauer aufstand zum plafon gut da tisch all die groß pols kommen gewinnen dort drinnen die groß pols wie kommen die du ihn schrauben auf scheißegal dann hat sie von viel aber aus dem haus und saß von der falsche weg baut das gefällt mon simulat finale probleme so machen das ist ein probleme also ok ja sie mal darin erst waren akte mit spotter ungewollt logo von baust du gemacht ich muss das pokémon extra die drei singen aus schlurren an der kollege denn aus mega pokémon von nato steht so doch der teil wäre wenn man ein nummer mich ihre keile du denkst du hast so lange ich bin mir so weit mich so gut zu nicht wie das heute spielen aber weitem ich weiß nur wie dem babo geht also für mich verstehe ich den ganzen hate gewinnt weil ich werde auch noch immer weiterhin pokémon gerne spielen aber schon in dem prinzip vom spiel richtig geil weil es ganz anders dass wir pokémon und sich jetzt ist etwas ähnlich aus den pols ja auch noch leicht und das schwierig für nintendo überhaupt zu klären weil ob den pols also als besser gesagt pokémon und sich die einzig pokémon die lizenziert kämpfen von nintendo fachen gloomanta bis zum schicke und pikachu auch gut denn die anna pokémon sind nicht lizenziert das heißt du kannst die renktheoretisch in zu wenig kopieren natürlich fahrt mich nicht handelhof als kind direkten konfrontation können sichern weil pocket per sich schon nicht zu nutze gemacht und an sich nehmen ob die basiert wurden kein lizenz hat dann probiert nintendo einfach dass er trufschädig entwert dass du motwaffe geschoss geht und das hat die geniefer hier im spiel fahrt kann auch freundlich aus mit ideal werden schon bieten sie werden sie zu werden augen lizenziert nein nein sie sind nicht alle lizenziert das ist nicht das sind alle mensch es sind jetzt so ein pokémon dran für der zu wissen das ist aber dumm wenn sie nicht lizenziert werden problem ist du musst dir vorstellen sind über 800 pokémon die als lizenziert und das kostet und du fühlen sie sich nicht mehr auf ihr main charakter nicht mehr auf die püren das war die glüge und bis zum und tut bis zum und schicke sind halt die wo eben die ganz die ganze franchise ausmachen und neben der pico schnitt sie kennt die lodo hin und uns wirklich alle gute lizenzieren aber das kostet gut da muss sie sich vorstellen als schluss und erst diskutieren du kannst gern am bappel diskutieren der bappel ersten schatten schluss Was steht da? Was steht da? Natürlich muss ich zuhören, das muss Lizenzieren-Mänglich allgemein den Copyright in sich. Bei Copyright-Vierschriften kann ich ganz gerne nur lesen bei Copyright selber, wenn Sachen bei ihnen lizenziert sind, oder besser geschrieben, Copyright-Schutz tun, und du kannst ihn ganz klar lesen bei der Pokémon-Kompagnie, ich hoffe, nicht mehr die vier Pokémon registriert. Das kann allem nicht nur lesen. Gut. Ciao, Fabio. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Wir müssen nicht nachdenken. Musch-musch. Musch-musch. Da sind viele Stangen bei mir. Ich habe herausgefunden, wen das Mädchen im Englischen ist, Papu. Welche Mädchen? Hummer-Salle. Mhh. Das nicht hat. Okay. Ich denke, das ist ein Arzt-Kollegin von ihm. Das ist nie gut, sich in irgendwo der Arzt zu finden. Ich bin aber bald sicher, weil... Er hat heute so einen Post gemacht, wo er den drei Markei hat und so... ... und Basti... ... und er hat heute den Reposer geschrieben, oh du Cutie. Meinst du? Okay, ja. Da werden sie schon mal so klein... ... ähm... ... Buckelchen drauf. ... 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 wahrscheinlich nicht kommen Jana, weil er hat fast kein Internet. Ich habe noch nicht viel gehört von ihm heute. Muss ein größeres Obo nehmen. In Amerika. Ja gut, hat er sich keine Preplay-Karte in Amerika genommen oder? Keine Ahnung. Er kommt ja morgen wieder. Okay, ja, da braucht man nicht. Er war nur drei Wochen da. Morgen kommt er wieder. Und dann am Samstag ist wahrscheinlich It Takes Two Jana. Das wird sich dann freuen. Warum schreibst du Ups? Warum schreiben sie Ups, junge Dame? Ich mache jetzt mal einen kleinen Cheat hier. Um nicht die ganze Zeit zu drücken. Yeah, you should know. Everywhere. Come. Always on my mind. Ja, es ist ein bisschen... Ich habe echt nicht viel von ihm gehört heute. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, als ich bis 15 Uhr so nichts gehört habe. Ich dachte, wieso, was ist so mit ihm passiert, weißt du? Das schreibt er mir um diese Zeit. Da hat er mir so geschrieben. Entschuldigung, mein Internet. Habt ihr diese Red Bull mal gesehen? Die Kokosnuss, wie die aussieht? Das sieht so ekelhaft aus. Aber guckt euch diesen Cheat an, ne? Aber Jana, ich weiß nicht, ähm, ob du mittags wach bist. So eine schöne, äh, es sieht voll eklig aus. So was will man nicht trinken, Soße. Es gibt Farben, die will man nicht trinken. Blau gehört dazu. Wo ist der jetzt hin? Der spawnt immer irgendwie weg. Ich will eine Waffenbank mal. Eins von 15. Wo ist dieser blöde Fuchs? Was machst du? Was machst du? Was machst du? Hast du echt meine Barney da gebrannt? Du dummes Tier. Verarschst du mich? Sag mal, backt das Spiel komplett heute? Oh nein. Jetzt habe ich alles aufgenommen. Ich bin Plumpel. Ich bin Plumpel. Ich bin Plumpel. Aber wo erzeugt der denn da Feuer? Der verarscht mich doch. Ist der betrunken oder so? Kannst du meine...kommst du jetzt hier rein? Kannst du meinen Kitty Bullen aufbringen? Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Paki! Paki sagt euch Hallo! Wenn ihr ihn seht! Kamera ist rechts! Man sieht nur deinen Busen! Man sieht nur deinen Busen! Du bist zu dunkel! Du bist zu dunkel! Du bist zu dunkel! Man sieht ihn nicht oder seht ihr ihn? Ein bisschen, ne? Oh, dieser geht mir so auf die Nerven! Jetzt ist er bestimmt wieder hochgelaufen, ne? Und ja, das Essen! Das ist in Ordnung! Fehlt mir immer noch voll viel! Rudi! Rudi, hier! Hier. Hier! Entschuldigung, mein Schatz. Hier ist der Mushroom. Hä? Ah, okay. Mein Mikro. Wo ist es? Ah, pardon. Ich schätze, das ganze Zeitmutter. Keine Reaktion. Ich habe nichts gehört. Entschuldigung. Ich will, dass der hier aufhört. Danke, Kevin. Wieso? Hör auf! Du sollst das Erz kaputt machen. Ich will, dass der hier aufhört. Ja, danke für gar nichts. Wie, was ist denn los? Okay. Komm, ich zeig dir Paki's süßes Gesicht, dann geht's dir besser. Guck, äh. Okay, Kevin schon schlafen. Ah. Erst rauchen. Mach den Leuten Freude, Paki. Zeig ihnen dein wunderhübsches Gesicht. Hm? So, hallo. Hallo. Gar kein Bock auf mich, der Hund. Ich habe mich vorhin so krass auf ihn gestürzt. Meine Fresse. Der war so angepisst von mir. Da muss ich an das eine TikTok denken. Was für ein TikTok? Wo die eine ihre zwei Hunde so anschaut und sie ist am kochen. Und dann sagt sie. Ja, wieso seid ihr nicht so nützlich wie meine Pals? Die würden für mich kochen. Hallo. Fude denn mal. Tochen Tag. .: K 이거는. Auf. Aber Noel. Die Pols können ja auch einfach auf dem Boden schlafen, anstatt hier so eine Zähne zu machen. Meine schlafen alle auf dem Boden. Wo hat der andere denn jetzt Honig herbekommen? Honig kriegst du von der Biene. Ja, nee, der eine hat hier plötzlich Honig angeschleppt. Dann hat der jetzt die Biene angezapft. Ich habe meine beste Freundin, sie war heute einkaufen mit ihrem Freund. Und dann schickt sie mir so ein Foto von einem Paw Patrol Pullover. Aber leider war es eine Kindergröße. Bebo, ich hätte mir den so hardcore gekauft. Ich hätte die Kisten nicht kaputt machen dürfen. Was ist denn so schwer? Ich habe irgendwas gemacht. Willst du mal eine Bude sehen? Guck, da ist eine Bar. Was? Ja. Mach deine Arbeit! Hier wird nicht geschlafen. Eine Mülligkeit vorschätzen, ja. Sag's ihm, Bebo, was passiert, wenn er Mülligkeit vorschäst. Entsafte. Ich habe heute über dich geredet auf der Arbeit und ich meinte so, bei dir wird alles entsaftet. Nur so hat man Disziplin. Die Leute haben gelacht. Ich meinte, bei Bebo wird alles und jeder entsaftet. Warum steht mein Hund jetzt hinter mir? Ich gehe da mal arbeiten, Süßer. Viel Spaß, lass dich nicht stressen. Naja, schreib mir einfach. Paki! 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 Jana geht auch nur arbeiten, weil sie glaubt, sie würde entsaftet werden von ihrem Chef. Jana muss arbeiten. So wird sie entsaftet. Jana, wirst du sonst entsaftet? Bis morgen. Tschüss. Heute Morgen auch, habe ich sie sofort genervt. Ich glaube, sie war knapps wach. Da habe ich sie schon genervt. Wieso machst du auch sowas? Auf Wiedersehen, Paki. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Der Flughafen ist dahin. Immer geradeaus, demnächst ja noch. Ja, ja, geradeaus. Tschüss. Tschüss. Er geht auch noch weg. Aloha. Ja, moin. Ja, moin. Wie geht's denn? Oh, mir geht's richtig gut. Ich habe heute einen neuen Bildschirm gekauft. Jetzt habe ich zwei. Auf der einen Seite habe ich jetzt meinen Discord. Auf der anderen Seite ist mein Riesenbruder ein neuer Bildschirm. Geil. Das läuft richtig so. Und eine neue SSD-Card ist auch drin. Hier zu sehen. Zeich mal. Zeich. Alle sind in den Chat. Zeichen die mal. Ups, bei PC reingeknallt. Voll cool, Mann. Hihi. Alter, warum lädt mein PC jetzt so lange an? In welchen Chat bist du? Ah, hübsch, hübsch. Ja, ne? In den Tischtock. Hübsch, hübsch. Weißt du, das ist ein 27-Zoll-Bildschirm, ne? Mhm. Ratte mal, wie viel hat der gekostet? Wie viel hat der denn gekostet? Ja, schätz mal. 300 Euro? Keine Ahnung. Tatsache, hätte der eigentlich 239 gekostet. Er war beim Angebot für 164. Uff, dann hätte ich ihn auch gekauft. In welchen Chat hast du ihn übernimmt. Ja, bei Mediamarkt war der tatsächlich. Und? Er sieht richtig gut aus und ich zocke nicht mehr auf 60 Hertz. Ich zocke jetzt auf 165 Hertz. Doof, wie viel bist du in unserer Welt? Endlich bin ich in eurer Welt angekommen. Leck mich am Arsch. Ja. Und? Kommt eine andere Welt. Richtig. Was fängst du an zu streamen? Das sind aber mit Displayporten geschlossen, oder? Ihr Mikro, glaube ich, hat sich wieder verabschiedet. Tschüss, Moni. Halt schon! Wie geht's dir? So, ich glaube, jetzt haben wir... Ich glaube, Moni ist Dingens, hat sich wirklich verabschiedet. Mir geht's gut, Beppo. Wie geht's dir? Wer hat dich gefragt? Ah! Jo, mir geht's soweit so gut. Knie genießt sich langsam. Ist Moni raus, oder? Keine Ahnung, sie ist noch da? Hä? Wir haben dich nicht gehört, die ganze Zeit nicht. Danke viel... Ist das schön, wieder hier zu sein. Hallo? Hallo? Ich höre dich, ich gehören dich. Hey, jetzt hören sie mich wieder. Aber wir haben dich die letzten zwei Minuten nicht gehört. Ja, ich weiß. Ich habe auch gerade versucht zu gucken, wieso man mich nicht gehört hat. Aber wenn du plötzlich so still bist, dann weiß ich, dass es dein Mikro ist. Ja, genau. Patrick Müller, danke für dein Abo auf YouTube. Weißt du, was das Geile ist? Ich kann jetzt Avatar zocken. Mit 165 Hertz, Alter. Uff, bist du im Film drin? Oh mein. Oha, Junge, das ist ja eine ganz andere Welt. Machst du mir die Dose auf, bitte? Hilfe, Schatz. Ist nicht schlimm. Sie hatten halt nur Apfel. Und ich mag nicht Apfel. Aber ich fühle mich geehrt schon. Aber heute bleibe ich auch nur bis 11 oder so. Jetzt wieder Arbeiten angemacht. Guck dir das an, wie schön. Grafik. Auf Ultra. Hast du die Leischnurre schon schon noch geliebt? Oh, ist das jetzt? F? Ja. Wieso F? Ist das nicht jetzt so doll? So, nee, ist das nicht. Aber ich will ja bei mir auch arbeiten. Ja, arbeiten ist es momentan. Heute war wieder der erste Tag nach dem Urlaub. Ich bin mir wieder vorgekommen wie die letzte Sch... ...dobe Nuss. Weil ich hab wieder alles, ähm, aufräumen können, sozusagen, von den anderen. Und jetzt guck, jetzt, willst du mich jetzt verarschen? Hast du mir jetzt mein Spiel kaputt gemacht? Ja, er hat's gelöscht. Lösch es! Kannst du wieder von vorn anhandeln. Alter, weißt du, was wir gerade gemacht haben? Lösch es! Weißt du, was wir gerade gemacht haben? Was? Wir haben gerade die Settings von Avatar angepasst. Und ich spiel jetzt auf Ultra die Grafik. Nein, das kennst du gar nicht, ja? Nee. Wo ist mein Ikran? Ich muss mein Ikran rufen, muss gucken, wie er aussieht. Ich hab letztens, ähm... ...Botnein auf Episch. Da bist du auch ein bisschen... Aber sie wollen die Qualität von Twitch hochheben, anscheinend, Beppo. Ja, gut, äh... Dann kommen die Leute, dann müssen sie nicht fettere PCs kaufen. Das Problem ist einfach, äh, Deutschland hat nicht die Kapazität, das mit dem Internet, das so zu streamen. Aber Luxemburg. Ja, das ist eine andere Sache. Das sieht so ungewohnt aus. Das sieht ganz anders aus. Das ist richtig schlimm gerade. Das ist wirklich ein ganz, ganz anderes Spiel. Das ist gerade richtig schlimm. Hilfe, ich glaub, mich tritt ein Pferd. Andere Qualität. Ja. Ich muss was gucken. Ich muss was gucken. Disney, ich komme. Ich muss kurz gucken. Hilfe. Schön großer Bildschirm, ne? Wenn man überlegt, was ich vor kurzem erst bei euch gepostet hab, ist nur diesen einen Bildschirm, diesen Drecksbildschirm. Und der ist jetzt, äh, hier, mein Discordhalter. Damit ich nicht immer aus dem Spiel tappen muss. Ach so, äh, Kim. Hm? Ähm, wegen Hogwarts, ne? Hm. Welche Version hast du dir gekauft? Gibt's ne verschiedene Versionen? Ja, einmal die Deluxe Edition und einmal die normale. Ich glaub, ich hab die normale gekauft. Und das ist gut, sagst du, ja? Der Deluxe hast du eigentlich nur Goodies noch zusätzlich drin. Ja. Aber ich mein, das Spiel ist gut. Ich hab's durchgespielt, ja? Okay, 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 okay. Ja, ich hab's durchgespielt. Ja, dann muss ich mir das mal angucken. Oder hat jemand von euch hier irgendwie, ähm, Hogwarts gespielt? Luke, 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 heute ist Basebauen und dann gehen wir Bosskämpfe machen. Zuerst ist Basebauen. Ich bin auch noch am Umbau, am Umbau. Also ich hab Hogwarts durchgespielt. Das Power, was ihr da spielt, ja? Ja. Ich hab das meiner Arbeitskollegin am Telefon erzählt, weil das ja total gehypt ist. Und dann ruft der Kumpel von meinem Mann an und erzählt ihm von Power World, dass das Spiel so geil ist und dass er das sich doch auch runterholen, also runterladen soll. Nicht runterholen, sondern runterladen soll, ihr kleinen Schweine. Also wenn dein PC es schafft, mach es. Äh, der müsste es schaffen. Wir helfen dir, ja. Mein PC schafft es, ja. Alter, mach es. Ja, ja, ich... Ich... Scheiß, nur noch kein Geld. Es ist... 26 Euro. 26 Euro. Also, Monique, ein Fußbild und ich mach dir eine Spende. Ich mach das? Ich schwör's dir, bei dir mach ich das, du bist eine Frau. Wer sagt, dass Kim eine Frau ist? Ja, das weiß ich. Kim ist doch ein junger Name. Ja, mein Name ist ja bei Kim Berlin. Wie du sagst gerade, ähm, wobei ich ja gesagt habe, ich scheiß kein Geld, weil ich will ja eigentlich Hogwarts mir kaufen, aber die will ja auch, dass ich Power World kaufe. Dann sagt sie, Monique, ein Fußbild von dir und ich geb dir eine Spende, sagt sie. Ja, John, das ist so, keine Ahnung. Es sind Leute, die kommen in meinen Stream und die glauben... Also, jemand hat mir gesagt, ich seh aus wie eine Person, die Fußbilder verkauft. Ich weiß nicht, wie so eine Person aussieht, aber anscheinend so wie ich. Stimmt. Ja. Mein Gott, das Wissen sieht auch so ultra-heftig geil aus. Nice. Deswegen, deswegen habe ich als Witz jetzt zu Moni gesagt, ein Fußbild. Weil, ich habe auch schon ein Bild von ihrem Knie bekommen. Ja, siehst du, also eigentlich musst du das ja jetzt spenden. Du hast ja schon, ne, ein Foto von meinem Knie. Man sagt doch immer, ein schöner Rücken kann entzücken. Ach, da hat nur einer gehofft Bilder von meinem Knie. Mein Mann sagt, er könnte auch Spenden gebrauchen, er würde dir auch ein Fußbild schicken. So, MMOGA. Weil, ich kann mich jetzt... Das ist halt schwierig. Ich will halt auch Hogwarts haben. Und dann kann ich mir das andere aber nicht mehr kaufen, Frau Wold. Ach, Göttchen. Das geht leider nicht. Alles gut, aber ich kann euch meine schönen Socken zeigen. Es sind neue Socken. Es sind welche von Patrick Star. Ich habe auch welche von Spongebob. Jetzt verkauft ihr schon wieder Socken. Warte, ich ziehe es aus. Ich ziehe es aus, sonst ist es wieder so. Guckt euch an, wie cool das ist. Ja, ich sammle hässliche Socken. Was letzte Preis? Michi, 50 Euro. Sie gehört dir. Ja. 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 Also, ich hatte es ja auch den ganzen Tag an. Ach, Leute. Verstand mal der Schnitt. Ich habe vorhin noch mit Michi, also so einem Baxter, habe ich noch in seinem Stream über Fußfotos geredet. Wie versorgen. Wie versorgen. Wie versorgen. Wie versorgen. Ach, ne. Ich habe es jetzt so hinbekommen. Äh, bin ich jetzt dumm? Das Spiel heißt doch Paul World. P-A-L. Und dann World. Warte, warte, warte. Was? P-A-L. Du, äh. W. Ja, Paul World. O-R-L-D. Jo, das ist voll teuer auf. Ich habe letztens zu jemandem Y gesagt, Beppo. Wie Y? Der meinte so, was ist ein Y? Was ist ein Y? Und ich so, wie, was ist ein Y? Ich habe mich gecheckt, aber die wissen ja gar nicht, was es ist. Y. Ich habe mich verstanden halt. Ich bin aber immer noch Luxemburger heim. Quiver hat Bären gefressen. Schön viel. Also hier. Ich kann dir sogar eine günstige Spende anbieten. 11,09 Euro. Ein Fußbill. Ey, komm. MMOGA. 30,99 Euro. Anfang zu streamen. Ich habe es versucht. Ich habe aufgegeben. Will irgendjemand, Monique, hier was spenden? 11,09 Euro. Hat gerade irgendjemand ich geschrien? Oder war das bei mir zu holen? Nee, 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 nee. Y ist doch nur Französisch für Griechisch. Nee, Y. Y ist auf Luxemburgerisch ein Y. Y. Und ich habe irgendjemandem versucht, was zu erklären. Und da habe ich gesagt, Y. Ich glaube, es war, ich weiß nicht wer. Und ja, da war ich ein bisschen. Ich habe echt lange überlegt, dass es ein Y heißt auf Deutsch. Ja, ob hier mache ich jetzt meinen Pauls, ihre kleine Bettchen. Und PC. Das Spiel gibt es nur auf PC oder auf Xbox. Hast du nicht Xbox, ähm, live? Ja, kann man so sagen. Aber ich kenne die Internetseite nicht. Monique fängt an, billig zu werden, Leute. K4G.com Äh, ich gucke mal auf Kinguin, wie viel kostet es da? Ja, Kinguin.net, ne? Ja, genau. 9,77 Euro. Aber ist das nicht ein Account? Du musst achten. Ich stehe nur auf Moniques Fußbilder. Also, mach. Sonst keine. Wo muss ich achten? Ich gucke mal selbst, sonst kann ich dir genau sagen, weil du musst auch... Verkauf von... Ja, no game. Okay. Aber wie viele Kisten hast du für diese Dullis rausgestellt? Eine. Aber guck mal, wie viel der kostet. 30,99 Euro. Das hab ich nicht mehr. Aber ich will auch Hackwards spielen, nicht Hackwards. Äh, warte mal schauen. Nein, der 9,77 ist ein Account. Ich hab noch vollkommen auf die Respekt. Oh. Na dir mal da bedankeschön, Pinguin. Ähm... Ich brauch Stoff. Also Stoff, nicht Stoff. Ja, das klingt alles falsch, ne? Ähm... Wolle. Äh. Textil, Textil. Also wir nennen es halt ja auch Stoff. Jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen. Aber das war doch letztens viel, viel günstiger. So. 30,99 Euro schon. Wer weiß, was in dem Spiel so alles Stoff ist. Ja. Ach, ihr seid heute lustig, Leute. Aber das sieht schon fancy aus, ne? Weil ich will das noch höher bauen. Dann haben sie nur drei Etagen. Weil bei Beppo... Weil bei Beppo gibt's... Gibt's keine Betten. Ja. Ja. Ich nenn die Schildkröte auch Tourtalk. Bro, ne? Michi, bei mir... Ich sag ja, bei mir ist Arbeitslager, okay? Es wird nicht geschlafen. Kannst du das fertig machen? Dankeschön. Monique, wie heißt du auf Steam? Wie ich auf Steam heiße? Ja. Die kommen noch. Guck hier. Give me a second. One second. Ich versuch mir noch eins zu snacken, aber... Oh, sag mal, Pips, die kommen schon. Das ist doch jetzt nicht so schwer. Ich will Quivano. Ich glaub, Quivano ist hier. Gib mir eine Sekunde. Eine Sekunde. No. Alter, wie lange brauchst du für dieses Bett? Ach, hallo? Wieso macht mein PC hier gerade nicht das, was ich will? So. Das heißt, hier haben wir eine Etage. Aber wir haben halt auch die größeren Palls. Kann ich dir doch... Kannst du mir mal kurz ne Nachricht auf Discord schreiben? Dann kann ich dir das über Discord schreiben. Ähm... Du kannst mir das hier in den Chat schreiben von Trashtalk. Okay. Trashtalk. Wo kann ich denn hier schreiben? Da. Ich bin grad sehr... Inkompetent. Das ist doch oben, wo das Fragezeichen ist, ne? Daran sehe ich doch, wie mein Account ist, ne? Oder Account Details. Also, eigentlich, wenn du ja angemeldet bist, hast du ja oben rechts dein Profilbild, wo du auch den Namen siehst. Ich glaub, ich mach's einfacher. Ich schick dir einfach mal ein Foto davon. Jo. Das machen wir doch... nicht so kompliziert hier, ne? Ich hab ein festes Problem. So. A picture. So. Ich denke mal, das wird das sein, was du brauchst. Rups. Ist es angekommen? Ist es angekommen? Hat er das jetzt gesendet? Pips. Ja? Sie reden mit dir. Ja, 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 ich weiß, ich weiß. Ich bin am Schrauben. Aber... Okay, okay, ich brauch jetzt... Kevin, kannst du mir bitte helfen? Also. Ihr müsst mir helfen, Leute. Guck. Ich will... Also, hier ist die unterste Etage von Pauls. Hier ist die zweite. Und da will ich noch eine dritte drauf bauen. Aber wo brauche ich die Treppe hin? Kannst du bei deinem Steam-Account... Gehst du auf Freunde? Hier. Da hast du einen Freundescode. Nämlich genug Steine. Da hab ich einen Freundescode? Ja, wenn du drauf drückst, hast du ihr Freundescode. Das ist scheinbar nur viermal, meinst du. Also, wenn ich draufgehe, dann Freundesliste anzeigen, Freund hinzufügen... Freund hinzufügen? Ja, Freund hinzufügen. Meinst du so? Ja, ihr Freundescode? Ja, den bräuchte ich einmal. Das geht nicht, Kevin. Ja. Acht, fünf. Acht, fünf. Null, drei. Ja. Drei, drei. Ja. Zwei, eins. Oder wo hast du gemeint? Hier. So. Dann hab ich drei Etagen. Vanni, Monique? Genau. Okay. Wie mach ich das denn? Okay. Sorry, junge Leute, ich hab gerade kompletten... Da brauchst du nur noch anzunehmen. Hab ich. Wenn ihr meine erste Base guckt und jetzt diese hier. Alter, guckt ihr das an! Ich hab mir ein Paul-Hochhaus gebaut. Die Fetten kommen unten und die anderen gehen oben. Das ist lieber der Titanic. Ich will am Ende das Schloss sehen. Ich baue kein Schloss. Hm. Aber die Deko kommt halt noch. Ich kann dir jetzt endlich währenddessen beim Stream zugucken. Ich kann selber zocken und ich kann deinen Stream zugucken. Ist das nicht traumhaft? Guck dir diese Bude an. Ich hab das alles in der letzten Stunde gebaut. Ernsthaft jetzt? Ja. Das hier und das hier hab ich gerade gebaut. Das ist für die Pauls. Beppo, das ist nicht dein Ernst. Gern geschehen. Das ist ein alt Treppenhaus, wo die Treppenhaus sind. Oha, das ist ja... Oha. Also mit kannst du auch... Eine... Das ist mega nett. Was hat Beppo dir gekauft? Das Spiel. Welches? Paul-World. Alter, dann schenke ich dir das andere. Hogwarts? Ja. Echt jetzt? Beppo, wie macht man das? Du musst sie als Freund annehmen und dann kannst du bei Steam für jemand anderen was kaufen und dann kannst du aus der Freundesliste... Dann gib sie mir mal rüber. Hat Beppo ein Fußbild dafür bekommen? Ne. Ne, also wenn ich jemand sehe, dass er struggelt für 28 Euro auszugeben, dann schenke ich lieber der Person was. Also das ist jetzt kein... Da reiße ich mir kein Bein aus für jemanden, was zu schenken. Wo hat Monique dir das geschickt? Öffentlich oder privat? Ne, ich hatte es mir über Mikro gesagt. Die, die... Die Nummer... Die Nummer... Ja. Warte, wollen wir mal gucken, dass ich das hier... Warte mal... Freunde, das Freund hinzufügen. Okay, bist du bereit? Das ist ja Freunde. Ja, sag mir. 12, 85... 0, 3, 33, 21. Hä, warum findet ihr das jetzt nicht? Kim, bist du bei Freund hinzufügern? Ja, aber es findet es nicht. Da gibst du die ganze Nummer ein und da müsstest du eigentlich direkt sehen. Hast du nicht gerade beim Einladungscode? Mach's nochmal eins. Ja, den Einladungscode musst du geben. Ähm, gib nochmal, Freundescode. Ja, 12, 85... Ja. 0, 3... Ja. 33... Ja. 21. Normalerweise... Also Leute, ich lese den Chat noch nebenbei. Oh, Kim Possible. Ja, das war noch immer so. Also Leute, ich bin bei euch. Also du spielst das alles über, über PC, ne? Das im Stream zu sagen, ist vielleicht keine gute Idee. Ja, dann kriegst du noch mehr. Ja, der Freundescode kannst du immer ändern. Der Freundescode ist nicht schlimm. Den kann man neu generieren. Und mit meinem Freundescode könnte ja eh nix anfangen. Ne, weil du musst es annehmen. Richtig. Everybody close to me. I love another night. I love another night. Just the food. Cheers, man. Dummeln. Also John, beim Spiel ist es so, wenn du zusammen auf dem gleichen Server spielst, dann kannst du ein Lager haben. Dann musst du auch bei der gleichen Gilde sein. Andersrum ist es dann, jeder hat sein Lager. Alter, ihr seid unglaublich, wirklich. Ich hab richtig Piep in den Augen. Oh mein Gott, ey. Du meintest das echt ernst. Was sag ich euch? Ich hab richtig Tränen in den Augen. So, jetzt kann man auch ein Lager haben, Martian. Ja, also Beppo und ich haben zusammen auf einen gebaut. Das Problem war nur, dass Beppo halt von vorne anfangen musste. Das muss euch bewusst sein. Ach, warum hab ich sowas Gutes verdient? Das ist so nett von euch, wirklich. Ich hab richtig in den Augen, wirklich. Ach, wenn es dir Freude macht. Oh Gott, Herr Jee. Huh. Wenn es uns nicht wehtut. Also ich hole nicht für 30 Euro. Und ich nicht für 70. Ganz gut, ganz viel lieber. Ich hoffe, die kommt an. Das wäre wie, als hätte ich mir drei Päckchen Kippe gekauft. Bei mir wäre es Tekken gewesen, aber ich kaufe mir Tekken eh. Wir kriegen viele Prämien. Warte, dir kann ich. Nein. Aber von dem ganzen Bauern habe ich jetzt gelevelt. Ähm, John, dir muss nur bewusst sein, Leute, die über Steam gekauft haben, können nur mit Leuten spielen, die auch Steam gekauft haben. Und die, die es über den Xbox Pass nehmen, können nur mit Leuten über den Xbox Pass spielen. Momentan. Momentan. Das soll aber noch gefixt werden, aber dass du Bescheid weißt. So, was hast du geschrieben mit einer Treppe? Nein, siehst du. Wo die Treppen in eine andere Reaktiv, kannst du auch einfach eine Treppe nach oben bauen, wo alle Treppen und dann immer die... Könnte ich auch machen, aber ich glaube, du kannst halt keine Treppe hier... Was willst du machen? Hallo, ihr Schwuchtel. Das ist Marcel. Ähm, guck, Beppo, ich zeige es dir von Weitem, okay? Ja. Hier, siehst du das? Ja. Das ist mein Paul-Appartement. Ja. Und ich will, siehst du die eine Treppe hier vorne? Die? Es ist ja dunkel, ja, die große da. Das ist die kleine hier, die, wo ich draufstehe. Ich sehe dich mal nicht auf einer Treppe. Hä? Im Stream hier? Ah, da, da, jetzt bist du auf einer Treppe. Jetzt bist du runtergelaufen. Aber, siehst du, hier ist ja die erste Etage. Ja. Da kommen wir hier hin. So, aber hier habe ich die zweite Treppe gebaut, um auf die dritte Etage zu kommen. Aber, die, die gefällt mir nicht, die, die Treppe da. Okay, verstehe. Und, und John meinte, ich soll, die Treppe muss eine Serpentine bilden. Du hast immer eine Ebene mit einer Treppe, die von unten auf diese Ebene führt und eine Treppe, die von dieser Ebene zur nächsten Ebene nach oben führt. Ah, okay, ich verstehe, was du meinst. Ah, ich nicht, ich nicht. Das am Punkt, du bist von, äh, du gehst, äh, am Punkt, Treppe kannst du weiter runtergehen, aber du bist schon an der nächsten Etage, verstehst du? Ah, wie Bahn ist das? Du musst einen, äh, einen, äh, keinen Aufschnittrit machen. Da hättest du mit, äh, zum Beispiel Treppe, ein Block riecht, und dann Treppe weiter runter, zum Beispiel. So wie Hei? Oder wie meinst du? Äh, dass du, zum Beispiel, bei der größen Treppe gehst, äh, du, die einen Treppe verschwinden, dann hast du immer einen Flachplatz, wo es dann können Pols nur jetzt gehen, an hier den Schlafplatz, und dann gehst du direkt von der Flacher Platz riecht weiter runter auf die nächste Etage. Dann hast du, ähm, einen kleinen Stuhl. Natürlich kann es sein, dass du Stück nur vier musst nachbauen, für das das so funktioniert. Okay, das ist so, der Teil wäre dann die erste. Genau. Und dann gehen sie heute noch rein, zum Platz. Genau. Ich spreche hier gerade auf eurer Sprache. Ich sage ja, auf eurer Sprache. Ja. Und auf welch wird mein Stuhl? Äh, das heißt, du müsst, Lu, du, ein Block nach, äh, du riecht. Hoi. Du müsst, riecht nach ein Block. Oder hoi. Äh, ne, 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 äh, du bist hier heute den Flachplatz, Lu. Und du musst dann, äh, 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 du müsst jetzt noch ein Block, dass den Pols können trab rüpp, oder nur jetzt an hier Schlafplatz. Ah, ha, ich muss es noch rein machen. Ja, riecht. Du, äh, wenn du eine Weile mit dem zu tun hast, verstehst du fast alles. Hi. Ja, ich glaube auch. Also, riecht du, genau, du. Du, du, genau. Du, ça va. Und jetzt? Ähm, warte, mach den wohl du fast. Ja, der ist fast. Der stimmt rüpp. Okay. Äh, zacher steht, äh, du kannst den Trapp eigentlich, äh, an du für so dich. Kann sein, dass die ganze Konstruktion, ich, dich, nur vier muss machen. Viel, dass du kannst auf die andere Etage rüpp gehen, weil dann hast du nur eine Etage, wo nicht rüpp geht. Verstehst du? Nee, natürlich nicht. Also, warte, ich weiß nicht, ich habe eine Menge Station hier. Und da probiert, ich kann mich nicht erklären, ich verstehe nicht. Ich gucke, ich weiß nicht, ich denke, ich habe schnell ein Bild, du hast dann... Auf ihn. Kannst du einfach ran? Nein, erklärt mir, ich habe es nicht, ich verstehe nicht. Mit dem Feld erklärst du, verstehst du was? Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Sag, warte, 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 warte. Oh. Okay, ich gucke, dann geht halt in mein Trappenhaus. Oh. Hallo. Und heilung und dingensmull funktionäre, gewse, ich baue, die debne, dann wüsste hi, es ding, ich trabe. Und spiel. Einfach nur vier Plattformen, also nochmal zwei Plattformen mehr machen und dann eine Treppe hoch und dann... Aber ich steh gerade voll auf der Leitung. Ich versteh gar nicht, was John mir erklärt oder Beppo. Also ich glaub, du musst einfach nur die Treppe wegmachen. Nochmal zwei Plattformen da, wo die Treppe ist, da noch eine Plattform hin. Eine da, wo du jetzt stehst, auf der rechten Seite, beziehungsweise zwei. Ich will die Treppe, dass sie auch ins zweite Stockwerk geht. Genau. Das kannst du. Also... Ja, aber das war nicht sauber. Ich komm gleich wieder. Ich muss mal ganz kurz zu meinem Arm. Also zwei Plattformen da, wo da gerade auf der rechten Seite noch welche fehlen. 2 nach vorne. Denn da, wo die Treppe ist, zwei nochmal ran. Da eine Treppe ran und dann eine Treppe hoch. Und dann... Also ich steh jetzt auf meiner Treppe hier, ne? Ja. Und da, wo du draufstehst, nochmal zwei Plattformen ran. Also da, wo die Treppe ist, da noch zwei Plattformen ran. Nach vorne? Ja. Guck, Kim. Äh, du haste heute dann zum Beispiel die, äh, die Plattformen. Ja. Du schraubst ihn, ja. Guck, äh, so viel ist es, du zum Beispiel heute gemacht. Du hast dann quasi heute den ersten Etag hier, gell? Ja, das ist die hier, ja. Dann kannst du hier runter und dann bist du den zweiten Etag. Verstehst du? Ja. Und dann kannst du direkt hier rüber und dann bist du den dritten Etag. Okay, aber das heißt... Okay, aber das heißt... Ich muss das hier weg machen und ich muss noch eine Stufe davor bauen. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Ja. Damit du eine durchgehende Treppe machen. So, und dann muss ich, kann ich hier meine Treppe machen? Genau. Genau. Ja. Wenn die, hier, hier, so, ne? Und dann muss ich hier auch noch eine. Ja, und dann da eine. Und dann hier noch eine, habe ich das richtig verstanden? Genau, richtig, da. Und, äh, du vier, nachher. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Die neue Plot warst du weg, die Plot muss du wegschreiben. Die Plot warst zu viel. Nee, 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 nee. Wie hier? Halt die Treppe weg. Du kannst das hier auch nur im Mond machen. Halt die Treppe weg, den ihr wegschst, dann hier. Voilà. Dann hier müssen direkt Treppe gehen. Aber nicht direkt vier mehr da, wo die flachte Plot war. Genau da. hier genau du soll trappen und da muss ich hier noch eine plattform in mann ist die pols rüber genau richtig hier sie so machen können genau und du musst du da noch ein blogger dann können sie darüber und hier noch eine genau richtig ja auch größer machen weil dann legt mich fett ich spiel das spiel noch nicht mal danke dass er ich stand jetzt so krass auf der leite danke john und heisiten stolz er sagt hei hamster und chat seht euch das an das sieht doch jetzt richtig schmuck aus muss mich auch mal kurz ins werk setzen moment also monique wird es jetzt ausspielen sie muss es jetzt spielen die muss aber das sieht schon ein bisschen fancy aus leute oder weil das ist jetzt für die pols und das ist meine bude ich baue jetzt einmal diese ganze scheiße noch einmal danach baue ich nicht mehr dachte jetzt wir sprechen uns in drei wochen noch mal ich habe absolut keinen bock mal diese scheiße neu zu bauen wie oft habe ich jetzt diese bude gebaut es reicht problem ist drei wochen das ist das ist halt das problem was für ein unterschied du im palast und deine pols der steigruppe wieder da ne also ich mach das ja noch hübscher leute john das ist also im kz die arbeiter die die müssen immer im baracken wohnen nein ich bin ja noch nicht fertig als das einzige was in meiner bude hübsch ist kann ich euch zeigen das ist kein palast das ist scheiße das einzige was hier hübsch ist ist hier meine bar hier das ist das einzige was ich hübsch gemacht habe hier ist sogar eine bar ich wollte sagen dass ihr krank seid wir nennt sie passen warum wer ist krank das einfach danke und dann ist gut dann reden wir nicht mehr darüber warte ich wollte was passiert ich will aufwissen monique hat eine spende bekommen hast du schwimmt oder was sie hat uns ein fußbild geschickt und wir haben ihr daraufhin geld gegeben ja und ich krieg nichts so aus oh wow ich hab kein fußbild bekommen äh marcel aber vielleicht wollte ich ja vom fußbild von moni ein fußbild ich hab jetzt voll angst dass er mein fußbild schickt ich hab jetzt voll angst dass mein handy jetzt gleich klingelt wer läuft denn da bei dir in deiner base rum den hab ich gefangen den mensch aha und der beschützt deine base jetzt ne ne das ist das ist mein paul knaschtschaft hm ich hab den versklavt ja du kannst es echt so nennen nur sklaven ja eigentlich genau ich hab den eiskalt versklavt so wo mach ich denn jetzt die ah mann weil nix in den truen liegt ähm ähm mhm und klagen zu äh von zelchen zu langen bodem leue kann das sind das die verspannen ja ich hab grad echt schiss weil meine ganze scheiße liegt auf dem boden oh das erklärt für watrisch lokaik streng mehr hun also kein salte steigen mehr du hund ja ja ich hab grad echt angst dass meine das sind bomben ja wenn steht von dem igel und sagt auch wie süß das ist eine bombe der kann explodieren karen gestorben er wenn es tot und allmeng bauplänk sie fucht sind eigentlich die ganzen ecker hin und die pols die sie gewissert haben die sind noch in der pollbox die sache ist wenn ich die jetzt alle raus lasse ich habe nicht genug betten ich habe nicht genug nahrung und damit ich will ich lasse nur ein paar pols raus online jetzt habe ich ein fußbild bekommen echt jetzt wasser hat mir ein fußbild geschickt und sogar zwei hast du keinen grünen ball ich bin voll schockiert Der Igel ist tot, die Katze ist tot, die Katze ist tot, es war ein Missgeschick. Der spawnt in einer Stunde wieder. Quack, quack, quack. Pantmant, was schwefel? Listen to your heart. Huh? Schwefel. Keine Ahnung, ich hab dich gemutet, weil man dich so viel hört. Deswegen muss ich das Headset ausziehen und dich zu hören. Wir sitzen hier wirklich einen Zentimeter voneinander weg. Ich höre nicht. Kaffee, gemutet. Ich hab ihn echt gemutet. Bebo, wofür braucht man Schwefel? Ich hab Schwefel noch nicht gehabt. Schwefel hab ich auch noch nicht benutzt, ich hab es zwar in Mengen, ich hatte es in Mengen. So für euch, ihr könnt meine Füße im Discord schäumen. Nee. Er war gerade ein bisschen schlecht. Muni, hast du jetzt einen zweiten Monitor, Mensch? Ja. Das wird, das wird. Ja, den hab ich heute gekauft. Uh, tschi. So langsam, ne? So langsam kommst du unter die Zocker. Unter die drei Monitor Gang. Nee, drei, ich will wirklich nur zwei. Ich hab am Anfang auch gesagt, zwei reichen. Bei mir steht auch ein vierter. Ich wollte den kleinen eigentlich, den, äh, der, wo jetzt Discord drauf ist, den wollte ich eigentlich verkaufen, weil ich nur den großen 27 Zoll Bildschirm haben wollte und hab mein Mann gleich gesagt, nee, ich würde den lieber behalten an deiner Stelle, dann kannst du da mal Discord drauf machen. Ich will auch ein zweites, das sag ich auch nicht. Mhm. Mhm. Also ich hab auf meinem, äh, dritten, auf meinem Hochkantmonitor immer Discord und Spotify laufen. Mhm. Auch meinen oberen Monitor immer OBS. Und unten der, das mein G-Monitor. Das ist alles schon sinngemäß. Ich war aber auch schon am überlegen, so wie Kim zu machen, im vierten. Ich war immer zu faul, wenn du mal alles klein zu machen. Ich hab, ich hab mein Spiel hier, OBS da und da hab ich Beppo Stream. Ja. Ist ja da auch nur drei, oder nicht? Ja, der vierte steht noch her. Der muss noch angeschlossen werden. Ich hab ja noch keinen Bock. Warte mal, Beppo, du hast sechs, als wenn. Jaja, Beppo hat auch noch eine Tablet und alles. Ich habe sechs Bildschirme, weil ich Multistream betreibe. Und es ist halt so, wie Marcel es sagt, äh, auf kleinen, äh, wenn du alles auf so, äh, Bildschirme verkleinerst, hast du keine richtige Übersicht. Und dafür hab ich die sechs Bildschirme. Mhm. Das stimmt. Beppo hat doch mal ein... Ah, nee, ich weiß nicht, ob du mir das privat geschickt hattest, Beppo. Was? Aber ey, ich bin froh, dass... Von deinen Bildschirmen... Ich bin froh, dass du... Doch, das ist... Äh, hatte ich das privat geschickt? Ich weiß nicht, du hattest... Ich glaub, du hast es mir privat geschickt. Boah, die Wichse. Also, ich bin dabei, jetzt alle meine Sachen sofort in die Kiste zu legen, ne, weil sonst ist das ja alles weg. Ich meine, ich habe hier noch einen zweiten PC stehen, den würde ich auch gerade verkaufen. Ich habe auch einen zweiten hier stehen. Eigentlich wollte ich den Salva schenken, aber... Nein. Ich nehm ihn auch, Kim. Du kennst meinen PC. Der ist voll modern. Ich weiß nicht, ob du bei meinem, ehrlich gesagt, viel gewinnst, ne, also... Naja, du, ganz ehrlich, ich habe einen, äh, 69er Grafikkarte, alleine die Grafikkarte ist schon besser. Du hast, glaub ich, die 10, 10 irgendwas drin, ne? Äh, 60, 50, so gut. Naja, irgendwie so, ja. Naja, guck mal, drei Generationen immer sprungen. Mit CPUs und S. Ja. Aber, John, ich lasse die, die anderen Pauls gleich raus, sobald ich ihre Betten gebaut habe. Ja, mein PC sei schon überfordert, wenn ich Spotify, Discord und OBS laufen habe. Ich muss sagen, ich dachte jetzt mit Paul World, dass er... Ich hatte Angst, dass er abfuckt. Wirklich? Ja, ich hatte echt Angst, dass er abfuckt. Oh, egal, fuck, Mann. Kevin, er hat bei Fortnite angefangen zu backen. Weil es falsch eingestellt ist. Ja, das liegt an der Einstellung auch. Du kannst Paul World 10 mal drauf laufen lassen. Noch bestimmt installieren und Paul World weiterhin... Und was fressen sie dann? Ähm, also, John, wir machen... Du machst das Feld dahin. Und, ähm, sie nehmen sich alles vom Feld. Das heißt, Bären. Und dann legen die Hühner noch Eier. Dann essen sie auch noch die Eier. Und ich nehme, gehe halt auch Fleisch holen manchmal. Dann essen sie das Fleisch. Also, wenn ich OBS, Sims, Spotify und Discord auf einmal laufen habe, ist meine CPU-Auslastung bei 78%. Was? Ich habe sogar noch mehr laufen. Eine Grafikkarte ist bei irgendwas mit 40 oder 60. Ich glaube, ich habe gerade noch ein Update laufen auf Steam. Dann habe ich Beppo Stream laufen. Da wäre meine... Discord, OBS. WhatsApp. Da wäre meine auch 100% durchgehend. Ich bin aber auch schon durchgehend am Gucken bei eBay-Kleinanzeigen, ob ich irgendwie Teile oder sowas günstig kriege. Das mich einfach nur nervt. Ich kann doch nicht mal im Streamen... Kann ich noch nicht mal YouTube-Videos auf Vollbild machen. Ah, das läuft auch immer echt oft bei mir. Stimmt. Wegen meinem Trash-TV. Kann ich nicht machen. Das ist meiner komplett überfordert. Der ist nur am Ruckeln. Ich habe das sogar manchmal, dass wenn ich hier sitze und zocke, habe ich ja auch Netflix sogar auf. Und ich gucke noch Netflix nebenbei. So, Moni. Ich habe es nochmal in den Chat reingeschickt. Oder sogar mit Alessandra gucke ich dann zusammen was. Sogar mit Video-Beppo, Alter. Junge, Junge. Nee. Nee, ja. Komplett, wir helfen in Zentrale, Alter. Tschüss. Beppo ist komplett verrannt. Sogar einen kleinen Monitor im PC. Ah, Luxe ist ja jetzt auch. Am besten sind noch die Füße. Also, wer das sind, sind nicht meine. Ich hoffe es doch. Also, John, wenn du willst, kannst du auch zu uns, also zu mir auf den Discord-Server kommen. Ich kann den ruhig posten. aber das ist momentan nur provisiorisch weil danach soll es 6 27 zoll bildschirmer sein danke ja es hat geklappt ja können wir nicht brauchst du ich nehme gerne ich gebe dir was dafür ich gucke wie was ich denke nicht dass ich ihn brauchen wenn ich ehrlich bin weil meiner ist ja jetzt 1000 euro pc hallo 3.000 aber entschuldige dreitausend wollen hat auch jemand im stream gefragt wie viel hat ein pc gekostet 3.000 euro du musst das umstand das problem ist du hast zum beispiel bei discord hast du sicher die default einstellung das bedeutet da musst du einen festen weg einstellen das problem das heißt du gehst bei einstellungen bei discord und da hast du dann sprache und video chat du musst bloß unten wo der name steht da ist ein zahnrad genau da gehst du rauch und dann sprache und video chat den kannst du hin der macht das sehr viel ja genau sprache und video chat steht da drückst du da da sprache und video chat ja genau dann hast du oben eingabe und ausgabe eingabe ist ein mikrofon und ausgabe deine kopfhörer ja ja das habe ich auch so eingestellt sind da auch die sachen die du benutzt jetzt ja ja da ist aber auch ein wasser pokémon das ist dann falsch die musst du umstellen auf deine kopfhörer da kannst du drauf drücken dann hast du wenn du mehrere autoquellen haus dann gewählst du die die du nehmen möchtest in dem fall deine dein headset weil wenn du die folgt hast wählt er vom system aus fast fast am ersten genommen wird den meisten fall ist das ein bildschirm weil der bildschirm sich eher einschaltet wie jetzt das headset und dafür nimmt er die erste quelle die kopfhörer genau jetzt versuche ich das noch mal ich starte jetzt noch mal das spiel und wenn er gleich wieder raus dann wisst ihr warum weil das haben wir nämlich auch schon mal eingestellt gehabt so dass wir nicht so ganz startet er jetzt auch das spiel oder will er das jetzt nicht starten scheiße an opc wäre toll wenn du mal reagieren würdest das schlimme ist ich habe drei ssd hier drinnen und jetzt weiß ich nicht was er hier von mir will ich verarsch dich mehr wenn du es jetzt nicht vor ließ ich habe das jetzt nicht mehr so ganz nebenbei also ihr könnt alle in das kotze reinkommen, wenn ihr wollt, wir schmeißen niemanden raus. Ah, okay, warte, wo hast du überhaupt, dein C ist normal, was der Hauptfolter, das bedeutet, bist du jetzt in der Installation oder hast du schon fertig installiert? Ich habe schon fertig installiert, auf die E. Du hast ja gesagt, du hast jetzt vor kurzem erst diese SSDs reingemacht. Genau, die eine SSD, ne, die 1 Therapealt. Genau, ähm, du hast aber die, äh, die SSD, die, wo das System vorhin abgespeichert war, hast du weiter drin gelassen, oder? Du hast nur erweitert. Weiter da, wo Paul World ist, ne? Ne, ne, meine Frage beläuft sich jetzt, ähm, die alte SSD, die, wo dein System drauf gespeichert war, die hast du nicht entfernt? Ne. Das heißt, du hast einfach nur eine neue mit eingespeist in dein PC? Ja, genau. Genau, ähm, dein Folder von Steam war abgespeichert auf der alten. Hast du jetzt, äh, einen neuen Ordner gemacht auf die neue SSD? Weil, äh, du musst, äh, dir das so vorstellen, die, ähm, die Spiele von, äh, von Steam haben einen festen Weg, wo die abgespeichert werden. Wenn der natürlich ändert, musst du das, äh, von Steam nochmal, ähm, genau umändern und auch, dass die anderen Spiele dann weiterhin funktionieren, du, bei Steam kann man sogar auf zwei verschiedenen Festplatten abspeichern, das geht, aber grundsätzlich, ähm, musst du, ähm, achten, weil nämlich, wenn so eine, äh, Anfrage kommt, fragt er dich ganz genau, wo das abgespeichert wurde. Okay, also, pass auf. Der normale Steam-Klient. Ja. Der ist auf meiner D. Der ist auf der D, okay. Genau, und das Spiel hab ich auf die E gepackt, das ist falsch, also, ja? Das ist eigentlich falsch, weil deine, äh, deine Bibliothek, deine Library, die ist, äh, auf der E. Kann ich das einfach umpacken, oder muss ich alles neu installieren? Kannst du das im Steam ändern? Du kannst das ändern im Steam, aber du musst das zuerst im Steam machen, wenn du es vorher machst, dann weißt du danach, äh, das Spiel nicht mehr, wo ist das Spiel starten, so. Das heißt, ich mach jetzt... Was? Äh, du gehst in deine Einstellungen von Steam, äh, und da siehst du dann, wo deine Bibliothek abgespeichert ist. Ich geh in meine Einstellungen. Warte, ich geh einmal... Warte, ich geh einmal... Ich geh einmal... Wir nehmen jeden auf. Ja, wir sind Deutschland, wir nehmen alle Flüchtlinge. Nee, ihr könnt dann zukommen, also wenn ihr ja... Ihr könnt mitreden. Bei mir ist es, es kommt einfach rein, kommt einfach rein und quatscht mit. Ähm, einen Moment, ich geh einmal selbst ins Steam, ich guck mal, wo die Einstellungen gemacht, was ist das bei nochmal Einstellungen? Äh... Ich hätte ja sonst gesagt, wenn ihr irgendwie immer mehr Luft habt oder so, dass, äh, ihr beide euch, ähm, äh, Dings runterlädt. Ähm... Ähm... Fuuuck... Ich fuhl dir ja so, Mann. Der Piepenarzt hat meine Sachen weggepackt. Oh, warte. Einstellungen, download... Pfff... Entschuldigung. Warte. Warte, die hingepackt. Ich bin... Bevo, ich bin gleich wieder da. Okay. Ich muss nochmal kurz zu meiner Mutti. Ich geh einmal rauchen. Ich mach dir jetzt hin, die Tür zu. Was? Hat man gehört? Was? Meinst du das? Nein. Hört man gar nicht. Ne, das hat man gar nicht gehört. Guck, 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 guck. Er pennt hier. Wo sind denn meine Steine hin? Pepper, meine Steine sind weg. Was für ein Schmutz? Ja, bei mir sind auch alle Sachen weg. Die, die, die Paliumdinger. Meine Eier sind weg. Alles ist weg. Okay. Eier sind weg. Beppo, was ist denn da los? Beppos Eier sind weg. Hast du eine Frau kennengelernt, die Eier gleich abgegeben oder was? Die Schumpo Eier sind weg. Ich hab's gehört, Leute. Beppos Eier sind weg. 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 Und das ist nicht gerade einfach zu sammeln im Spiel. Vielleicht sind sie in irgendeiner Handtasche, sagt John. Also hab ich Stiebe bei meinen Pols. Da muss er ein Softer wieder ran. Also die Eier und die Kronjuwelen sind weg. Ja. Sieben, es wäre alles weg. Alles weg. Also John, hilf mir mal. Soll ich meine Viehfarm hier hin machen? Ich will zwei machen. Ich glaub, ich mach die hier so hin, ne? In die Ecke? Meinst du hier so in die Ecke? Weil ich muss ja auch noch die Felder machen. Und ich hab noch so eine Babyfarm hier. Die ist groß. Ich glaub, oh mein Gott. Wer war das jetzt? Ah, das ist John. Okay. Ich hab fast vom Studio fallen. Ja, das Problem ist jetzt. Ich hab's nicht gehört. Mach mal nochmal. Wer hat was? Bitte? Was Marcel? Was soll er nochmal machen? Irgendwann, warum du dich erschrocken hast. Ja, weil er geredet hat. Ach so, ich dachte, da kam auch irgendein Sound. Nein. Ja, ich dachte, so rum geht's einfacher. Das Problem ist, jetzt höre ich euch doppelt im Stream und auf Discord. Jetzt muss ich mich entscheiden, welche Audioquelle ich nehme. Da, wo wir hübscher klingen. Du kannst Discord, meinetwegen. Den Stream machst du nur auf zwei Prozent. Dann hört er uns aber immer ein bisschen... Ja, auf zwei Prozent geht das. Weil ich hab dich auch durchgehend auf zwei. Im Stream habe ich die Musik. Und ja, wenn ich euch hier im Discord ausstelle, dann stellt sich auch mein Mikrofon aus. Nee, du kannst den Stream einfach auf zwei Prozent Lautstärke stellen. Einfach den Schieberegler bei der Längs. Ja. Dann hörst du Kim im Stream nicht. Ich dreht einfach nicht mehr. Aber da, nur einen Moment. Hi Johnny! Okay. Hi. Jetzt habe ich zwei Johnnys. Okay, okay, wo setze ich denn jetzt diese scheiß Farm hin? Also... Genau, meine Idee war, das dort neben die Treppe zu tun. Dort in die Ecke. Genau. Hier hin. Ja. Warte. Warte. Ich guck, wie weit ich in die Ecke gehen kann. Okay. So. So. Weil ich würd noch eine dazu bauen, wenn ich genug Fasern hab. Halt hier hin, daneben. Und dann hab ich noch die Felder hier alle. Aber ich glaub, die mach ich... vielleicht da in die Ecke. Weil da wird viel gearbeitet. Turtok ist gut dabei. Ja, ich krieg das schon hin. Irgendwie. Guck der Kleine, der geht ganz allein bauen. Die sind depressiv, weil sie bei mir sind. Ach so. Das ist natürlich... Das ist verständlich. Haha. Ey. Was? Das haben sie nicht gesagt. Na, ich auch nicht. Aber ich schwör dir, diese... Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Diese Scheiße hier zu bauen, ne. Ich schwör's dir. Das ist die letzte Base, die ich... Ich schwör euch, dass... Danach wird das Spieldienst... Das glaub ich nicht. Ja, ich muss noch eine zweite bauen. Dooferweise muss ich noch eine zweite bauen. Ähm... Oha. Hier hat eine gebrustet. Bin in meine Chefin verliebt. Aber sie ist verhörtert und ich auch. Oh. Oha. Hupsi. Alles klar. Ich hab immer einen Papierer. Na, die Schlampe. Knallen sie die ganzen. Ich hab nix gesagt. Keiner, bis ich wieder da bin. Muss kurz helfen. Johnny hat Internet. Das ist toll. Amerika hat anscheinend Internet. Ja. Es wird Zeit, dass der Junge wieder hier ist. Oh mein Gott. Wenn man hier verarscht wird, ne. Kann noch kurz dauern, bis ich wieder da bin. Muss helfen. Okay. Moni hat ja jetzt genug Spiele. Ja. Oh, wie lange das einfach nur dauert. Oh. So. Äh. Äh. Die Pals müssen schneller arbeiten. Äh. Du bist doch auch krank, Löke. Äh. Ich glaub, die Luxemburger, Luxemburger. Oh nein. Übrigens, ich bin am überlegen, mach jetzt ab Februar die Viertagewoche. Ah. Bin am überlegen, mir wieder einen Nebenjob für die Zeit zu suchen, wo ich frei hab. Als was Fußfotomodel? Ja, ich hab schöne Füße. Ah, ich hab noch schönere Füße. Das glaub ich nicht. Hm. Beweis. Schick Fußball an. Macht 6,50 das Foto. Ah. Was ich baue, dass sie so voreinander sind, weil ich hab gemerkt, dass Foxy nicht so weit geht. Ich sag, die hat die schönere Füße schickt, aber keine Beweisfotos oder sowas. Ich hab einfach schönere Füße. Mann. Das glaub ich dem. Kevin. Das ist so. Ich schick dir Fußball an und du sagst mir, welche Füße schöner sind. Ich mag deine Füße. Oh. Er mag keine Füße. Emotional damage. Marcel, warum willst du uns unbedingt deine Füße schicken? John ist zum ersten Mal hier und du willst ihn jetzt? Nein, ich muss ihm gleich mal zeigen, wo das Niveau ist hier. Du verjagst ihn. Ja, papa, papa. Er kommt nie wieder zurück. Jetzt kommt er erst recht zurück. Guck, jetzt redet er schon gar nicht mehr, du hast ihn verjagt. Ich hab so dem Thema nichts beizutragen, aber solange ihr euch nur über Füße austauscht, ist alles in Ordnung. Hm. Oh, jetzt geht's wieder los mit dem Fußdingens hier. Jetzt kommen die Clips wieder. 20.000 Clips über Füße. Geil. Ja. Ach Gott. Ich muss mein Handy laden. Wie kommt die denn her? So, jetzt hab ich jemanden, der hier... Ja, ja, du bist richtig süß. Alter, ich hab alles verloren, ne? So behindert. Oder warte, hab ich hier mal eine anderen Base. Das kann sein, dass ich hier noch welche habe. Hey, komm mal. Was? Oh, du bist so eklig. Warte. Du. Du bist in der Fuß. Nein, du bist kein Fuß. Weißt du, was er gemacht hat? Er steckt so ein kleines, kleines Stäbchen in seine Tastatur. Damit, ähm, das blockiert und dann kann er craften, ohne da zu sein. Oh, wow, Kevin. Er ist so ein Cheater, ne? Viel Fou zu sein, Kevin, ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich dasselbe mache, aber ich hab hier, ähm, Gummis drauf. Ja, Verhütung ist wichtig, Leute. Nein. Ihr seid, ihr seid doof, ich mag euch nicht mehr. Ich bin wieder da. Und warst du weg? Ich war eine Rauche. Nein, jetzt hab ich ein Fuß-Video geschickt bekommen. Ja. Johnny, wenn du mir noch einmal sowas schickst, blockiere ich deine Nummer. Schickt er mir wirklich Fuß... Ihr seid doch behindert. Ey. Mach weiter. Oh Gott, Leute. Das hört sich an. Achso. Nein. Nein. Ich hab mich jetzt, keine Ahnung, auf sein Gesicht gefreut oder so. Und dann krieg ich Fußbilder. Ihr seid schrecklich. Und stell dich auch an. Ah. Man muss klein anfangen. Die waren in den Schuhen drin, alles bedeckt, Mensch. Ja, aber ich möchte die halt nicht sehen. Nein. Ich steh nicht auf Füße. Das sagst du jetzt? Äh. Hältst du dich klein? Wann bist du? Oh, ne. Oh, ne. Ich brauch Weizensaat. Wo finde ich denn jetzt Weizen? Äh, das kannst du beim Händler kaufen. Ja, aber ich hab sehr viel Weizen, aber keinen Weizensaat. Kann ich das nicht irgendwie machen? Nee, nee. Du musst den beim Händler kaufen. Weißt du, da wo du den einen angeschossen hattest? Aber ich hab nen Händler gefangen. Kann ich den auch nehmen? Ja, den kannst du auch fragen. Wenn du den richtigen gefangen hast. Weil es gibt drei Arten. Ich hab Paul-Händler. Ah, das ist nicht richtig. Eiße. Scheiße. Bruder, wo willst du hin? Ah, du gehst ab. Das ist gut. Hier wird Menschenarbeit gemacht. Handarbeit. Wo ist das? Ihr seid so ekelhaft. Ach, Leute. Wo ist denn der Händler hier? Wo ist der Bruder? In dem Dorf, wo ich... Ja, ja. Ja, da. Der ist hinten. Ich... ich seh ihn. Ich glaube, es ist der Rote. Bruder, ich... Die Reform von dem Soldaten dort kam mir bekannt vor. An dem du da vorbeigegangen bist. Bekannt? In welchem Sinn? Historisch bekannt. Ach so. Ich dachte, er ist aus dem Spiel geklaut. Nein. Da, 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 da. Was hat er jetzt bestimmt nicht gemeint? Was? Ja! Alter, warum kannst du hier keinen Honig kaufen? Ich möchte, dass meine Pauls miteinander sexen. Wow. Dann sollen die Anubis machen. Wir brauchen die Honig? Ja, es muss ja flutschen. Du musst... Du musst... Du musst... Du musst... Du musst einen Kuchen... Einen Kuchen backen. Irgendwie turnen dieser Kuchen sie an. Und dann machen sie Babys. Du hast ja gesehen, was man mit Kuchen machen kann in American Pie. Das ist... Oh ja. Oh Gott. Ich glaube, in American Pie wurden mit dem Kuchen keine Babys gemacht, oder? Cupcakes. Oh, ihr seid so ekelhaft. Wo denn los, Jungs? Ich hab gar nichts gemacht! Gar nichts! Erzähl mir... Was erzähl mir mehr? Guck American Pie, mein Junge. Wenn ihr euer... Dingens in... Kuchen rein... tut... In KuchenTV? Moment. Wenn ihr da rein tun? Nee. Und KuchenTV? Nee. Aber er hat in den letzten Sendungen so irgendwie so ein Matrosen-Outfit angehabt, so von Sailor Moon. Das hat mich etwas verwirrt. Ich dachte, das hätte ich jetzt wuschig gemacht. Nein, es hat mich nur verwirrt. Es gibt einen Sound, den habe ich hier noch nicht abgespielt, ne? Aber der ist halt scheiße laut, ey. Er wurde wuschig davon. Nein, das ist nicht möglich. Da fehlt die Sympathie. Oh mein Gott. Also, wir haben ja gerade über diesen Kuchen gesprochen, ne? Und dann schreibt Jonny in den Chat, oh ich mach das heute noch. Ich hab jetzt gedacht, er vögelt einen Kuchen. Einen Kuchen oder den Kuchen? Einen Kuchen. Okay. Aber ich glaub, das was er meinte ist, er guckt sich American Pie an. Ich hab verstanden, er vögelt einen Kuchen. Ja, jedem seins, ja. Jonny heute Abend so. Das erste war richtig, du vögelt einen Kuchen. Also, das Niveau ist heute wieder ein bisschen bodenlos hier, wa? Oh, ich kann das Niveau gleich noch weiter nach unten bringen. Hm, aber... Noch tiefer? Ja, Marcel bringt das immer auf den Boden. Marcel, bitte... Ich glaub, das ist ein bisschen zu tief. Nee. Marcel, bitte beruhigen Sie sich. Computer sagt nein. Aber ich will doch gar nicht wissen, was Jonny in seiner Freizeit macht. Ein Vogel... Ein Vogelkuchen. Ein Kuchenvögel. Ein Vogelvögel? Ein Kuchenvögel. Also Jonny, du hast ja gesagt, sei das so klein. Aber so klein? Naja, er nimmt das Sprichwort, fickt die Hände ganz wirklich. Ich krieg keine Luft mehr. Bruder... Oh mein Gott. Das Niveau sinkt gerade sehr... Ja. Also wie gesagt, du kannst gerne machen... Ihr könnt gerne... Machen, was du wolltest. Farah, hör auf! Hey! Okay, reicht mir den Zaun. Kimi, ich bin gerade am Kuchen backen. Und man ist doch noch für Jonny nicht. Oh... Jonny, das wirst du nie wieder los. Wenn wir am Samstag mal so streamen, sie werden dich auseinandernehmen. Das sagst du dir selbst zuzustehen. Ach, diese Betten gehen mir echt auf die Nerven gerade. Welche Betten? Oh, diese Paul-Bettchen. So, ich... Hast du gesehen, was für Bettchen wir noch bekommen? Ja, die blauen da. Ja, Sam hat mir die heute gezeigt. Ich dachte mir so, wow. Aber die nehmen sehr viel Plotseln. Ja. Aber ich brauche die vielleicht für die Großen. Der Kuchen ist gebackt. Bei Beppo im Stream gibt's jetzt Paul-Sex. Ja. Wo ist denn jetzt mein... Er ist wegglaut und er will keinen Sex haben. Komm, Quiver. Du wirst jetzt... ...genommen. Der heißt Quiver. Komm, hör auf! Was, wenn er keinen Sex haben? Dann würd ich sagen, ab zu Beppos Stream. Alle, komm. Wir machen jetzt 5 Minuten Sex. Komm, hör auf zu essen. Du hast Kuchen gleich. Guck, wie süß. Du wirst gleich gegessen. So. Jetzt wirst du vernascht. Der Kleine wartet schon ungeduldig da. Leute, was ist das für ein Niveau heute, bitte? Nee, was läufst du weg? Komm hierher. Was gehst du jetzt wieder essen? Mein Kuchen, Johnny. Komm. Ich möchte Anubis. So. Habt Spaß. Kannst du nicht die Tür zu machen? Was läuft denn wieder weg? Komm her. Es gibt Kuchen. Oh, Johnny, ey, alter. Pass auf, sonst nimmst du Pädobär mit. So, komm her. Geh mein Anubis machen. Mach mir einen gesunden. Wie war das bei Marshall und Lily? Ja, Beppo, wenn du zuguckst, können die nicht. Doch, guck, das All geht weiter. Es knistert. Es knistert. Es knistert. Nur so zwischen den beiden. Wer ist überhaupt der Junge? Sie ist das Mädchen. Er ist der Junge. Wie will er sie bestäugen? Er hebt sie hoch und dann stellt. Wie so ne Socke. So, ich geh mal äußern abbauen. Ich hoffe bis dahin sind wir fertig. Oh, er ist auf sie drauf geklettert. Dann brauchst du dein Spiel wenigstens ab 18. Nein, es ist Aufklärung. Man soll ja Kinder schon frühzeitig aufklären. Aber nicht wie Prollsexen. Klar. Du weißt, ne? Wir gendern doch. Die Deutschen haben ja gesagt, es gibt jetzt Entdeckungsräume in den Kitas. Wenn die meinem Kind da irgendwas entdecken würden. Ich entdeck denen was. Naja, dann rum aber schon länger. Da steht da nur so einer im Raum hier, guck. Ach, Pädobär. Du bist doch viel zu fett für hier in die Wanne. Was gehst du da in die Wanne? Also solche Räume gibts in Rom schon länger. Naja. 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 Da wo du zu Sünder hin gehst. Ah, nee. Ähm. Sag nix deinen Eltern. Da muss doch was zu tun haben. Das sind die Menschen, die einen Scheit über dem Kopf haben. Naja. Da gehst du zum Entjungf. Ähm. Beten. Beten. Standartspruch sag nix deinen Eltern. Gottes Hand ist nie über dir. Oh, nee, nee. Ist das grad ein Remix oder haut ihr alle Rhythmus, haut ihr alle im Rhythmus auf den Stein? Ich glaub, wir hauen ohne Scheiß aus Versehen wirklich. Was machst du denn da? Ja. So, ich brauche noch etwas Eisen und etwas Kohle. Danke Kumpel. Ah. Danach komm ich die Böme abreißen. Wo gehen wir? Wir gehen zurück. Space. Wo haben wir Muni hin verloren? Die ist doch noch bei ihrem Muni. Ah. Oder die ist schon wieder da und stellt jetzt ihr PC grad um. Oh, der Mikro geht wieder nicht. So viel Möglichkeit. Jana war auch vorhin da, kurz. Die arbeitet. Die ist halt am Mittwoch wieder da. Und bist für der Fortnite. Geil. Ja, sie will halt kein Paul World spielen. Verständlich. Komm, Marcel. Nein, nein, nein. Ihr braucht gar nicht versuchen, mich zu überreden. Vergiss es, nein. Ich schenk dir den PC, wenn du mitspielst. Oh, wow, alles klar. So stark ist mein PC nicht. Das tut mir leid. Ich schenk dir, ich hab dir gesagt, ich schenk dir meinen PC. Nein. Oh, ist nicht auf Flair, schau. Er will halt die Knochen. Er will halt die Knochen. Er will halt die Knochen. Ich weiß es aber wirklich nicht. Was läuft? Ob es flüssig läuft, ist das andere. Aber es läuft. Wie tun wir einem so gut los in den Rücken fallen, wie du es gerade gemacht hast? Also du brauchst, du brauchst ein i5 3570K mit 3,4 Gigahertz mit 4 Core. Aber Speicher 16 GB. Und Windows 10, das sind die Mindestanforderungen. Hat also beides. Ist vorhanden. 2 hat er sich schon, das weiß ich jetzt nicht. Also ein i5 brauchst du mit 3,4 Gigahertz. Mindestens die 1050. GTX 1050. Also ihr könnt meinen PC mittlerweile besser als ich. Und empfohlen werden i9 mit 3,6, 8 Core, 32 GB RAM, die RTX 2070. Ich hab den neuen ja auch nicht zusammengestellt. Du hast ja halt schon... Welche Grafikkarte hast du drin? 40 irgendwas oder 30 noch? Warum stellst du mir so viele Fragen? Ich hab doch einen neuen PC. Ich guck den Pitzing an nicht mehr. Oh Kim, ich guck mal in deiner. Anja, hast du noch gar nicht bearbeitet, ne? Deine Dings. Natürlich, ich hab das auch überhaupt bearbeitet. Ich guck, was du hast. Du hast. Oder? PC, hallo. Der PC, der jetzt da steht, das ist mein neuer. Du hast drin, äh, Radeon 7900 XTX. Ja, okay, die ist mit der, mit der 40 irgendwas zu vergleichen. Das ist die aktuell mit die beste Grafikkarte auf dem Markt. Nach der 40. Die hab ich in meinem neuen drin, ja. Ja, naja, mein ich ja. Da hab ich das Baba vom Baba zu Baba. Ja, den Dreck verkaufen sie immer noch. Oh, komm, mein Junge. Geh wieder in eine Mutternsicht. Also, ich hab den PC für 1000 gekauft, glaub ich. Aber, ich hab halt nicht nur den PC gekauft damals. Ich hab mein ganzes Setup gekauft, weil wir hatten, glaub ich, für 2000 Euro oder so. Also, seit wann hat das ganze Geld in, Dobby? Ich hab ihnen heute auch ein neues Geschirr gekauft, ey. Ja, wir haben das in dreifacher aus, ne? Riffen. Mhm. Ich würd's gar nicht wissen, wie, wie teuer die Katze momentan ist. Ja, doch, doch, doch. Also, es freut mich zu sehen, dass ich seit meinem Geburtstag einen guten Durchschnitt an Zuschauern habe, ne? Hype, hype, hype. Ich find das toll. Ich könnt dem echt den Arsch küssen. Kim, du brauchst nen Hype-Komment. Du brauchst ganz viele Hypes, mein. Bei Emotes. Warum? Weil ich gerne außer Verzeichen Hype mache. Okay, dann mach das doch. Muss ich das also. Ich hab hübsche Emotes, das reicht mir. Ja, kannst du da. Ah, ne. Dafür muss dein Bot ein Abo sein. Damit er Emotes posten kann. Ich hab noch nicht mein Hype-Emote. Oh, ich hab ein Hype-Emote. Denn. Ich hatte letztens sogar meinen ersten Hype-Train, ne? Ja, da hab ich dafür gesorgt, beziehungsweise ich hab damit angefangen. Ja. Jana und Michi. Michi hat auch mit reingefeuert. Mhm. Tschüss, tschüss. Ich hab jetzt auch noch 37 Abos. Ich hab aktuell nur noch 7. Ich glaub, es wird wieder fett ausgezahnt. Ja, geh ich auch von aus. Also insgesamt habe ich irgendwas mit... 50 irgendwas, keine Ahnung, aber aktuell habe ich nur 7. Ich möchte dieses Jahr auf meine... 1.000... 1.000 Subs? 1.400 oder 1.500 Follower, komm. Ich bin bei 1.386. Schossen. Zieh den Pulli an. Heute hab ich noch... Noch einen dichteren Pulli an, Leute. Ich bin heute wie ein richtiger Penner zur Arbeit gegangen. Alles richtig gemacht. Ja, wir müssen sich denn da was zeigen. Na eben. Ich geh zur Zeit auch durch. Ich geh mit Trädingshosen zur Arbeit, weil... Wurde eh dreckig. Ich hab extra eine für die Arbeit. Was soll ich denn machen? Ich verstehe die Leute. Wir haben eine, die kommt aufgebrät. Mit Mini-Kleidchen und alles. Und weißt du, geschminkt bis zum Gehtnicht. Und ich denk mir so, okay, Girlie. Sieht ihr denn gut aus? Kaprile. Du weißt doch wie Elsa aussieht, die Eiskönigin. Mhm. Aber Beppo kennt sie. Beppo, sieht die gut aus? Die Anna? Ja. Ich war mit ihr raus. Ja, wie sieht sie aus, Bepps? Angetrug und ausge... Angetrug und ausge... Oh, wow. Sie sieht auf jeden Fall besser aus als ich. Ja, sie ist schon heiß. Ja, sag nicht ja! Sag nicht ja! Sag nicht ja! Mann! Nein! Nein! Liegt mich am Arsch, Mann! Blödes Arsch, Mann! Äh, definiere... Also, John, du kannst auch uns dazwischenreden, ne? Äh, sie sieht halt eben aus wie Elsa, die... Die Eiskönigin. Hat die Insta? Hast du die bei Insta? Ich hab die sicher nicht bei Insta, weil ich nichts mit ihr zu tun haben will. Beppo? Ich hab nur ihre TV-Nummer. Ja, okay, die bräuch' ich nicht. Aber da, Beppo, ja, sagt, sie wär hübscher als ich. Au. Wow. Ja, Beppo, da bist du jetzt selber dran schuld. Das kriegst du nicht mal weg. Sie ist halt ne Blondine, weil sie sieht für mich aus wie Elsa, die Eiskönigin. Die Arsch. Die Blondinen steht. Die Blondinen steht. Dann, an Frauen wie Elsa, siehst du, John? John, danke, John. Danke. Ich mag John. Beppo, willst du gehen? Nein. Ich behalte John und du gehst weg. No. Nein. Nein, 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 nein. Jemand, der mir sagt, ich wär nicht hübsch, da kannst du's eh vergessen. Ja, gut. Du bist hübsch in der Franz-Zone. So. Da kommst du nicht mehr raus, Beppo, und das. Den Grafen hast du nicht mehr, den Grafen in der Sonne. Auch wenn Kim gesagt hat, so, ne? Da kommst du als Mann kommst du nicht mehr raus, obwohl es die Frau gesagt hat. Da bist du. Also, Beppo, bitte, jetzt hat er, ja, schaufel dich bitte wieder auf den Grafen. Ich hab, ich hab auch Erfahrung, ich hab mich auch schon versucht, um rauszureden, aber das bringt alles nicht. Beppo, bitte, schaufel dich ganz langsam frei. Wir gehen nächste Woche, Picanhas. Nein, ich geh mit dir nirgendwo. Kevin, willst du Picanha? Der geht auch nirgendwo mit denen. Das ist, als würde eine Frau fragen, wenn ihr auf die Straße geht, die hat Ähnlichkeit mit mir, oder, da kommst du nicht raus. Entweder sagst du, nein, die ist nicht hässlich, beziehungsweise, nein, die ist nicht schön. Dann sagt die Frau, oh, was, ich bin hässlich, oder, ne? Und wenn du sagst, ja, die hat Ähnlichkeit mit dir, dann sagt die Frau, ach so, findest du hübsch, ja? Da kommst du bei sowas, kommst du nicht raus. Einfach den Mund halten. Ja, einfach sagen, äh, ich sag's dazu gar nicht. Obwohl, da sagt die Frau bestimmt, ach so, also bin ich jetzt hässlich, oder was? Aber es ist vorbei, es ist vorbei, Beppo hat sich schon eingekerkert. Man kann, man kann auch sagen, dass man in der Friendzone ist, aber man kann auch sagen, dass die Person hübsch ist. Hab ich ja. Nein, du hast gesagt, 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 du hast nicht hübsch bin. Du findest den klein, du findest den kleinen Bimbo hübscher als mich. Mein Herz ist gebrochen. Ich bin, ich bin hübsch, ihr könnt mich eine mal am Arsch lecken, Mann. Ich bin hübsch. Ihr seid Wichser. Ich halt mich da raus. Ich bin komplett raus, Mann. Ich bin hübsch. Kevin, bin ich hübsch? Ja. Beppo, du bist für mich gestorben. Du kommst nie wieder hier rein. Knuff, er kommt nie wieder. Du bist nicht hübsch, du bist sexy, besser. Danke, Michi. Danke, Michi. Ich hab Tränen in den Augen. Er hat gesagt, ich bin nicht hübsch. Also ich persönlich find mich hübsch. Leck mich am Arsch. Das ist schön für dich. Ja. Obwohl, er hat Kevins Knie, die mag ich auch mehr. Ja, das Knie. Niemand findet mich hübsch. Die Ehrenschenkel. Die Ehrenschenkel auf jeden Fall. Ich mag euch alle nicht mehr. Ich geh jetzt in die Ecke weinen. Ich hab gar nichts gemacht. Noch. Gar nichts. Du hast mich nicht verteidigt, Marcel. Du hast nicht gesagt, dass ich hübsch bin. Ich find mich auch schön wepp... Boah, ihr seid alle scheiße. Emotional Damage. Wo ist Jana? Jana würde sagen, ich bin... Ihr seid scheiße. Ich mag euch nicht mehr. Halt dein Maul, du Fotzer. Ich sag das Jana und ich flex euch alle weg. So, jetzt sagen wir alle, dass Kim die hübscheste hier gerade alles ist. Nein, das meint ihr nicht ernst. Au, wow. Ihr seid gemein. Nee, ich sag dazu gar nichts. Nee, ich halt mich auch nicht. Ihr seid einfach nur verletzt. Ihr seid verletzende Schweine. Nein, ich hab dich... Pastor John, der hat nix gesagt. Ich hab dich anders kennengelernt und, äh, ja. Das ist nicht Beppo, das ist, das ist Marcel mit den Sounds. Ist so, das ist nur ich. Der behauptet, du bist nicht hübsch belügt. Oh, ho, ho, ho. Beppo geh raus, ich behalte John. Wer sagt, dass er nicht lügt? Bitte verlasse sie meinen Stream. Ich hasse euch. Mein Herz ist gebrochen. Jetzt in die Ecke heulen. Herzlich willkommen in dem Dörren. Ach, Fick dich. Computer, sag nein. Doch. Ich nehm. So, wir reißen uns jetzt wieder alle zusammen. Nein. Ihr konzentriert euch auf eure Kinderarbeiter im Spiel und das ist gut. Ich lasse all meine Polls jetzt los. Oh, wow. Tschüss, bye-bye. Winke, winke. Scheiße, ich hab nicht genug Betten. Warum werden mir Clipper angezeigt, wenn ich Keylades eingehe? Check it. Also Clipper sind Feuerzeug. Ja, das weiß ich. Weil mein Recht ist, Keylade macht langsam einen Abflug. Fails. Ja, ich geb den ganzen noch zwei Tage, dann lieg mir das Ding auf den Tisch. Aber jetzt sind meine, John, jetzt sind meine Polls wieder alle da. Jetzt geht's hier ein bisschen zackig. John, hast du kein langes Ladekabel oder was? Er will einfach nicht mit dir reden. Ich bin übrigens aus dem Witz hier, weil man hat auch nur noch verzeiht. Ach, er ist raus. Ich hab das gar nicht mitbekommen. Sorry. Ja, John nennt eine To-Do-Liste, ne? Ein langes Ladekabel. Oh, jetzt sieht das schon viel hübscher aus, ja. Guckt euch das an. Sind sie wieder alle da? Ja, es sieht sehr hübsch aus, Kipp. Naja, sie sind wieder alle da. Ihr könnt mich alle am Arsch schlecken müssen, ne? Ihr seid alle unten durch bei mir. Außer John. Danke. Also, ich hab gar nichts gemacht, hallo? Ja, du hast dich aber auch nicht. Du hast mich nicht verteidigt. Ich hab gar nichts gemacht. Du hast mich nicht verteidigt. Du hast mich nicht verteidigt. Du hast mich nicht verteidigt. Wow, wow. Nee. Ja, ja. Ja, ja. Tschüssi. Und weg. Wie ist Dani dann? Nein. Ich gehör zum Inventar. Ich muss bleiben. Ich gehör zum Inventar. Ich muss bleiben. Ich geh euch alle scheiße. Kann ich mir reden. Guck, jetzt ist der schon erkältet, der Penner. Ich schwör's. Ohne Plus. Dankeschön. Ja, dann isst doch was, wenn du Hunger hast, du Idiot. Ja, Michi, ihr seid gemein zu mir. Oh, nackt mir nicht. Oh, jetzt steht man hier so wie eine Doofe zu craften. Ab, ist schon krass, was ich hier gemacht habe innerhalb von ein paar Stunden. Kannst du das bitte machen? Nee, du machst Feuer. Ich hoffe, Beppo stirbt im Spiel. Oh, weia. Wir reißen uns zusammen. Ich hab gesagt im Spiel. Oh, weia. Oh, weia. Ja, Beppo. Ich hoffe, du stirbst im Spiel. Ich hoffe, du stirbst im richtigen, elenden, ekelhaften Tod. Okay, Kim, reiß dich zusammen. Im Spiel. Ja, alles mutterlos. Im Spiel hab ich ja gesagt. Ihr könnt euch anschließen, wenn ihr wollt. Ja, Winn, du musst mir mal... ...ne Audio schicken. Mit Oh, Kim. So wie du das immer sagst, ich brauch die auf Discord. Nein. Ich brauch den Sound auf Discord. Das geht mir schon so fucking auf die Nerven, wenn er das immer hier sagt. Ja, mit... Okay, du willst es doch. Was? Was? Was weiß ich? Ha? Ha? Na ja. Lecken sie mich. Die sind zäh. Hm, Füße. Können mich alle mal am dicken C lutschen. Kann jemand mal bitte was machen? Danke, Bibi Blocksberg. Äh, danke. Ich glaub, sie ist... Ne, danke. Ich glaub, sie ist doch nicht rangekommen. Boah, ey, guck mal wie die... Wie fix die das macht. Ich kauf mal eben das Spiel. Das ist eine gute Entscheidung. Du brauchst eine Ahnung von Akustik-Paneele? Hm, was willst du wissen? Welche gut sind, also welche den Schall vernünftig absorbieren, weil meine... Ich hab so das Gefühl, ich hab diese, diese kleinen Dreiecke auf einer Matte quasi, ne? Ich hab das Gefühl, die absorbieren nix. Das Wichtige ist, ähm, bei Akustik einzudämmen, ist wie, äh, ne Isolation. Das bedeutet, du musst, äh, Luft dazwischen haben. Hm. Ja, das, das hab ich ja. Ich sitz ja auf... Keine Ahnung. Gut, ich quatsch gegen meine Monitore, so, ne, aber... Was ist, wenn ich bei nem Bus bin und die Zeug ist dumm? Pesch. Da stirbst du. Pesch. Ich war auch, wenn ich... Ja. Pesch nennt man das. Oder hätt ich, hätt ich zwischen die Paneele ein bisschen, ein bisschen Luft lassen müssen. Sag dem Bus vielleicht, dass er hübsch ist. Dann bringt er dich nicht um. Entschuldigung. Kannst du... Bin die überhaupt noch drin, Tinker? Sie ist... Glaub ich nicht mehr drin, oder? Doch, sie ist noch drin. Nee, Beppo, wenn er... In Discord-Books, die hab ich. Nur in lang. Also meine sind ein Meter lang. Ja, bin gleich da. Ah, okay. Ich wusste nicht, ob die noch im Discord ist, Tinker. Hätt ich, hätte ich hier zwischen, also da wo die Linie ist, hätte ich da Luft lassen müssen, oder? Ah, warte, ich, äh, guck mal. Ich hab neun von zwölf Betten. Und die da hast du nicht. Oh. Nee, das ist nicht das Problem. Ähm, die da sind ja, äh, nicht schlecht. Aber das Problem bei denen, die sind nicht zu dick. Ähm, äh, hätte man die gleichen, die ungefähr, sag ich, äh, 15 Zentimeter dick, äh, hätte, würde man besser, äh, Schalise zu gehen. So, die, die hier ungefähr. Oh, ich mach die jetzt. Ah, nee, die sind genauso dick. Die sind genauso dick, aber... Die sind fünf Zentimeter, oder? Ich mach' einen kleinen Cheat hier. Ja, 2,5. 2,5, oh. Oh. Ah, mach' die Zahn. Hm. Aber ich will ja mein Schlafzimmer umbauen. Okay. Und, glaub' meine, die ich hier an der Wand hab', die kann ich, glaub' ich, weghauen, nachdem ich die abgemacht hab'. Ja, die, die Dinger kannst du nur einmal benutzen. Mhm. Die sind fünf Zentimeter hoch. Das wäre schon besser. Aber, was willst du genau, ähm, was, äh, was willst du... Ähm, wie willst, äh, was willst du, äh, schuldig machen? Hinter meinem PC. Dass er dich nicht mehr hört. Nee, dass, dass man mich, äh, nicht allzu laut schreien hört. Nee, das mag ich auch nicht mehr. Mhm. Nicht den Ball werfen, bitte. Ja, ich bin den Ball geworfen. Also, mein Schlafzimmer kommt dann auf jeden Fall unterm, unterm Schreibtisch. Komm. Äh, kommt auch ein Teppich drunter. Ja. Das ist noch ein bisschen schallisolierender und auch wenn ich mit nem Stuhl immer so hin und her, weißt du, dass das nicht direkt so auf dem Boden ist. Ähm. Ja, und dann halt hinterm PC halt die Wand quasi. Ja. Das ist der Charakter. Wieso, haben sie den Nachbarn schon beschwert? Naja, anfangs kam doch mein Nachbar immer hoch. Ernsthaft? Der kam immer hoch, ich bin immer zu laut, ich schrei immer so rum. Deswegen hab ich mir die Akustik-Dinger ja nur an der Wand geklatscht. Und seitdem ist er nix mehr. Ich hab auch erst überlegt, diese 3D-Panel an der Wand zu kleben, aber die sollen scheiße sein. Die sind nicht so hier. Diese Plastik-Dinger, weißt du? Ja, die sind nicht so hier. Mhm. Was die Nachbarn sollen bei uns echt einmal kommen, ich glaub, ich steck dem einen seinen Saxophon in den Arsch. Ja, stimmt. Da gibt's ein Saxophon in seinem Arsch. Da spielt so oft Saxophon, geht uns so auf den Sack. Also der soll mir nicht kommen, ich schlag den kaputt mit dem Saxophon. Und ich mach das bei dem Panel auch. Ich steck sie nicht mal so in den Arsch, aber... Ich mach das bei den Panel beim nächsten Mal auch anders. Ich klebe da eine Holzplatte hinter. Ja, die sind jetzt bei mir direkt an der Wand geklebt. Das sollte man nicht machen. Mit der Holzplatte oder direkt an der Wand kleben? Direkt an die Wand kleben. Wie sollt ihr rausbleiben? Wenn ich sie abmache, ich hab erstmal ein bisschen was zu schleifen und zu... Man soll eigentlich immer so eine Spanplatte, auf die soll man sie kleben und die Spanplatte fixiert man dann an die Wand. Ja, so will ich das machen. Guckt euch diese Maschine an. Ich hab auch erst geguckt wegen diesen, diesen Holzleisten auf Filz. Also die normalen Akustikpanel. Oder Akustikwände sind das ja schon fast aus dem Baum. Ich muss den einen abholen. Ja, das sind die, wo ich... Die mache ich hinter ins Bett. Na, teuer ey. Eine Platte, 1,10 mal 2 Meter, glaube ich. Also 1,10 breit und 2 Meter hoch. Ich nehme den jetzt mit. Das sind über 100 Euro bei uns. Eine. Brauche ich zumindest 4. Also bei uns die... Wenn ich mich jetzt nicht irre... 60 breit, 2,40 Meter hoch sind 89. Das sind die billigen und die, wo ich haben möchte, das ist mit Motiv, aber auch mit Holz. Da bin ich bei 780. Also hier wird mir gerade bei Google was angezeigt von Momento Acoustic. Weiß die Seite? 2,40 mal 60. Kostet 60 Euro plus 15 Euro Versand. Ja, quasi fast ein Preis wie bei uns hier. Ja. Mal sehen, wie machst du es eigentlich mit den Sounds? Äh, ich habe ein Soundboard bei Discord. Und das ist ja nicht doof, deswegen. Bei Discord kannst du dir ein Soundboard erstellen. Ich hätte ja bei Kim noch welche reingemacht, aber darf nicht. Ich wollte das noch machen, aber ich bin zu voll dafür. Kommt noch. Und wenn ich mein... Guck nach wie klein meine Base war. Und jetzt komme ich zu der großen. Wenn ich mein Stream Deck habe, dann kommen noch viel, viel mehr. Auf Discord hast du nur eine begrenzte Anzahl. Wie du reinmachen kannst. Wie unterschiedlich die Preise sind, Alter. Ja, die Panele sind wirklich sehr unterschiedlich. Bei Bauhaus. Kosten. 2... 2,50 Meter mal 30. Du kannst so ein Soundboard machen. Im... 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 Im Dingem. Äh. Discord. 2,50 mal 30. Kosten 38 Euro bei Bauhaus. Du musst es auch noch für dein Ding ins Einsteigen. Sieht schon viel hübscher aus in meiner Base, jetzt wo sie alle da sind. Hat Johnny einen eigenen Discord-Server? Ja. Na, dann gehst du einfach nur auf deinen Server. Und dann oben auf dieses Dreieck, neben deinen Servernamen. Und da steht dann Server-Einstellung. Und da kannst du dann... Und das Soundboard kannst du Sound-Zinn zufügen. Ich kann echt nervig sein. Das stimmt. Deswegen mach ich dir auch nur ein paar so einen Momenten. Nein, wir haben andere, die uns ein bisschen damit auf die Nerven gingen. Ich hab echt alle meine Dinger verloren. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Wenn ich euch damit abpacke, müsst ihr es nur sagen, ne? Nein, nicht du, ich rede. Ja, ich meine nur. Das ist dann verbunden. Nein, das ist nicht über Twitch, das ist über Discord. Das hört man in Twitch, weil, äh, Kinder Discord-Soundspur hat. Sie. Deswegen hört man sie ja auch reden. Wenn ich das ausmachen würde, würdet ihr sie nicht mehr hören. Boah, immer diese scheiß Cookies, ey. Ich find das halt immer so doof, wenn man, ähm, Discord nicht hört. Dann klingt es so, als würde man mit Geistern reden. No. Ich glaube, wie er sagt, man hört lieber Twitch. Ja, das ist, weil ich eine externe Discord-Spur habe. Und darüber hört man das im Stream. Ich hab hier fünf, sechs Spuren in meinem OBS. Ich muss ja auch mal ein extra haben, damit du dich nicht biefst mit Twitch. Wegen, ähm, der Musik. Weil ich diskutiere da relativ oft mit denen. Ich hab einfach meine, meine Soundspur ausgemacht. Meine VOD-Soundspur. Ja, aber die Sache ist zum Beispiel, sie, sie werden sogar dumm, wenn wir Fortnite-Festival spielen. Da werden auch unsere Töne geblockt. Das ist einfach nur, weil Twitch, äh, selber die Rechte nicht hat. An der Musik. Ich find das einfach nur doof. Ich find's auch bescheuert, aber, ja. Ich soll's doof. Mhm. Ich hab ne ganze Szene gemacht. Wo ich alle meine Tonspuren drin habe. Gamesound, Discord, Spotify. Soundboard. Da ist Spotify getrennt bekommen, haben wir das auch mal. Das ist, äh... Also ich kann's dir nur von mir sagen, Spotify läuft bei mir aufm, auf ne extra, äh, Sound-Carte quasi, in Anführungsstrichen. Ich hab Spotify unter, äh, Realtek Audio, oder wie das heißt, laufen. Realtek Digital Output. Da läuft Spotify bei mir drüber. Bei Kim weiß ich nicht. Ich hab halt einmal die externe Tonspur, ähm, ähm, OBS. Und dann hab ich noch das Programm von Salva, wo du die Musikwünsche machen kannst. Äh, ich muss gucken, wie ich das gemacht hab, weil ich hab das... Alter, was hat mich denn da angeknallt? Ich muss, äh, Johnny, äh, Spotify musst du unter Windows, musst du in Anführungsstrichen einen Lautsprecher hinzufügen, wo das denn drüber läuft. Und das dann in OBS einfügen. Das ist alles kein Hexenwerk. Nein. Ihr müsst euch sehr viel mit YouTube auseinandersetzen. Ich hab mir auch vieles durch YouTube guten, äh, ein bisschen hat Kim mir gesagt, oder gezeigt, wie auch immer. Aber vieles hab ich über YouTube erfahren. Aber wenn du's einmal drauf hast, ist es kinderleicht. Ich könnte mein OBS jetzt, äh, von Grund auf neu aufbauen. Innerhalb von, keine Ahnung, 10 Minuten. Halt, der Hirsch ist einfach eingepennt vor seiner Arbeit. Geht's dir gut, Brudi? Halt's ihn aus. Obwohl, ich hab hier mega viel Platz für sie gemacht, ne? Ja, aus. Oh, Mann. Deprisso gönnt sich ein Päuschen. Find ich nicht gut. Hier musst du gearbeitet weg. Pass mal auf, Zorro. Ich baue einfach mich herum, okay? Lauf ruhig, weißt du. Dann schläft hier noch, Alter, Wurm. Hat der Steine gezogen? Hä? Hat der 500 Steine noch vorhin mal her. Johnny, ich kann das mit dir machen, wenn du willst, wenn du wieder zu Hause bist. Dann können wir das gemeinsam machen, wenn du willst. Also, wenn du meine Hilfe willst. Wenn ich, dann nicht. Deprisso ist ein fauler Sack. Ich fühle Deprisso. Du warst der, der gesagt hat, das wäre ein Nespresso, ne? Wenn er durch den Dingens geht. Ich hab den Witz heute erzählt. Ich glaub, das gleich hat Moni sich von Marcel abgeguckt. Was? Ich komm gleich. So, ich hab ihnen einen kleinen Überdach gebaut, nicht, dass es auf sie regnet. Genau. Und es regnet es ja auf meine Süßis. Ich hab das auch hoch gemacht. Ich hätte es unten vielleicht auch höher machen sollen. Geht's euch gut? Habt ihr alle genug zu essen? Ich mach mal auf jede Etage noch einen Futterkrog. Ah, ich bin nicht stumm. Ah, ich bin nicht stumm. so. So. Der ist krank. Der ist erschöp. Ja, ich war auch ein Stückchen mit dem Download dabei. Wie schläft der Bär denn, bitte? Ich glaube, es ist nicht besser bei uns. Oh mein Gott, jetzt kommt er auch noch. So gut gemacht. So. Dankeschön. Ich muss Medizin machen. Wo ist denn meine Medizinbank? Habe ich überhaupt eine Medizinbank gebaut? Was willst du? Ich habe meine Medizinbank abgerissen, aber keine mehr dahingestellt. Warum finden die jetzt nix mehr hier? Guck mal her. Was für mir Paldiumstücke. Leckt mich doch fett. Komm, wir gehen mal raus. Ich habe Bock, dass die Mänze hinterher backen. Ich nehme an. Ich nehme an. Ich nehme an. Vomöchen. Vomöchen. No. Vomöchen. Ich habe ja jetzt nur dreieinhalb Stunden wieder hier rangearbeitet. Nun schleppe ich den Hirn auch noch mit. 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 Nun schleppe ich den Hirn. Nun schleppe ich den Hirn. Nun schleppe ich den Hirn. Warum ist es jetzt so still hier? Sind alle weg? Nö. Mit dir rede ich nicht mehr, Bebo. Wo sind die anderen? Weg? Ich weiß nicht. Wo Marcel hin ist. Also über Chat etwas, was wir euch über Marcel erzählen können ist, er stinkt nach Fisch. Das stimmt. Das ist eine richtig schöne ranzige Forelle. Oder Bippe? Ja. So eine, die lange in der Sonne lag. Das ist die Rache für damals. Mit dem auf Toilette gehen. Kann man nicht in Ruhe scheißen gehen hier oder was? Er riecht so krass nach Fisch. Er riecht so nach Fisch, dass man ihn bis hierher riecht. Ja, Marcel, du kannst dir helfen, indem du dich schwächt. Das macht es nicht besser, dadurch stinkst du nur noch mehr. Wie wenn du mit einem Kind sprichst, was so macht. Nein, Bulfi! Ich halte mich da raus. Denk dir mal. Marcel, wir können nichts dafür, dass du so nach Fisch denkst. Mir seid nur leidisch, dass ich in Hamburg wohne und ihr nicht. Du lebst nicht im Zentrum. Nee, ich habe aber nur 15 Minuten bis zum Zentrum. Da hat er dich. Nein. Und außerdem, im Zentrum will ich gar nicht wohnen. Im Zentrum ist assi. Ja, aber da sind sie ja so wie du. Sie stinken alle nach Fisch. Nee. Oh neid, der aus euch spricht. Marcel, du kannst ruhig dazu stehen. Das ist nicht schlimm. Doch. 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 Immer noch doch. Oh ja, Marcel. Wir können das bis morgen machen. Ich werde gewinnen. Computer sagt nein. Was? Ihr seid echt lieb so einander. Ihr erinnert mich an Familien zu Weihnachten. Ja, Marcel ist der Onkel, der niemand da haben will. Ja, aber das ist immer so zwischen uns schon. Wir haben uns ja lieb ein bisschen. Du weißt nicht, ob er uns holt. Im Schlaf haben wir uns lieb. Aber es ist halt, wenn Marcel weniger nach Fisch stecken würde, wäre es halt einfacher. Es ist auch deine Mh. Fisch steckt, du Ansohn. Das ist halt ein großes Problem. Der Fischgeruch an Marcel. Ja. Nein, nicht das. Oh mein Gott. Bleh. Bleh. Wenn wir schlafen, meinte ich. Schlafen. Gottes Will, mach mir doch nicht so ein Herzenfang. Bleh. Ähm. Ich hab mal so einen schönen Spruch auf dem T-Shirt. Heute lachst du, morgen bläst. Äh. 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 Ich musste eine tolle Oase bauen. Ich glaub, ich baue die hier hin. Äh. 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 Schlag im Nacken, weil Kim geht auf meinen Nacken. Äh. 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 Haben sie ertappt. Äh. Äh. Das ist der Donk. Äh. So ist das, Monique. Danke. Danke. Jetzt sind wir nicht mehr nur gut genug. Danke. Jetzt ist sie zu cool für uns. Ja. So schnell kann's gehen. Voll abgehoben. Danke, Monique. Cool. Bin ich jetzt der einzige, der nicht spielt? Ja. Ja. Du bist schon uncool. Schon. Schon. Ich bin gerade cool, weil ich nicht so ein Mitläufer bin. John hat sie auch. Also ich bin auch runtergeladen. Ich geht alle mit dem Hype. Hat auch gar nichts damit zu tun. Ich nicht. Ich spiel's. Äh. Dann erst, wenn er halb wieder vorbei ist. Keine Ahnung, zwei Jahren. Denkst du dann wärst du besser? Hm. Hm. Okay. Ich bin halt von drei Wochen auf Level 80. Okay. Es gibt nicht Level 80, aber cool. Ja, bis dahin gibt's bestimmt schon Level 80. John hat's jetzt auch fertig runtergeladen. Apropos Level 80, ich müsste mal wieder in COD rein, sehe ich gerade. Wann geht die C denn an? Im dritten. Battle passen wir auch nicht für dich. Wie? Wie? Ja, aber das Spiel hier. Wie? Ich hab jetzt die letzten 4 Tage Des Sims gespielt. Gute Zeit. ich hoffe ich habe den post glaube ich schon vor drei vier wochen gemacht theoretisch kann ich mir auch die letzten so viel mir noch ich habe ja noch ein paar quellet ich guck mal ich gucke mein club wiederkommt den würde ich direkt hast du nicht genommen letztes mal so hauptsache mini nikki minaj war noch drin die wollte ich auch alles so ist eh die beste hat da wäre es jetzt erkältet erschöpft depressiv was geht ab alles also der hirsch wieder tot erkältet und was ist depresso der ist erschöpft ich bin erschöpft wenn ich den ansehe leider fühlt mein chef nicht so ihr seid wieder gesund kommt nicht in den mixer aber nächstes mal kommt ihr in den mixer oh es gibt ein neues text set so seid ihr jetzt alle gesund ja guck wie toll wie ich freu wenn die diese text outfit aus aus japan ja ja so sieht der skin aus der ist der ist nice kostet 20 euro mit mit 1000 2400 cd punkte und dann gibt es noch ein train aus der boys und das ist dieses tag outfit der ist ein ding für wsp 9 und für die bus b und ein schlüssel anhänger ja ich habe irgendwas gratis hier kriegen wir dann um bettel passt ich brauche noch eins weil also 333 Slots hab ich noch auf. Ja, krieg ich hin. Mit Bälle Pass Togens. Wie viel hab ich? Keine mehr. Ich hab noch für eine Stunde fünf Stück. Ist die Olle? Ah, da ist die Olle. Die brauche ich, die muss ich schon einsetzen. So. Oh, was hat das heute Lack, man? Puh, das... Wer jetzt Lack bei dir, Kevin? Das ist in einem Bereich immer heute Lack, das geht los. Nun ist Knopps von Schafrias. Wat leh! Okay, gut. Plexi kann man da noch weiter sichern. Es gibt auch neue Herausforderungen. Ich glaube, ich werde jetzt noch weiter die Karte entdecken. Ich mach mal eine Schnellreise zum Vulkan. Kommt der jetzt wenigstens hierher? Ja, Gott sei Dank. Oh, p***a. Jetzt hat mich auf den Arsch gebupt. Wo wohin? Ah, der Bus. Da, Mann. Da, Mann. Lovell am Funkmull noch mal. Mache sich mal. Fängt lauter Pulse. Ich krieg Zeit dafür. Ach. Alles zu günstig dafür meine Führung. Ich bin froh, wie es jetzt alles rausgekommen ist. Weil... Das war... Wie ist sie da hochgekommen? Ich wäre halt echt froh, wenn hier jemand arbeiten würde. Danke. Wie viele Punkte hast du? 34.000 bei mir. Ich hab 50. Ich hab 82. Dragon! Hi, Dragon! Vielen lieben Dank für den Raid! Wie geht's? Wie steht's? Ich komm in die übelste Schwitzerlobby rein, Alter. Alle 250. Hey. Bist du schon 250? Ich bin 117. Mhm. Mir geht's auch gut, ja. Mir geht's noch besser, wenn wieder Wochenende ist. Aber ja. Wie war dein Stream, Dragon? War das sehr toll? Wir machen dir noch einen Shoutout. Warte. Warte. Wenn mein Stream Deck mal wieder funktionieren würde. So. Es freut mich. dass dein Stream gut war. Das freut mich. Ja, wir bauen hier Basen zusammen und ja. Ich frage mich nur noch immer, wie die da hochgekommen ist. Ich hab auch gebaut in Planet Crafter. Planet Crafter, das sagt mir gar nichts. Kennt ihr das Spiel? Nee, sagt mir gerade nichts. Guck dir diese dumme Nuss an. Ich weiß gar nicht, wie sie da hochgekommen ist. Was geht's bei Planet Crafter? John? Sei mein mein Wegführer. Wie bist du hier hochgekommen, du dumme Nuss? Ja, ich merke schon. Du musst einen Planeten terraformen. Okay. Hey, Alter. Was haben die denn für einen Aim? Alter, die ist doch hochgekommen. Du hast einen Wüstenplaneten und du musst den... Ach so, okay. Das klingt interessant. Das klingt nach sehr viel Arbeit, kann das sein? Ja, aber die Chancen ist hoch, weil du auch am Fall... mei, oh mei. Okay. Kriegt mir ja nach viel Arbeit. Was dafür geduldet habe ich mir bekommen? Das finde ich gut. Man soll das spielen, was einem... was einem Spaß macht. So, mal die Demo von Tekken... Und? Wie ist die Demo, Michi? Soll ich mir das Spiel kaufen? Nein, noch. Ja. Doch, werde ich geschockt. Ja, come on. Was soll ich denn da machen? Boah. Kannst ja bei Steam die Demo... Ja, morgen geht's weiter, so binnen fünf Wochen. Okay, danke für den Wait, danke für den Lurk. Und den noch einen schönen Abend. Wo stelle ich die denn jetzt hin? Die Babymacher-Farm. Oh, du platzest. Dann! Ich platte es mal so... Ah, danke, Dragons-Mama. Danke. Und danke gleichfalls. Wo sollen wir die hinstellen? Denkst du, die steht hier irgendwie zu nah am Tor? Weil da ist das Tor. Hm, muss gucken, dass sie passt. Aber ich hab fast keinen Platz mehr, wenn ich die jetzt irgendwie hinstelle. Oder hierhin, einfach so. Eigentlich müsstest du noch massig Platz haben. Nee. Achso, okay, danke, Michi. Okay. Ja, am Tor finde ich eigentlich gar nicht so gut. Nee, nur das ist... Das würde ich nicht so gut finden. Oh, Digga. Hier daneben? Nee, ne? Nee. Vielleicht mehr in die Mitte. So? Das Ding scheint recht groß zu sein. Das Problem ist, ich seh gerade sehr wenig wegen der... Warte, ich leg... Ich stell's einfach mal dahin, dann siehst du ein bisschen, warte. Siehst du jetzt mehr? Ja. Eigentlich würde sie da jetzt nicht so stören, oder? Nee, finde ich nicht. Also, ja, könnte so passen. Ne? Weil, wenn ich die dahin stelle, da ist zu viel beim Tor. Doch, ich würde sagen, da geht's hin. Ja. Mal die scheißgroßen Dinge einfach, ne? Beppo, warum hast du mehr Platz als ich? Du hast die Aufteilung vielleicht nicht so gut gemacht. Kann sein. Aber jetzt kann ich Babys machen. Jetzt fehlt noch der an Saft da. Wo stellen wir den hin? Gute Frage. Ich glaub, den stellen... Was? Ja, nein. Ich glaub, den stellen wir hier hin. Ich bin ja nicht so wie Beppo und will ihnen das permanent zeigen. Damit sie Angst bekommen. So, es geht eigentlich so, würde ich sagen. Weil hier hab ich noch mega krass viel Platz. Schlimmstenfalls nehme ich einfach eine Farm weg. Und dann geht das. Warum schlafen die auf dem Boden? Ich weiß es nicht. Jetzt kann ich hier Babys machen. Da ist der ein Safter. Ja, das waren vielleicht ein paar viele falsche Wörter beieinander. Aber du hast mich verstanden. Alles gut. Du hast mich verstanden. Zum Entsafter. Ja, Hitmarker genau. Ach, Gütchen. Dieses Kurz ist aber sehr lange bei Moni, ja? Ja. Kommt nie wieder. Kommt die überhaupt zurück? Komplett fokussiert im Spiel. Sie meinte vorhin im Stream, ich komm gleich wieder, aber... Das war einmal... Sie wird zu Marcel. Das ist Erz. Wäre cool, aber... Nein, nein, ist jetzt das Erz. Oder sie hat sich einfach nur vergessen zu entmuten. Nein, du bleibst draußen, Tara. Denkst du? Keine Ahnung, sie ist im Duskall auf mute. Jetzt wird sie schon fünfmal gefragt haben. Keine Ahnung. Sie hört uns ja, aber sie ist auf mute. Was macht der... Oh, Wulfi erntet, der Süße. Konzentriert, der dabei ist, ne? Er schläft hier neben dem Feld. Beppo, die wollen nicht in ihren Betten schlafen. Ja, es muss Zorro machen. Oh, jetzt ist plötzlich jeder wach. Ich muss jetzt ja auch durch mit ner Fackel. Ja, nee. So, warte, ich geh kurz toilettisch. Wofi. Wofi, wofi. Oh putain... Das war's für heute. Mal gespannt, hat es geklappt. Ja, es hat geklappt, geil. Mega geil. Hey. 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 So, Kevin. Es wird geklappt, dass ich den stärksten Pols gefangen habe, am Bus. Und du bist aufgestellend, weil ich den Bus mit gefangen habe. Ja. Ja. Und den tun wir jetzt einfach 130.000. So. Wie lange bist du da zu touchen? Ja. Dafür will ich nur noch profitieren, weil nämlich schon Luder-3 gefangen ist. Und ich muss noch in einen anderen Turm, wo ich weiß, wo ich ihn noch kann kreieren. Weil die sind mega nützlich unter Basis zu schaffen. Mhm. Hallo. 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 Du lebst noch. Ja, ich lebe noch. Mein Mann hat ein bisschen an meinem PC herum versucht die ganze Zeit. Na, hab ich doch gesagt. Sie bastelt am PC rum. Ja. Kurz war ich eine ganze Zeit lang unten bei meiner Mama und hab ihr kurz geholfen mit der Wäsche und alles. Das war's. Und dann hat mein Mann hier ein bisschen versucht, was zu machen. Was wollte er machen? Diesen Code, der mir ja die ganze Zeit angezeigt worden ist, ne? Ja. Den wollte er ja beheben. Also weshalb das nicht gestartet hatte sozusagen. Aber das Witzige an der ganzen Geschichte ist, er ist zwischenzeitlich ja immer wieder gestartet. Also er hat's ja auch gestartet. Aber die Meldung wurde trotzdem angezeigt. Hm. Und das ist das, was ich nicht verstanden habe. Was hat der dann jetzt geändert? Gute Frage. Ich hab keine Ahnung gehabt, was er da gemacht hat. Also es hat ja vorher auch schon sozusagen gestartet. Ähm. Aber ich wusste halt nicht, ob da irgendwas passiert, wenn ich das äh, dann schon spiele oder so. Das einzige, was er hätte sein können, ist also ein Spielabsturz, sag mal man. So gesehen, ja. Ja, das wollte ich nicht. So, jetzt muss ich ja mal ganz kurz gucken. Ich würde gerne mal interessieren. Weil das versteh ich jetzt zum Beispiel nicht. Was hat der Spiel runtergeladen? Kartei-Durchsuchung. Hallo Schloss Kevin. Aber bei E. Immer wenn da ein Toll neben deiner Station ist, dann hebst du das Toll immer auf. Immer. Meine Fresse. Muni ist wieder da. Ich dachte, du wärst verloren gegangen. Ich hab einmal meiner Mutti geholfen und mein Mann hat hier ein Business am PC gemacht. Also ich probiere es mit Poe dann heute auch nochmal aus. So eine Kacke, Alter. Und dann gucken wir mal, ob das alles funktioniert hat. Und dann muss ich mich nebenbei und noch aufregen mit meiner Schwester, aber sonst... Okay, wir müssen mal den 8-6-6-Gängen. Der Bus zum Vulkan. Wo ist das? Der hat auch einen Busdienst, der kann so Fank machen wie den ersten Bus. Ah, cool. Und der Ding jetzt wird einfach mal bei 140 Millionen... Was ist das schon gerade geguckt? Ich bin gleich wieder da. Oh Gott. Oh Gott. Er macht das nochmal. Bis morgen. Oh, f*** dich. Tschö mit dir. Nein, ich bin wirklich gleich wieder da. Wer stoppt die Zeit? Hat jemand Zeit nebenbei? Ja, okay. Warte. Genau. Jemand muss die Zeit. Ja, jetzt strassst du den armen Mann. Du bist ein kleiner Wichser, ne? Der Arme. Jetzt ist er voll in Badrug, ey. Ich bin gleich. Und sie wurde nie wieder gesehen. Die Arme. Der Arme. Ich probiere den anderen Bus mit dem Filzchen. Sehr schön, so gut. Wir bauen den Vulkan aus nicht ohne. Den aus Level 4 hat sich. Den wird mich dreimal gewonnen. Ah, John. Wir können den nicht da hinstellen. Aber wenn du sie mit der Biss gemacht hast, du das nicht hinkriegst. Nee, er geht. Er kann nicht dahinagestellt gehen. Ich muss warnen, dass sie stört. Und ich gucke schon genug Platz. Keine Ahnung. Der nimmt das nicht an. Es kann nicht... Doch, du kannst nur Plot setzen. Aber du musst Plot mit groß machen. Ich guck, weil ich schon in den Hunden noch auf der Plot stehen. Ah, fuck ja. Ich habe eine Idee, John. Warte. Guck. Wie wird aus dem Kuh andauernd hungrig? Das kann doch nicht zünden. Wo ist mein Kuh? Wir fressen. Hey, wo ist meine Kuh? Und dann stellen wir die Figur woanders hin? Meine Kuh ist gedespawnt. Und wir können den hier hinstellen. Meine Mumu, wo ist die Mumu? Aber guck, das hier ist wie im zweiten Weltkrieg. Die Juden haben ihre eigenen Gräber gesch... Meine Polz bauen den entsaftet. So, ich muss meine Mediz... Äh... Meine Ausrüstung wiederholen gehen. Ist denn meine Ausrüstung? Die ist wieder auf dem Vulkan. Und dann... Und dann gehen wir... Wuii... Da brauchen wir jetzt die Winterkleidung. Da brauchen wir jetzt die Winterkleidung. Ich glaube, mein Handy hat genug Akku. Ah, Marcel, ich habe meinen Urlaub bekommen. Im Juni. Mhm. Und ich habe auch geguckt für die Gamescom, dass... Ich könnte sogar eventuell Donnerstag und Freitag schon nehmen. Mhm. Toll. Dass wir dann länger gehen würden. Wie lange brauchst du überhaupt... Äh, ihr beide habt miteinander geredet. Wird ihr mit was? Also, Marcel, wie lange brauchst du von... Von München bis dahin? München. Ja, Hamburg. Kommt ja auch München. Hamburg. Halber ist München. Äh, weil ich guck. Ähm... Hamburg nach Köln. Köln. Das Messe-Deutsch, oder wie das heißt, ne? Ja. Oh. Oh. Äh... Wie viel war eigentlich schon? Viereinhalb Stunden. Ui. Komm, töte mich. Zieh den Mini-Hammer an, einfach. Und ich fahr schon mit ICE. Oh, nee. Also quasi genauso schnell wie mit Auto. Mit Auto-Pay auch vier Stunden nach Köln. Komm, tötet mich. Ich hab nur noch 19 Leben. Ein Schuss, das genügt, um mich zu töten. Oh. Sehr schön. Und... Hat's geklappt. Verletzt. Du. Ja, ich hab den auch. Was? Der hat 200.000 Leben. Sehr schön. Aber der hat keine Talente. Der ist eigene Scheiße, der Vogel. Der ist Stufe 50, der Vogel. Uff. Oh, 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 oh. Love you. Sind das eigentlich alle Busse gewesen? Now it's true. Okay, ich hab den 1, 2, 3, 4. No, no, no. Ich hab den 1, 2, 3, 4. Ich glaube, es gibt noch einen Bus. Ich geh den 1, 2, 3, 4. Egal, ich geh den 1, 2, 3, 4. Das ist schon. Um sichern. Ja, ja, Naum ist schön. Und war das jetzt lang? Ja. Ich hab schon graue Haare. Ja. Ich hab schon vergessen, dass es dich gibt. Ich hab gar keine mehr. Oha, das hat jetzt richtig wehgetan. Ich schwör' ich dir. Doch, das tat jetzt richtig weh. Du weißt, dass das nie passieren würde. My heart is broken. Das tut mir leid. Maschallah. So, jetzt haben wir entschlossen, dass, ähm, ich soll das jetzt einfach ausprobieren, beide Spiele und dann, wenn das nicht funktioniert, wie wir uns das wünschen, dann wird unser Technikfreak angerufen. Beppo? Beppo? Was? Was? Wir haben auch den Technikfreak. Telefonjoker. Das ist nämlich der Kumpel von meinem Männer. Das ist auch so unser kleiner Technikfreak. Der hat versucht, das letzte Mal meinen PC zu retten. Und? Hat er es geschafft? Ähm, er hätte es geschafft, hätte meine, äh, hier, Grafikkarte nicht den Geist aufgegeben, weil der Typ, der davor meinte, ja, ich kenn mich mit PCs aus, den kaputt gemacht hat. Jo. Immer die anderen. Nur weil man weiß, wie man einen Toaster in die Stecktoaster reinsetzt, ist man noch nicht expert. Ja, und ich hab ihm halt geglaubt und das war halt mein Fehler. Der hatte dann meine Grafikkarte in den Arsch gekriegt. So wie meine, mein CPU-Kühler falschrum eingebaut. Geil! Nicht mal richtig befestigt. Die CPU-Paste lief über die CPU. Hä? Was hat der gemacht? Aber meinen Kühler falschrum aufbauen, oder? Ja, anstatt dass er kühlt, äh, heisst der ihn auch. Ja, sehr interessant. Oh, der PC funktioniert wie eine, äh, wie eine Klimaanlage, ey. Okay, auf herzig Minuten, hunderschöner Hubis. Ich bin gerade am dekorieren. Also ich hab hier ein kleines Tischchen gebaut, mit zwei Stöhnen und einer Eckblume. Wieso hast du noch keinen Kuchen gebacken? Ich will dekorieren! Hier hab ich eine Bar. Ja. Du willst Kinder machen. Ich will nie wieder umziehen, okay? Deswegen wird jetzt hier alles hingebaut. Ja, ich bin Stufe 36. Ich kann mir Sturmgewehr kaufen, ja. Ja! Ich... Ich level nämlich mit dem Bauch. Ja! So macht er! Ja! 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 Es wird immer schlimmer! Ey, Kim, erklär mal ganz kurz. Ich hab jetzt gerade als allererstes ganz kurz Hogwarts gestartet, um zu gucken, ob da alles funktioniert hat, weil das mir zu schnell war mit Instagram. Ja! Ey, was ist das hier alles am Anfang für die Einstellungen? Computer, sag nein! Und du denkst, ich weiß die Ausfünde? Ne, aber was zum Teufel will er jetzt hier alles von mir wissen? Geld! Was steht denn da? Deine Schuhgröße. Ich hab das vor einem Jahr gespielt. Nude Pick! Zielmodus an, ausschalten. Naja! Naja! Was für ein Modus? Du hast doch bestimmt Discord nebenbei offen, ne? Ja! 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 Alter, wer hat hier alles seinen Stream? Du? Kevin? Okay. Ja, okay. Farbenblind machst du normal. Zielmodus an, Serverspruchmodus an. Frag sie zuerst, ob sie nicht farbenblind ist. Bist du farbenblind? Nee. Warte mal kurz. Ich hoffe, du kriegst jetzt gleich noch was. Farbenblind normal war das, ne? Ja. Zielmodus an, ausschalten. Du kannst alles so sein lassen und nachher, wenn du was einschalten willst, kannst du das noch umändern. Okay. In den Einstellungen kannst du das ändern. Nein! Komm mal, wir gehen hier. So kann man nicht stattnehmen oder ist das schon bei dir geschieht, ob da ein neuer Platz, was ich auch für euch sehen. Ja. Oh ja, oh ja. Das gufft noch kein U-Griff. Eine Kombination vorlesen. Ach! True to that. True to that. Hast du den Menüvorleser angehabt? Nee. Hast selber gelesen, ne? Ja. Kannst du lesen. Nee. Nee. Bäm! Nee, ich mag das nicht, weißt du, wenn du da mit den Leuten im Stream redest und dann labert die Dingens da ständig dazwischen. Das ist ja schon krass, was ich mir für eine Bude gerade baue, ne? Anstatt zu leveln, baue ich mir eine Bude. Oh Mensch, die Pumpe kriegt man erst auf level 39. Hol's weg Pumpen ist sicher lustig. John kennt meine ganze Musik. Ich find das gut. Ich geh mal eine rauchen. Alter, dieser Depressur ist ständig erschöpft, der wird sterben. Du bist älter als ich? Echt? Wie alt bist du denn? Wer? John. Digga, mein, was ist denn das für eine Lobby, Alter? Der, der vorhin bei uns im Discord war. 50 plus. 35 bist du, verarschst du mich? Ha! Ich bin nicht mit der Älteste. Nello ist immer noch der Älteste. Wo ist Nello? Der hat sich seit Tagen nicht mehr gemeldet. Keine Ahnung. Du hast halt nicht so geklungen wie 35. Ist ein Kompliment. Kim hört sich auch nicht mit 54 so an. Ich spuck dir gleich so ins Gesicht. Was? Was? Das ist dein, weißt du? Nächstes Mal, wenn du hier reinkommst, ich spuck dir so ins Gesicht. Ich schwörs dir. Warum kümmerst du das? Ich spuck, ich schwörs dir. Ich spuck dir ins Gesicht. Ich versteck mich hinter Kevin. Oh mein Gott. Ich bin wie ein Lama in solchen Sachen. Ich treff dich. Ich treff dich. Du bist Alpaki. Ich schwörl, ich treff dich. Ich schwörl, ich treff dich. Bruder, du wirst nicht mehr stehen. Nee. Ah Leute, da bin ich echt schlimm. Also ich spuck wie eine Eins. Das wär jetzt so toll schon. So. Bezeit sich was. Nee, nix da. Du hast schon die Mitte geschlupft. Oh. Ich hab gar nicht geschlafen. Das überlege ich, dass ich das heute mache. Haha. Jesus. Marcel! Ja, genau. Ich hab gar nichts gemacht. Du bist so ein Schwein. Einfach nur. Ich schwörs dir. Ja. Mach's halt. Alter. Der rülpst hier einfach so raus. Mann. Marcel. Ich hab Angst gemacht. Schwein. Schämen sollst du dich. Ah, 15 und 13 hast du dich aber gut gehalten wie 35. Was? Ah, der hat doch nicht geklungen wie 35. Ich dachte sogar, du wärst jünger als ich. Wie ich? Als ich? Ah, die Leute sagen das auch von mir, dass ich jünger klingen würde. Alles gut. Letztens hat jemand mich gefragt, ob ich 20 wäre. Ich hab mich schon ein bisschen geehrt gefühlt. Ich hätte dich auch eher auf Anfang, Mitte 20 geschätzt. Ja, also ich bin 21. Schön wär's war. Plus 8. Plus 8. Plus 8. Ich bin auch 28 plus 4. Ne, ich bin leider. Ja. Ich bin seit 10 Jahren 23. 20. Ich bin 18 geworden letzte Woche. Ich weiß ja nicht, wo ihr eure Informationen herbekommen, aber... Vom Register und der Geburtsungskunde. Jetzt hab ich so gut wie alles gemacht. Ah, ich hab kein... Ich hab keine Alarmglocke. Ich backe wieder Kuchen. Wenn's hier hart auf hart kommt, hab ich keine Alarmglocke. 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 Was? Ich würde mich komisch fühlen, im Stream eine 18-jährige rumzuhängen. Na, alles easy. So. Ich war 18 vor 11 Jahren. Ich geh ins Bad. Gute Nacht, Kevin. Gute Nacht. Tschö mit Ö. Tschüss. 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 Man hört sich. Tschüss. Man hört sich. Tschüss. Tschüss. Mach langsam bis nach Hause, wa? Ja. Tschüssi. Hör mal einen halben Durm am Roller. Mir ist dann... Fall nicht in der Treppe. Wollen wir ja nicht haben. Wir wollen ja nicht, dass du ein Genickbruch hast oder so. Bepp ist ein Idiot. Bepp ist stinkender Curry. Was ist das? Hm. Nimmst du meine Dosen mit, bitte? Sieht ein bisschen aus, als wäre ich in der Disco gewesen hier. Aber lass mir meine Paw Patrol-Becher. Ich hab nur noch zwei. Das ist meine dritte Red Bull heute. Ich muss ein bisschen, hä? Ja, I know, I know. Auf eine mehr kommt's nicht an. Na, kommt noch eine. Ex, die Scheiße. Aber das sieht richtig hübsch aus, das, was ich hier gebaut hab. Also, es hat ja auch nur viereinhalb Stunden gedauert. Boah. Für mich muss ich wieder was fragen. Kann ich dich wieder was fragen? Was? Wie bitte sag mal nicht, ey, was? Wir sind befreundet, da kann man was sagen. Hast du diese auch gehabt hier? Warte, ich muss dir das jetzt in WhatsApp schicken. Ich hab ja nicht, ich hab mich nicht mal vor mir liegen. Das ist grad einfacher. Warte. Ach, du hast mir warm. Äh. Ja, hast du so ein Konto? Nee. Das kannst du einfach machen auf der Internetseite. So, dieses, ähm, Wizard World, glaub ich, heißen die. Ja, ja, das hab ich, das, also das hab ich ja jetzt erstellt. Aber der sagt mir vorwegen, hab ich nicht. Muss ich das nicht, muss ich das noch irgendwo verknüpfen? Ja, ich glaub schon. Abmelden, löschen sie ihr Konto. Datum ihres Beitritts. Gott sei Dank, Alter, ist nicht mehr so wohlzart, Leute. Puh. So, ich komm gleich wieder. Ne, du gehst mir auf den Sack, du Nuttensohn, Alter. Junge. Fängt dir die ganze Zeit in der Ecke und kämmt sich da ein ab, Alter. Die Mutti anscheinend nicht genug Liebe gekriegt. Marcel. Chill dich. Ja, fang uns doch mal deine Muttensohn mal an. Entschuldigung, das ist Marcel im Call of Duty. Bin gegen den Vogel ruft sich meine Zigarette gerade alleine auch, Alter. Also so ist Marcel immer bei Colectic. heute abend ins gesicht alter wir sind alle so ich diskutiere auch immer bei call of duty wie eine doofe rum ja das ist das ist das gefühl ja also marcel schreit sie halt lieber an in berlin nennen wir das einfach pöbeln in luxemburg nennt man das unterdrückte aggression heute habe ich die fast vergessen ja alle noch wenn auch essen hier weil das nämlich natürlich auch mit dann rülpst er noch ins mikro ich traurig wenn man so eine base hatte und die muss man jetzt sozusagen zurücklassen müsse aber beppo hat recht wir wurden noch nicht einmal angegriffen in unserer base ja wir haben uns dann richtig guten platz gesucht ich glaube das kann ich auch hier rein machen und dann wieder zurück können wir hier drei stück reinpacken die anderen packen wir eigentlich hier rein die nehmen wir nein die dritte schweבה schwebit 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 Ist das jetzt wieder normal alles hier? Hallo? Mhm. Aha. Jo, alles klar. Jetzt kann ich mich wiederhören. Was war das denn? Digga, Mann. Ähm, ey, ich hab grad mal sieben Kills, weil der die ganze Zeit am Campen ist, Läga. Er war schon 20, ey. Der Chip bestimmt auch immer abends bei seiner Mutter in der Fotze, ey. Marcel! Ich bin wieder da. Nein. Beppe, Marcel dreht durch bei Call of Duty. Wieso schreit er wieder rum? Er hat Nuttensohn genannt und alles. Höööö. Seine Mutter kann nichts dafür, dass er so scheiße ist. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Jetzt fängt der Oma auf mein Haus. Alles klar, Digga. Ich kann auch nichts anderes außer campen. Ich bin ein E-Preis, der gut verraumt am Lager. Ähm. Ich gebe euch den Hut mit ein Filzchen zu holen, wo es sattelt wird. Aber dann habe ich den Vulkan hochgekommen, weil der nur der Plus 3 am Verräumen. Okay. Aber ich mache für dich ein bisschen mit dem Base noch und dann mache ich mich wieder weh. Wenn der Base geht noch richtig Baba gemacht und dann... Ich muss sicher nicht, es gibt noch E-Boss noch, ich muss sicher wohl die noch. Ich würde nämlich noch vier um Update, würde ich gerne alle die Bosse noch haben. Wenn ja, es ist noch nicht ungekündigt, aber es ist schon erklärt, was alles neu ist beikommt. Warte. Bei Multiplayer, das ist, äh, über die Server raus funktioniert. Ähm. 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 Auch nach Pro-Vox in den Füße nach musste gucken, ob alles funktioniert richtig. So. Jetzt wüsste ich fast alles umgezogen haben. Ähm. Da war nix mehr. Da war auch nix mehr. Da heißt also bei Fido als Clantec und dann Lex Xion oder sowas. L-E-X-C-I-O-N. Also wenn ihr den in einem Lobby habt ihr könnt. Euren Art drauf verwenden, dass der irgendwo gammelt die ganze. Äh. Äh. noch 25 Minuten. Mich verwundert es echt, dass wir noch nicht angegriffen wurden. So. Ähm. Ja. Ist noch nicht passiert. Nicht einmal. An der anderen Stelle wurde ich doch die ganze Zeit angegriffen. Wie entscheidet sich das bei welchem Haus ich bin? Äh. Du wirst, dir werden Fragen gestellt und du musst die beantworten und dann kriegst du ein Haus vorgeschlagen. Aber wenn du dieses Haus nicht willst, dann kannst du dir, dann sagst du nein und dann kannst du dir eins aussuchen von all den Häusern. Wo kann ich nein sagen? Wenn die Häuser kommen. Aber nicht bei der Internetseite, oder? Du kannst es auch bei der Internetseite, also ich würde es dann nicht machen, weil das Problem ist, wenn du es bei der Internetseite machst, kriegst du dieses Haus automatisch. Mach es im Spiel, weil ich hab's auf der Internetseite und ich war Gott sei Dank Slytherin, weil ich Slytherin sein wollte. Ich hab's bei der Internetseite gerade eben gemacht, aber auf einer ganz anderen Ebene hier gerade. Und was bist du? Haffelpaft. Was? Haffelpaft. Jetzt wird man den Haffelpaft. Ich bin ja anders, aber kein Haffelpaft. Aber... Er hat das... Er hat das hier... Normalerweise kannst du's... kannst du's ändern. Ich lösche kurz mein Konto, das ist mir zu doof. Tja, dann bist du Haffelpaft. Das tut natürlich weh. Ein Haffelpaft. Erstmal direkt Konto löschen. Ist ja keine Haffelpaft. Tütt wirklich brutal ist es weh, also... Ist das... Das ist doll. Ist eindeutig zu doll. Das mach ich nicht. Ich fahr auch mal Gryffindor. Ihr Gryffindor, das will ich haben. Gryffindor. Doch nicht Hufflepuff, alter. Für Fortnite! Ja, Haffelpaft. Haffelpuff, das sind die Süßen. Am Arsch Haffelpuff, ey. Komm mal auf die dunkle Seite der gemacht. Komm zu Hufflepuff. Wir haben Cookies. Das brauche ich. Ich setze den zum Verräumen. Die Sache Hufflepuffs. Süß, ja. Die Hufflepuffs sind für mich halt... Sie haben vier Häuser gebraut und deswegen haben sie Hufflepuff dazu gesetzt. Für mich sind das wirklich die süßen, die gutherzigen. Ravenclaw sind die... Die cleveren. Die aber auch halt entweder Gryffindor an sich haben oder Slytherin. Slytherin sind die schlechten und Gryffindor sind die guten. Und Hufflepuff ist überflüssig. In all den Filmen gab es eine Person von Hufflepuff, die rausstach. Und das war Cedric Diggory. Der wohl gestorben ist. Ja, ja. Der war aber Hufflepuff. Aber der ist durch seine Gutheitlichkeit gestorben, weil er sich vor Harry geworfen hat. Ich glaube, hier hat man die in den Filmen wirklich gesehen. Die Opfer und sich im... Was konnte denn jetzt hier nicht? Jetzt verbinden. Nervt mich doch nicht, Junge. Entschuldigung. Kann man so sagen. Für mich war... Für mich war Diggory halt einfach ein Gryffindor. Aber weil sein Vater glaube ich... Hufflepuff wollte er auch Hufflepuff sein. Sein Vater war scheiße. Aber alles, was ich hier habe, ist um Cedric Diggory. Ich bin Twilight-Fan. Das ist halt die Sache. Ich bin Twilight-Fan. Da ist Robert Pattinson mit drin gewesen. Aber ich war weder im Team Jacob noch im Team Edward. Ich war in einem ganz anderen Team. Ah ja, tut mir leid. Kim mochte den Arzt. Nein. Ich war Team Emmett. Team Bella. Nein. Ich war Team Emmett. Es war Rosalie's Mann. Habt ihr den gesehen? Der Typ war... Der Typ ist heute noch. So. And away, stand away. Come on. Das waren alles Luschen, also... Äh... Edward war eine Lusche. Jacob war noch mehr eine Lusche. Feuiger Hund. Bella war die allergrößte Lusche. Obwohl der Arzt mittlerweile, ne... Also... Der Vater war halt auch nicht von schlechten Eltern, ne? Bella ist Vater. Ja. Ja. Der Bruder war auch nicht von schlechten Eltern, Leute. Gonnaen sagen. 좀 säga. Die Daddy issues are kicking in! Oh, yes Daddy! Bohohohoho! Bohohoho, gohohohohohohohohoho! Ha? Was ist das? Ich muss ja das Spiel ja gerade neu starten. Ich weiß nicht, was nicht funktioniert, was ich mir erhoffe. Du musst es dir angestehen, du bist ein Harfelpuff. Nee, ich bin kein Harfelpuff am Arsch, da würde ich lieber sterben. Spiel deinstalliert in die Hecke damit. Ich habe mir jetzt nochmal ein Konto erstellt. Da werde ich jetzt aber nicht nochmal irgendwie jetzt... Also ich versuche das jetzt nochmal so zu verknüpfen. Wenn es jetzt nicht funktioniert, dann... Da spielst du Paul wett. Vor allem bei der Internetsteite steht halt auch, treten sie ihrem Hogwarts-Haus bei. Triff den sprechenden Hut und finde heraus, ob du ein Gryffindor, Harfelpuff, Ravenclaw oder Slytherin bist. Aber ich kann das ja auch im Spiel machen rein theoretisch. Ja. Und erst wenn ich alles abgeschlossen habe, kann ich erst die Verknüpfung beginnen. Hoffentlich kann ich das danach noch irgendwie... Oder du guckst im Internet, welche Frage du wie Braunfurt so willst. Stimmt. Oh, du bist schlau. Das weiß ich. Darauf bin ich nicht mal gekommen. Hm. Hopwards. Legacies. Und... Leuten... Gryffindor. So kannst du Gryffindor werden. So. Gryffindor... Gryffindor. Ja, ich bin noch versetzt. Auf dem Arsch. Fortsetzen. So kann ich auch wieder den Z�� verziehen. O Reinhard, die kleine paar Jappen beraten. Fortsetzen. Kevin hat sich gerade fett blamiert vor den Nachbarn. Wie? Wieso? Er war mit den Hunden und dann hat er die Hunde losgemacht im Fahrstuhl und dann hat er, er ist dann immer so bei den Hunden so guter Paki, guter Paki, guter Paki und er macht das so richtig laut und dann gehen die Tür auf und da stand da unsere neuen Nachbarn. Er guckt als fett. Ich hätte auch so geguckt. Was will der? Bestimmt mit dem nicht. Verkräftet sichern die Hunde. Guter Paki. Paki, guter Paki. Ich könnte nix passendes gerade dafür, ne? Ich könnte gerade richtig abkotzen. Paki, guter Paki, guter Paki, guter Paki. Klappt das nicht? Paki, guter Paki, guter Paki, guter Paki. Klappt das nicht mit den Fragen? Guck mal, mein Schatz. Geh, schlafen. Mama geht auch gleich schlafen. Ich hatte weiß, ich hätte keine Antworten oder so. Also hier ist nicht irgendwie, wo da richtig steht, wie man das machen kann. Alle Häuser und ihre Unterschiede. Da kann man sich fett blamieren, wa? Guter Kevin! Guter Kevin! Guter Kevin! Guter Kevin! Eini! Guter Kevin! Kevin! Guter Kevin! Him, du hattest das im Spiel gehabt, ne? Ja. Ja. Ist das Dave? Ist das unser Dave? Aber diese Belohnungen dafür, dass du es verknüpft hast, hattest du nicht, ne? Oder kann man das später nochmal machen? Ich glaube, ich habe das sofort gemacht. Aber ich habe schon viel länger mein Konto bei der Seite. Tick-Tock Dave? Dave Deluxe? Das ist doch er, oder, Beppo? Ich weiß es nicht. Ist das unser Dave? Bist du unser Dave? Ja, Dave. Ja! Ah, Mann! Ich dachte, ich kann jetzt mit dem scheiß Wolf das machen. Ja, ich nenn's halt Tick-Tock Dave, was soll ich jetzt sagen? Leute, ihr verwirrt mich. Die manchen kennen wir von da, die anderen von da. Die Community wächst. Guter Kevin! Guter Kevin! Oh Gott, ich hätte dich jetzt so brutal verarscht. Oh, da ist ein Jumbo-Ei. Das macht man doch. Vor den neuen Nachbarn. Aber hi Dave! Mein Gott. Paki war ja auch noch mit blamiert. Hi, hi, hi an alle, die da sind. Hi, 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 hi. Moin! Wie geht's euch, Leute? Jetzt kommen sie alle. Ja, jetzt kommen sie alle! Wie geht's euch, wie geht's euch, wie geht's, wie steht's? Du hast aber nicht über deinen Link das gemacht, ne? Also über die Internetseite, ne? Du hast es im Spiel gemacht. Was habe ich im Spiel gemacht? Dein Haus gewählt. Ne, ich hatte mein Haus schon. Das konntest du schon auf der Internetseite. Musstest du ein Quiz machen? Ja, das kann ich auch machen. Und das Quiz habe ich gemacht und das hat mir Slytherin gegeben. Und dann hatte ich automatisch schon im Spiel als erste Wahl Slytherin. Und wenn ich das nicht haben wollte, konnte ich das aber noch umändern. Wann konntest du das umändern? Wenn der Hut mir sagt, welches Haus ich bekomme. Dann steht da Haus akzeptieren oder anderes Haus wählen. Im Spiel. Im Spiel. Dafür musst du zuerst das Tutorial spielen, weil ich habe das letzte Woche bei meinem Papa gespielt. Du musst du erst das Tutorial spielen, dann kommst du in Hogwarts an und dann wirst du sofort zum Hut gebracht. Und der steckt dich dann in das Haus. Und dann gehst du schlafen und am nächsten Tag erwachst du im Haus, wo du es gewählt hast. Also bei Moony also Hufflepuff. Danke für den Rates. Hi. Das konnte ich nicht. Wie geht's? Ich bin so überfordert. Ich kriege so viele Rates in letzter Zeit. Das ist der Wahnsinn. Was geht, Leute? Danke, Marcel. Egal. Egal. Jeder Zuschauer. Ich bin glücklich über jeden Zuschauer. Ich stream genauso gerne für einen Zuschauer wie für tausend Zuschauer. Ich labere genauso einen Menschen voll wie tausend. Danke, 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 danke. Also jeder, der mich kennt, weiß, ich kann mich auch selbst voll labern. Das ist kein Problem. Ich bin wie Timon. Ich rede auch mit mir selbst. Auch danke für den Follow natürlich, Dave. Ich habe dir doch den Insta. Ah, den Insta. Nein. Nein. Das, das klärt, das reden wir einmal privat. Das reden wir einmal privat. Vor allem jeder, der dir folgt, ist mega sympathisch. Crispy, hast echt eine Kolle. Ich küsse dein Herz. Ich bin keine Luxemburgerin. Pip! Ich bin Französin, aber okay. Könnte auch Deutsche sein, wenn man so hört. Oui, oui. Oui, oui. Glück ist die Mutter von Streamers.lalu. Das ist wahr. Er hat mich damals gefunden und mich rübergebracht. Komm, ihr merkt doch nicht mal, dass ich Französin bin, Leute. Wo hast du denn gelegen? Beppo fehlt noch. Ich bin da. Nein, du sollst es streamers.lalu. Nein. Baguette, Cresson, Le Peugeot, Renau. Ah, ihr seid so doof. Oh, Johnny, ey. Oder bin ich jetzt da? Er hat was zu verheimlichen. Hast du versteckt, dass er dich gefunden hat? Nee, ich habe angefangen zu streamen. Ich glaube, ich habe ohne Scheiß zwei oder drei Wochen gestreamt erst. Und da hat Luke mich gefunden auf Twitch und mich mit rübergezogen aus streamers.lalu. Und da habe ich echt tolle Menschen kennengelernt, muss ich sagen. Le Baguette du Croissant, Le Peugeot, Renau. Ach, fick dich doch, Forelle. I don't speak, Baguette, sorry. Wie kennen Sie sich, Forelle? Mmh. La truite. Ja, ja. Boah, das hat aber ganz andere Fragen. Das ist ja schon ein bisschen verwehrs. Das ist eine geile Sache. Hört ihr es? Hört ihr es? Was? Hört ihr es? Das ist ein Shiny. Ähm, da ist es ein Turm. Oh mein Gott, look, look, es ist ein Shiny. Da ist ein Turm, den gehe ich mir holen. Habt ihr gesehen, wie sofort mein Gesicht sich verandert hat? Mein Gesicht ist sofort ernst geworden. Shiny lache ich nicht. Von so auf so. Was ist das? Ich bin eh wohl lieb. Okay, so. Komm, wir chillen. So, wir gehen runter von Wulfi. Wir tüten Wulfi ein. So, ich würde sagen, wir nehmen sofort... Meisterball. Ich versuche ihn einfach mal zu fangen, weil er schläft. Hier alle absteht. Hier muss ich konzentrieren. Das, was ich mit dem Boot sehen. Es tut es. Ja! Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Das war's. Ich schwöre es, man. Marcel, du Penner. Oh mein Gott, ich habe noch einen. Das war der Fokus, das war der Fokus. Oh, wir haben ihn. Ach, leck mich fett, wir haben ihn. Oh mein Gott, wir haben, wir können ihn so krass einsetzen jetzt. Wartet. Aber ich finde, Fixie ist nützlicher als der Evo. Beppo, ich höre dich nicht. Fixie ist besser. Okay, okay, jetzt, 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 jetzt. Was für eine Laune, morgen müssen wir das auch so machen. Marcel, dein bester Einsatz war, wo Crispy sagte, hört ihr das, hört ihr das, hört ihr das, dann, und dann der Pupsound. Danke schön. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Gebt mir alle Mühe. Mundwichtig. Was denn? Ich hab's geschafft. Ja, Entschuldigung. Ich musste mal ganz kurz richtig durchdrehen. Guck den, oh, guck den euch an, wie Kuschlicht da ist. Also durchschnittliche Körpergröße und deine Augen. Blau, rün. Ich hab nix geraucht, Leute, ich bin so. Die nehmen Pille. Guck ihn euch an. Nee, leider scheinen sie nicht mehr, weil er ist ein Shiny und, ähm, ich hab noch Shinies. Ähm, äh, ich weiß jetzt nicht wo er ist, aber er ist auch ein Shiny. Du merkst, dass, ähm, die glitzern im Menü. Ah, hier, er ist auch ein Shiny. Mein Wolf ist ein Shiny, also er ist einer. Weil die sind auch viel größer als die anderen. Sofort in den Entsafter. Bist du dumm? Ja, richtig. Danke, Dave, auf jeden Fall für den Rate. Danke für den Follow. Danke, dass du da warst. Wenn du morgen streamst, schaue ich auf jeden Fall vorbei. Auf jeden Fall schaue ich vorbei. So. Und dann, ähm, sehen wir uns. Auf jeden Fall, danke, danke. Noch mal zu sehen, was zocken reicht. Können wir auch machen. Bin dabei. Bin dabei. Oh, aber ich bin extrem aufgedreht. Wenn euch das nicht stört, dann... Ich habe P3. Oh, so einen habe ich noch nicht. Oh, Digga, hier hat schon einen an Wilson. Der Wilson. Das ist Wally. Du sollst sie verschwenden, deswegen habe ich das hier reingepackt. So. Wir haben hier die ganzen Steine hier reingepackt, die Idioten. Und dann... Was gibt es denn überhaupt für Patronos da? Ähm... Schwan... P... Ich muss überlegen. Gibt es auch die Hirschko? Ich will die Hirschko. Ich habe 18 zu 9 gespielt. Guck mal im Internet, wie du DDR cheatest. Was gebe ich denn da ein? Cheat. Patronos. Cheat. Cheat. Hogwarts Legacy erstellen? Ich weiß nicht. Hogwarts Legacy Cheat. 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 Ich weiß gar nicht, welchen ich habe. Ich weiß gar nicht, welchen ich habe. Muss ich gleich nochmal kurz gucken. Warte mal. Ich habe einen extra damals für Hogwarts Legacy habe ich mir, ähm, Harry Potter Sachen gekauft, damit das im Stream geiler aussah. Da steht doch hier, äh, Characters and their Ones heißt. Und ihre Zauberstäbe. Dass ich... Also unter meinem Zauberstab steht das, ne? Das sind die, die sie haben, oder wie? Die, die es gibt. Weil normalerweise, wenn du das, das Rätsel, also das Rätsel, das Quiz machst, kriegst du einen Zauberstab. Ja, ja, das habe ich. Ich habe auch einen. Wessen denn? Kannst du hier auf Deutsch übersetzen hier irgendwie? Ich krege kein Englisch. Ich wollte den Zauberstab verfolgen. Ja, Johnny, ich weiß bei dir nie, ob du wirklich vom Zauberstab redest oder von deinem... Hm. ...Schwanz. Tut mir leid, dass ich es sage, aber es ist so. Du machst auf Deutsch. Johnny denkt dran, Woldermond hat keine Nase, ne? Und so wie der Nase eines Mannes, so auch sein Johannes. Johnny ist so ein übertriebenes Schwein. Ah, hier, ich habe Erdenholz mit einem Phönixkern. Da müsste aber auch stehen, wer diesen Zauberstab hat. Ich habe Anubis. Hast du ihn, Beppo? Ja. Yay. Der Zauberstab wählt den Zauberer aus. Denk daran. Harry Potter unter Stein der Weisen. Ich glaube, du hast noch gar keinen Zauberstab. Weil da würde es stehen. Ewa-Esche. Ich habe ja einen ausgewählt, warte. Wer hat denn die Ewa-Esche? Wo ist meine beste Freundin, die weiß das? Alles, bist du im Stream? Den habe ich. Und dann sind halt da unten die Charaktere. Erfahren sie mehr über Zauberhölzer. Mehr erfahren Charaktere und ihre Zauberstab. Bist du, John? Nein, 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 nein. Oh Mann, ihr seid so dumm, Mann. Deswegen haben Paul noch immer nur Vibratoren, nicht Deldos. Meine Zauberstäbe vibrieren alle. Ja, das war ja. ...eigenen Ewa-Stäben in der Welt Böses getan hatte. Raven ist am wirklichsten... Es macht noch schöne Geräusche, so, weißt du. Rrrrrr. Besser? Mh. Machen so. Rrrrrr. Ist der Zauberstab nicht eigentlich scheißegal, oder? Es kommt halt auf dich an, ob es dir egal ist. Aber ich muss doch irgendwo dann auch stehen, wie ich den gehört hatte. Aber sollst du mir sagen, ich bin ein Schwein? Johnny, Johnny, okay? Johnny. Liebe Esche. Ich mag dich, okay? Aber... Jedes zweite Wort hier von dir ist irgendwas schmutziges. Ich hab nur auf Johns Fragen reagiert. Das wird schon. Daddy, chill! Daddy. Und da ist... Und dann... Ich versuche... Und dann... Ich versuche... Wenn dann... Beide in die Sonne. Und dann... Müsste aber solche Geräusche. Du müsstest drunter stehen. Müsste ich.. Wem der gehört. Aber das steht da nicht. Das ist ja das Witzige da dran. Was ist schon ein Hufflepuff? Über Eschenholz. Ich schlag dich gleich. Wenn seine Sprüche an ihren Stamm fallen. Ach du meine Fressen. Hier guck, ich hab dir das jetzt geschickt, da siehst du das. Da steht auch nichts. Mich interessiert das ja auch wegen der Gehörte. Aber Moni, warum willst du jetzt schon cheaten? Wie der Spieler erstmal. Nein. Wir werden diese Belohnung dann mitnehmen. 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 Von Hermine? Nee, von Ron. Oh Gott, nee. Bitte nicht. Ich bin mir fast sicher, es hat was mit. Gryffindor sind immer die Phoenixe. Okay, den Zauberstab kann ich ja jetzt eh nicht nochmal neu generieren. Das Haus ist das Wichtigste. Eigentlich schon. Und du musst halt wissen, welchen Weg du gehst. Ich hab die halbe Map gearbeitet. Aber Kadebrat. Aber Kadebrat. Ich hab jeden getötet und dann war das Spiel so fast schon vorbei. Wer hat denn dieses Scheiß Dingels, Mann? Welches Dingels? Eschenholz. Weißt du was? Ich scheiße jetzt drauf. Ich lass mich einfach überraschen mit dem Patronus. Ich kann zwar kein Englisch, aber ich lass mich jetzt einfach überraschen mit dem Patronus. Unbekannt. Ich weiß auch nicht, wieso das auf Englisch sein muss hier immer. Niemand wird aus dem Discord geworfen, Leute. Hört doch auf. Wer ist aus dem Discord geworfen? Schlafen wir es. Mit ihrem sexuellen Gelaber. Und mir wird auch niemand deswegen aus dem Discord geschmissen. Alles gut. Hallo PC. Wäre toll wenn sie... Guck den euch an. Wie dick er ist. Oh mein Gott. Kann ich dich anfassen? Oh mein Gott, guck. Er ist geistig, labil. Er ist genauso wie ich. Ich hab meinen Zwillingspaul gefunden. Ein Downy. Noch schlimmer. Noch schlimmer als... als der andere. Wie heißt der? Depresso. Feini. Soll ich ihn... Ich nenn ihn Feini. Wow. Der Name ist geboren. Feiner Kerbin. Ich versuch mein ganzes Holz hier. Fatsch. Ich werd doch nie in Paul. Ich werd doch nie in Paul. Das ist schon eine Beleidigung für den Paul, Mann. Fatsch. Fatsch. Ja, damit es ihm danach gut ist. Ja, aber es kann ihm gut sein, wenn du ihn bürstet oder wenn du ihn bürstest. Genau. Was genau ist denn mein Ziel? Ich war ein Bürst mit der Bürstung. Prost. Feini. Achso. Apropos rausschmeißen, ne? Ja. Aus mit den Viechern. Ja, so ist es. So, jetzt ist es Feini. Guck. Feini. Die Johnnies halten zusammen. Wir haben einen kleinen Johnny und einen großen Johnny. Gott. Ja, aber dann ist aber John... ...glaub ich der große Johnny ist, weil der andere Johnny ist jünger. Das kann sein, ja. Nein, ich weiß das. Ich glaub ich krieg jetzt mal ein Patronus. Ist aber voll laut. Feini ist noch 100 von der Marker. Ah, nein. Es gibt ein Feini und es gibt... ...das Feini. Ich hab ein Eichhörnchen. Oh, das ist doch voll süß. Ein Feini. Das ist doch voll süß ein Eichhörnchen. Ja. Aber auf den Grill. Mein Patronus ist einfach ein Eichhörnchen. Okay. Oh. Okay. Entschuldigung, der hat gepasst. Okay. 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 Ich bin einfach nur froh, dass ich dieses dicke Ding da empfange. Okay. Ich glaub ich mach einfach nur Streams mit dem Soundboard. Ich glaub ich muss meine... ...meine Base höher bauen. Nochmal umbauen. Yeah. Ne, umbauen. Weil guck, Pino Bär steht da hoch. Er springt über die Mauer. Keine Ahnung, das nervt mich so krass. Ich muss ständig einen Paul von der Mauer... ...picken. Komm jetzt da runter, du fetter Bär. Die haben Kinder hier unten. Boah, sag mal. Es gibt keine fetten Bär, ne? Komm her. Die haben kleine Kinder, die warten hier auf dich. Ich schlüpfe gerade aus dem Ei. Sie wollen gepedert werden. Oh Gott. Nee, ich hab nicht genug Material. Zu dumm. Ich glaub ich hab genug Steine für ein Leben. Jesus, warte kurz. Ich brauche Stoff. Und Monika nie wieder. Tschüssi. Und weg. Wie ist Donnie dann? Ja. John, es kann... Es kann schon mal bodenlos hier werden. Tja, das war's mit meinem Telefon. Hat sie verabschiedet. Was hat sich verabschiedet? Mein Telefon ist ausgegangen. Oh. Akku leer. Müller dring her. Ich wusste gar nicht. Also jetzt verstehe ich auch, warum die in der DDR die Mauer so hoch gebaut haben. Ja. Deutschland! Ich wollte drüber klettern. Keiner darf über die Mauer. Keiner hat die Absicht einer Mauer zu überlegen. Zack. 38 Meter stand die Mauer. Ja, aber wie sind die Ferkel wegen deines Zauberstabs? Äh, äh, äh. Ich weiß ja nicht, was du mit meinem Zauberstab machen willst, aber... Na? Das gern hab. Lass meinen Zauberstab in meiner Schmuckdose. Ja, das hab ich gerade gesagt, ne? Wie der andere Johnny nicht da war, der wär sofort da drauf gesprungen. Der springt auch noch rauf. So. Ich habe eine Mauer gebaut. Und ihr bleibt jetzt alle in dieser Mauer. Was haben wir hier? Die haben ja... Ach, scheiße. 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 Fette Scheiße. Alter, die packen hier doch einfach wieder nur rein, wie so behinderte Vögel. Perfekt. Jetzt hätte ich mein Handy gebraucht. Oh, scheiße. Guck dir Feini an. Guck wie glücklich er ist. Und jetzt hat er einen Wollepups gemacht. Und jetzt macht er noch einen Wollepups. Das hat sogar geklappt. Er hat einen Wollepups gemacht. Was scheiß der Wolle? Es sah halt so aus, als hätte er einen Wollepups gemacht. So Leute, aber... In Hamburg sagt man tschüss. Nee. Ich fiss mich jetzt ins Bett. Nee. Ich muss morgen wieder ackern. Nee. Ja, ich auch. Aber ich muss richtig ackern. Was? Ich muss körperlich ackern. Nicht, nicht... Augen... Augen ackern. Und Finger. Aha. Willst du mir irgendwas damit sagen? Okay. Ich wünsche dich noch viel Spaß. Das Mimiken körperlich ackern. Johnny, was sagst du dazu? Äh, körperlich ackern tue ich jetzt auch noch, ja? Und morgen, äh, aktiv. Ja, er macht das jetzt mit sich selbst. Ja. Mit der Torte. Das war Johnny. Das ist Johnny. Johnny ist nicht... Johnny ist nicht da. Ich weiß aber nicht, ob Johnny uns hört. Kann halt gut sein. Naja, er kann nicht freuen, wenn er die Hände sind. Gebraucht. Oh mein Gott. Mit der Torte. Also, ich habe eher den Klassiker. Den Schwamm mit, mit Gummi. Eine warme Melone. Eine warme Melone. Oh, das kennst du alles. Warum eine warme Melone? Ich schwör mir jetzt grad kurz hochgekommen. Warum eine warme Melone? Oh. Eine warme Melone. Ja, Bebo, Bebo hat Ahnung anscheinend. Also, die warme Melone, das habe ich nur das zum ersten Mal gehört, ey. Wie schön ist denn so eine warme Melone an, bitte? Also, ich kenne die Geschichte ja mit dem Hack und Gummi und alles, ne? Oder den Schwamm und Gummi. Aber warme Melone, das habe ich auch noch nie gehört. Mit Schwamm und Gummi. Ja, du machst halt, du packst zwei Schwämme mit dem Gummi zusammen, machst du mit dem Gummi rüber und dann hast du quasi ne selbstgebaute Taschenbuschi. Aber das kann sich doch nicht gut anfühlen. Er vögelt ja in den Gummi rein, nicht in den Schwamm. Ey, wie soll das denn funktionieren, Junge? Das habe ich doch gerade erklärt. Nein. Sie redet nicht davon, aber... Okay. Und das, das fühlt sich gut an, wenn du denn da so rein popst. Oh yes, Daddy! Keine Ahnung. Jedem soll ein Pläser sch... Mir ist gerade ein bisschen Kotze hochgekommen. Was, wenn ihr mal ne Entzündung, ne Entzündung in euren Penis bekommt, weil der da alles so vögelt, was zu vögeln ist? Dann, äh, wäscht man sich nicht regelmäßig, ne? Wenn da ne Entzündung ist. Oder macht nicht alles sauber, wie auch immer. Aber ja, ich merk schon, dass alles schon wieder raus ist. Ich geh schlafen. Entschuldigung, viel Spaß und äh... Tschüss, bye, bye. Winke, winke. Viel Spaß mit deinem Schwamm. Ich hab nur einen Schwamm. Das ist mein Apferschwamm. Hast du keine Melone? Nein. Er hat eine Melone, ich könnte zum Türken gehen und mir auch eine Melone holen. Auf jeden Fall. Warum poppt ihr nicht einfach eine Frau? Hm, hatte ich erst. Das ist mir zu warum, Sabrina letztens hier war. Wo ist dann das Problem? Weil, äh... Musst du wieder poppen? Ich... Ich könnte den Dach poppen, hallo. Oh, okay, tschüss. Alles klar, tschau. Tschüss. Ich verstehe doch mein Leben. Sehr gerne, ne? Danke. Hey, geh popp deinen Schwamm jetzt. Oh nein, jetzt wird's laut. Let's go! Nice. Viel Popp deinen Schwamm erwartet. So, gute Nacht auf morgen. Tschüss. Okay, tschüss, tschüss, tschüss. Tschau. Alter, was macht der denn draußen? Pippo, warum kommen meine Pols manchmal raus? Weil ich nicht, hast irgendwo ein Leck. Er ist ein Leck, so wie er aussieht. So, jetzt müsste ich aber auch anders jetzt hier... Oh, mir würde... Mir ist grad ein bisschen schlecht gefallen von der Melone. Kommst du rein, Buur? Dann komm rein, mein Schatz. So. Ich fühl mich so nackt ohne mein Telefon. Das zieht dir auf der Sonne. Okay, musst du morgen auch arbeiten? Ja. Oh, Jesus. Ich geh auch gleich ins Bett, weil du musst du... Ich auch wollte nicht. Ich hatte jemanden gefragt. Ich hab ja auch nicht... Nee, ich mach noch, glaub ich, bis Mitternacht und dann... Ich kann eh nicht schlafen. Glück nicht. Gestern war ich um elf im Bett, weißt du, wann ich gepennt hab? Um zwei oder um drei. Ich will nicht wissen, was Marcel da geschickt hat. Was hat er wieder geschickt? Keine Ahnung, hat einen Link geschickt. Zu nem Schwamm. Einfach nicht raufklicken. Jaja. So, also Leute, ich hab das... Ich hab das jetzt in 5,5 Stunden gemacht. Warum geht das denn nicht? Hä? Verstehe ich nicht. Nee, machst du, ich klicke da nicht drauf. Das ist doch verbunden. Das würde mich doch jetzt gerade richtig nerven, oder? Oh, die Tür schlank. Dreh mich durch. Bein, Konto wurde erfolgreich verbunden. Ich hab das extra drüber neu gestartet, Bein. Ich verklag das Spiel. Wenn ich jetzt draufklicke, komm ich mega subgeil rüber. Und den Win geb ich dir nicht. Das ist alles fertig. Was? Er meinte, wenn ich drauf drücke, dann gibt er mir einen Sub. Beppo hat Nein gesagt. Das sagt Muni auch. Ich bin überstimmt. Darf nicht. Ich hab das nicht drauf. Ach, stimmt. Ich hab das nicht drauf. Ich hab das nicht drauf. Da hat da jemand wirklich das in den Raum geworfen. Ja, ne warme Melone. Sag ich. Hä? Ja, mach sein Loch. Könnt ihr nicht einfach eure Hand poppen? Musst ihr das immer irgendwo reinstecken? Ja, gut. Auf beiden Seiten ist es eklig. Die Frauen drücken sich auch. Sag mir rein. In dem Kurs waren nicht nur die Männer, die hier ihre Sachen gesagt haben. Was ist die Scheiße? Jetzt kann ich mal klar. Wow, Marcel. Wow. 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 Die sehen alle so männlich aus. Ist das normal? Ach, Marcel. Das ist immer nicht normal, oder? Geh, ich schlafe, Marcel. Wir hören uns morgen. Oh! Danke! Ja, 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 jetzt kommt der Hype Train. Ja, ja, klar. Ist klar. Danke! Die guckt auch wie so ein geprügelter Hund, ey. Uiuiuiuiui. Ach, ihr seid toll. Ich finde euch toll. Wir finden dich auch toll. Was? Oh, I came away. Oh, good darkness. To see I take any way. Hm. Boah, dann ist die Arabischwache. Entschuldigung. Ich hab nichts gesagt. Was passiert beim Hype Train? Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung. Ja. Die Software hat den Biliko, glaub ich. Take it on beta. Biliko. Bei mir passiert das oft in der Letz... irgendwer. Ja. Jana hat letztens auch einen gestartet. To see I take... Soll ich jetzt aufstehen und den Tanz tanzen von Take on me, der immer auf TikTok läuft? Oho. Ja. 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 Du musst was für deinen Halb Train machen. Du hast gefragt. Wir haben geantwortet. Take me. Ja. Nein. Also Leute, ihr wisst, ich leb auf TikTok, also... Auf TikTok. Aber ich lebe nicht darauf. Ich möchte auch noch so eins finden im Schein. Ey, ihr wisst doch wie der Tanz geht, da ist nicht schwer. Ich glaub das Lied war auf Singster mal. Erst scharf machen. Ja, Marcel. Ja, ja. Typisch Frau. Warum ist dein TikTok... Ist mein TikTok nicht im Profil verlinkt? Echt? Echt? Ich leb auf dieser App, Mann. Schäme dich. mein gott ja aber auf meinem insta und doch auf meinen links müsste es drauf sein danke marcel doch doch da müsste es drauf sein alter fickt dich doch ins knie ja marcel vielleicht will ich auch einfach nicht jedem ein tik tok geben oh gott was nehme ich denn jetzt für einen art namen marcel wolltest du nicht schlafen gehen er geht noch mit tobi man geht noch mit seiner ich habe sehr viele videos ehrlich gesagt gelöscht gute nacht jetzt schlaf jetzt wie gesagt ich bin erst seit kurzem dabei das alles aufzubauen weil ehrlich gesagt ich habe immer nur gestreamt aber ich habe so viele tik toks eigentlich doch wie heißt das leute wie heißt es wenn man die nicht noch nicht gepostet hat aber die sind fertig ja ich habe echt viele meinen entwürfen ja okay johnny du hast sende pause bist bist du wieder in deutschland bist dass du es weißt du hast sende pause jetzt mein freund der sonne aber ich weiß gar nicht was ich für nachnamen nehmen soll hilfe scheiße patenzen kommt doch doch wenn ich jetzt granger nehmen so wie hermine granger nö nimm doch was du willst ja andere johnny habe ich dich schon meine du bist level 26 ja ja der andere johnny hat sende pause da kann jetzt meine handy nummer bis morgen für mal kurz verlieren ich glaube die man ja okay 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 schade meine natürliche augenfarbe gibt es hier natürlich nicht ich ignoriere dich zu tode jetzt nicht du moni sie meint es gegen dich ich mein du hast du der gute johnny ist ja 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 alles gut ist kein freundes ein wieso sind hier steine drehen was läuft und versuch nicht nicht anzurufen weil ich werde dich hardcore ignorieren warum wären die denn sofort so stinkig ich wollte nur vorbeifliegen und der wird sofort stinkies ganz behalten habe ich schon so schlimm wenn zwei johnny's sich gegen die schließen hast du echt die arschkarte gezogen naja du hast dich mit ihm zusammengeschlossen er sieht so süß aus wenn wir den ich die ich knudel ich sieht er aus 11 11 dran das versuchen oder er bürstet mich hardcore als wir dran sanfter himmelsdrache ich bin level 27 hier vor mir aha der ist da auf der karte ok ich weiß das wo ich bürste den jetzt oder er bürstet mich warte das wird langer kampf lustiger kampf er ist auf mich aufmerksam geworden küsschen wo es ist alles gut es ist ich bin süß ich habe dir doch gar nichts gemacht du wohnen so hast du schon nicht nennen ich habe nur feilen bogen seid jetzt auf mich geschossen scheiße schießen die menschen auf mich hier sind eindeutig zu viele die mitmischen und töte die die rundherum stehen nicht so viel nicht so viel nicht so viel nicht so viel du machst ihn tot ich habe angst mich zu kratzen das kratzt auf meinem kopf ich will doch einfach nur aus dem streitgespräch raus bleiben da wie zick ich die miteinander sind ich wusste es hat sie gerade zu leise bin ich bin mitten im spiel und ich höre einfach ein gar nichts weil das so laut ist ok der will echt meinen arsch guck ihn dir an ich mach nichts außer hier umher zu laufen nein jetzt will er schon wieder mein arsch ja ich warte schon auf johnny's kommentar wer kommt nicht scheiße ok habt ihr den anderen gesehen der sich jetzt einmischt wer kommt so ein blöder wolf hier und meint sich einzumischen tötet ihn hast du ihn weggesnackt der bleibt nicht drin du brauchst einen stärkeren ball alter geh doch mit deinem fetten arsch aus meinem gesicht raus du bleibst in dem ball bruder ich schwörst dir dein elektrik ändert sein gesicht hat auch nie was mich nervt ist dass der bohr einfach nicht in dem scheiß ball bleiben will es ist ein hübscher ball er könnte halt echt glücklich werden dem ball ich habe gleich keinen mehr der bruder bleibt nicht drin da bleibt nicht drin da kann ich machen was ich will ich habe keinen stärkeren ball ich muss ihn fast tot kriegen glaube ich und ich 12 ich ich 4 5 4 wir haben ihn ich brauche so viel ich gehe jetzt mir den neuen davon das müsste kloppen so dass das habe ich genug muss noch den einen mitnehmen den habe ich dann haben wir uns die körper um die uhr pick dich johnny pick dich oh mein gott ich habe ihn beppo ich habe halsschmerzen davon guckt schon er hat gar nicht mitgekriegt was wir geredet haben er ist im weg wo alter ich muss aber jetzt den stream gleich ausmachen ja ich muss schlafen gehen oder auch nicht ich muss morgen zum arzt wie ja aber ich gehe zum psychologen deswegen ich kann mich nicht krank melden der frisst mich ich muss morgen auch zum arzt was hier kommt der alle jüten nicht rein oder wie du wirst meine base ich gehe noch zu meiner base ich würde ja auch lieber länger also wenn ich könnte würde ich bis vier morgens machen aber dann habe ich zwei stunden schlafen aber du musst morgen trotzdem arbeiten und zum arzt oder wie also ich könnte eigentlich ja aber zuhause bleiben aber es bringt auch nichts ich bin auch mal offline macht's gut leute bis nächstes mal ja ja tschüss johnny wo ist meine base ja es ist immer lustig bei mir ich glaube sogar ohne witz dass ich krank werde Echt uncool. Da hört bloß auf mit krank werden. Ey, ich bin seit gestern halt nur eigentlich am Lesen gewesen die ganze Zeit. Dass ich jetzt noch nicht wieder irgendwas habe, ist schon... Ich habe Angst, wenn ich jetzt sage, dass ich Halsschmerzen habe, dass das gefundenes Fressen ist für den Chat. Aha, okay. Egal, was man hier sagt, es kann und wird gegen einen verwendet werden. Ja, ja, du denkst dir aber was. Ahoi, und gut, weißt du... Mensch, wie geht's dir? Leute, wenn ihr einem echt coolen Menschen folgen wollt... ...dann folgt Matt. Matt ist so ein cooler Mensch. So ein netter, herzensvoller, lieber Mensch. Dem könnt ihr folgen. Ich feier Matt von ganzem Herzen. Nee, Matt ist so ein toller Mensch. Das ist nur die Wahrheit, Matt. Ich sag nur... Ich erzähl nur die Wahrheit über dich. Wir wissen alle, wie toll du bist. Oh mein Gott. Oh mein Gott, jetzt kann ich nicht aufhören zu zocken. Wieso? Ich wurde gewähltet mit 59 Leuten. Also ich bin da, wie gesagt, ich bleib bei dir. Ich bin ja auch noch da. Was ist denn los in den letzten Tagen? Vielen Dank! Vielen, vielen, vielen lieben Dank! Oh mein Gott! Es ist so... Es ist so viel! Es ist so viel, die letzte Zeit. Vielen, vielen lieben Dank! Hier kriegst du deinen Shoutout! Vielen, vielen, vielen lieben Dank! Ich höre irgendwann... In nächster Zeit, wenn ich irgendwann weinen bin, der nächste Raiden. Hi! Hi! Danke! Ah, ich bin jedes Mal so überfordert bei einem Raid! Vielen lieben Dank! Was habt ihr denn gespielt? Wart ihr auch bei Paul wohl? Ach Gott! Es ist immer komplette Überforderung für... Ich wollte echt gerade aufhören, ne? Leute! Nur so ein... Nur so ein paar Rutschnasen. Wir waren auch bei Paul, weil ich bin dann am Anfang... Ja, Paul wohl ist Liebe. Paul wohl ist Liebe. Pure Liebe. Aber Beppo, der macht ja gar nichts, der Elfie dran. Tja. Aber echt gar nichts. Der sieht nur gut aus. Macht echt gar nichts, der Boah. Doch, doch, doch! Ich kann ihn durch den Hörscher... Ähm... Danke für den Follow! Schlaf gut! Schlaf gut! Danke für den Follow! Hallo! Hauptsache, man hat mich die ganze Zeit gar nicht gehört. Maschallah! Schon wieder! Lass noch was da. Als ob du Ham... Ja, ich hab Hamtaro-Emoz, ja. Danke, Lady Vanora für den Rank! Danke, 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 danke! Und schlaf gut! Also, er macht dasselbe wie der Hirsch. Schlägt den Kopf ein. Er schlägt sich im Kopf kaputt. Ich hab den letzten Bus gefunden. Okay. Und gefangen. Dann nehme ich ihn, Mann. Oh, guck, wie süßer ist! Guck, wie süßer ist! Guck dir das Vieh mal an! Oh, guck, wie süßer! Der Vogel sieht richtig geil aus. Warte, ich muss kurz bei dir los schauen. Oh mein Gott, der sieht mega geil aus. Und er ist Transport 3. Das heißt, er verräumt auch gut. Boah. Es ist halt nur eine kleine Enttäuschung für den, äh, Victor. Der ist Stufe 50 und kommt eine Sammlung von Level 1. Ich bin, ich bin, tut mir leid, wir, boah, ich bin so überfordert mit den Rates in der letzten Zeit. Okay. Ich bin so dankbar dafür, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, was ich gewachsen bin innerhalb von einer Woche jetzt. Das ist der Wahnsinn. Puh. Da ist mein Anubis. Da ist ja kein Anubis. Ich guck grad her. Also, also wir sind ein bisschen weiter, wenn Lady Vanora erst angefangen hat. Also bei mir seht ihr vielleicht ein bisschen, also ich hab diese Base hier heute gebaut. Das war alles jetzt die letzten 6 Stunden. Haben, haben, hab ich das hier alles gebaut. Ja. Weil ich hatte eine andere Base und die war uns ein bisschen zu klein. Und deswegen hab ich jetzt eine größere gebaut. Maschine. Ey, wenn man bedenkt, wie sie am Anfang ausgesehen hat, haben wir echt viel abgerockt die letzten Stunden. Und ich hab sie noch zwei ganz mal umgebaut. Ja, ist ja brutal, also was wir jetzt gemacht haben. Pixel, wir, danke für die Bits. Boah, du kriegst Bits und mir gibt er... Oh mein Gott. Ja, ja. Ist in Ordnung, Johnny. Wer ist der Beste? Wer ist der Beste? Okay. Okay, wir können die Eier jetzt ausbrütern. Wir haben einmal... Was für ein Vogel war das, den du gerade gefangen hast? Äh, das ist ein Boss. Ah, den Ragnarhawk hab ich nämlich gerade aus dem Ei bekommen. Ne, der links. Der links von dir. Der links? Wie der... Unter deinem Zoe und Grisbold. Unter Zoe und Grisbold? Äh... Der Ragnarhawk. Links, 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 links. In deinem Team, was du mitschreibst. Ah, der ist richtig gut. Ah, den hab ich gerade aus dem Ei bekommen. Äh, nimm den fürs Feuer und verräumen, weil verräumen plus drei und Feuer plus drei. Okay. Wo ist da denn der Bruder? Weil da mach ich so rein. Weißt du, dass es vom Mammut noch eine Version gibt? Ja, eine weiße, glaub ich. Ja, so eine Eis. Nee, die hab ich in den Bergen gesehen. Wow, es wird immer... Es wird immer... Voller hier bei mir. Die werden immer fatter, finde ich. Also die Guten sind alle übelst fatt. Ich bin überfordert. Aber warte, Leute. Ich... Ich kann euch noch was anderes geben, weil wir sind... Wir sind... Wir spielen gerade zu zweit. Und wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch mal bei ihm vorbei luschen. Wir sind eigentlich immer zu zweit am Zocken. So, ich muss mal meine Kräuter holen. Genau. Danke. Das ist die Person, die ihr hört hier. Genau. Und Monique. Aber Monique streamt leider nicht. Nee, nicht mehr. Noch nicht. Ich hab mal. Kommt wieder. Ich hab mal. Genau. Moni, es wird wieder Zeit. Also Bippo ist... Ist weiter als ich. Aber wir streamen halt jeden Tag. Man kann mir ja trotzdem ein Follow hinterlassen. Also mein Konto existierte trotzdem. RKMZ-Girl, ne? Also... So ist mein Profil. Ich weiß, so hieß ich mal. Ich musste mich aber unbedingt, weil ich niemand aussprechen konnte. Dann hast du's buchstabiert. Das ist gesagt, sprich die Buchstaben einzeln aus. R-K-M-Z. Und dann Girl zusammen. R-K-M-Z-Girl. Die Leute haben schon ein Problem bei mir. RK-M-Z-Girl. Schläfst du? Was? Nee. Nee, mein Paar. Wo, 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 wo ist er? Wo, wo ist die Presse? Die Presse ist schwer verletzt. Wo ist die Presse? Ich hab mal die Presse nicht. Hast du da noch eine Nummer hintendran, oder wie? Ich geh mal was essen, kleiner. Moni? Schon mal... Dann könntest du mich beide gleichzeitig... Ja, das, 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 das müssen wir mal machen, oder, Beppo? Jo. So ein, ähm... Gleichzeitig-Stream, weißt du? So ein Squad-Stream. Oder wie nennt man das? Hallo, hallo? Ja, ich hörte dich wieder. Oh mein Gott, ey. Ich wollte dir ein Follow lassen, aber du sagtest ja RK-Girl und gab's noch ne Nummer hinten. Danke, Dragons-Mama. Schlaf gut. Oh nein, das war mal. Also, warte mal, ich kann ja auch. Ja, wir müssen halt gucken, wie wir so ein Multi-Stream halt mal machen. Ich schreib mal kurz was rein. Okay. Und dann kannst du da doch auch mein Dings finden, oder nicht? Ich schimm mal. Weil du in den Trash-Talk-Shot schreibst, äh, sehe ich es, ja. Nee, nee, bei ihr im Stream. Aber, ja, kannst du machen. Ja, ja, ich hab Hallo geschrieben. Ich sieg's die Modi-Streams. Ja, ah, da. Ich musste mich ja umbenennen. Die Leute können meins auch nicht aussprechen, ne? Kri-Kri's- Oh! Was ist? Hä? Bei mir ist sie gerade auf einmal weg. Ja, sie hat... Ich heul gleich! Bippo, 54 weitere! Bippo, 54 weitere! Ich... Eigentlich hier allgemein, meine Follower und so. Warum wird mir das nicht angezeigt? Kanal. 64 Follower. Leute, mir kommt's rein! Warum kommen dir die Tränen? Oh! Ich bin wieder gewaitet worden! Da gibt's 54 Leute! Oha! Oha! Warum kommen die Tränen, Leute? Hört auf! Oh mein Gott! Ich schaff das nicht mehr! Geht lieber raus! Einmal Liebe da lassen! Alter, guck! Oh mein Gott, mir kommen ohne Schreiz die Tränen! Das ist ja voll süß! Das ist ja voll schön! Das ist ja voll schön! Oh mein Gott, Leute! Hallo, ihr wunderschöne Menschen! Es ist sooo schön! Ja, du wirst Kim gleich so da sehen im Stream! Am Boden liegen und heulen! Oh nein, es ist so schön! Ich bin so überfordert mit all den... den Raids und... Oh Gott! Alter! Alter! Alter, warum heule ich in dem Stream? Komm, wir wollen cool bleiben! Warum so weinst? Weil du das... keine Ahnung, wie viele Mal... geradet worden bist! Ich glaube, ich wurde heute... viermal geradet und dann so! Das heilen alle! Heilen alle! Heilen alle! Heilen alle! Kaputt gemacht! Nein! Ich bin... Wir haben eine Garantie, wir haben noch den Kassenbon, wir können sie zurückbringen! Heilen alle! Heilen alle! Ich bin einfach... Komplett überfordert! Heilen alle! Heilen alle! Was Streamer sind Menschen im Internet sind doch nur Bots unterwegs! Heilen alle! Heilen alle! Der ist gut! Der ist gut! Danke, Leute! Danke! Wie geht's euch allen? Habt ihr auch Polwald gestreamt? Okay, komm! Wir beruhigen uns jetzt! Ich bin normalerweise keine Heulsus! Löt nicht! Ach guck mal, die haben doch... Die haben doch auch reingeschrieben, wir sind alle ganz nett! Wir sind auch ganz nett! Nur ein bisschen verrückt! Warte mal! Ich korrigiere! Ihr beide seid verrückt! Da war ja was! Ich bin nicht verrückt! Wir sind nicht normal! Ich... Nein! Ihr seid nicht normal! Nein! Wir haben nie gesagt, dass wir normal sind! Das stand nicht! Stimmt! Danke für den Follow! Das stand nicht auf dem Kassenbogen! Ich streiche Kühe! Danke für den Follow! Tim hat Reactions gemacht und so... Ah, Minecraft! Ich habe in der Tat noch nie Minecraft gespielt! Schäme dich! Ja, Reactions habe ich auch eine Zeit lang gemacht! Aber das ist jetzt ein bisschen ausgefallen! Ich muss das auch wieder... wieder anfangen! Die Leute fragen schon, wo... wo mein... Assi-TV... Stream ist! So, wo bin ich krepiert? Da oben! Ja, da muss ich hoch! Ich glaube, ich kriege Migräne! Nicht gut! Nicht genug getrunken! Ich, äh... Sehe mir, ähm... Assi-TV-Folgen mit meinem Stream an! Das heißt, ähm... Barbara Salisch! Bitte helf mir! All diese Sachen, die ich so... Ich bin in Gefahr! Weil die früher im Fernsehen geguckt habe, halt! Richtiges Assi-TV kriegt ihr bei mir! Mit Assi-Kommentaren! Ja! Ist aber jetzt eine Zeit hängen geblieben! Ich muss das wieder anfangen! Wut-Coach... 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 Okay, okay! Teufel-Kommentaren! Okay! Ja, Assi-TV! Assi-TV hat wirklich geboomt! Eine Zeit lang! So, ich muss meine Rüstung mal wieder heilen! Ich will morgen nicht bei meiner Firma anrufen! Ich hab soo Panik davor! Ohne Witz! Wieso? Ach, was? Ich will da nicht anrufen! Machst du eine Verlängerung! Du musst keine Panik haben! Ähm... Gib mal nochmal 1-2 Wochen oben drauf, wegen der Scheiße! Ja, gut! Was glaubst du? Mein Chef, der hat schon keinen Bock mehr, wenn ich anrufe! Ich bin ja jetzt schon... Warte! Fast 2... Über einen Monat! Ja, eineinhalb Monate! Zuhause! Also, wir sterben ja von Quinch, aber wir machen es noch quinchiger! Quinchiger? Noch quinchiger, ja! Bisschen peinlich! AssiTV ist brutal, also... Jetzt ein auf-domein-web geht ja auch bis in die Retro-Richtung... Ja... Och Gott! Das gute AssiTV haben wir doch alle geliebt früher! Wer was anderes sagt, lügt! Verstimmt! Echt, ja! Der beste Sender! Früher immer nach der Schule! Muni guckt immer noch Dschungelcamp! Ey, komm! Super Talent! Wuhuhuhu! Alles super Talent! Komm, wir haben sogar für dein Geburtstag Dschungelcamp geschaut! Ja, für mein Geburtstag haben wir einfach Dschungelcamp gekauft! Haha! So asozial, Mama! Ah, die packen wieder alles in die falschen Kisten, diese Dovis! Dann mach eine andere Kiste da! Wieso machst du die Hauptkiste da? Das ist nicht die Hauptkiste, das ist die Kiste für... Wow! Pyrin! Was ist das denn für ein Biest? Was macht der Boer denn? Ah ja, du erinnerst mich! Ich muss auch mal nach meinen Eier sehen! Wo ist der Boer? Wenn ich mir schubbe? Habt ihr den gerade gesehen? Sortier sie nach Nummer, dann finde ich... Wo habe ich? Aber ich habe noch eine Nummer der Boer hat! Ich habe noch eine Biele bekommen! Er macht Feuer, zwei! Und transportiert eins! Er ist ja voll Noob! Wuuuuh! Und einen neuen, wo ich schon nicht starte! Geil! Obwohl, ich könnte ihn zwar auswechseln durch ihn hier... Oh mein Gott, guck dir den an! Welchen Boer? Wie hübsch der Boer ist! Der Hangyu oder was? Hier! Pyrin! Ah, der! Den habe ich! Also... Fyre... Mit dem aktuellen Saschka... Da geht es um Fyre und der im aktuellen so ist, weil er ganz gegen Fyre quer ist! Alter! Ja! Ja, ja! Also ich habe das Video von Saschka noch nicht geguckt, aber ich wollte es noch machen! Aber das mit... Also ich habe gar nichts gegen 24 Tim, aber das, was Saschka sagt, stimmt! Er nutzt das wirklich übelst krass aus! Und er wird eigentlich nicht gehatet, weil er quer ist! Er wird eigentlich gehatet, weil er sich so aufführt! Also... Keine Ahnung! Mir ist er nicht sympathisch! Mir ist der Buur nicht sympathisch! Und das nicht, weil er quer ist! Was? Weil... Also... Sag ich jetzt, ne? Ist nicht böse gemeinig, dass die Leute jetzt wieder meinen, ich wäre ähm... Transfeindlich oder was auch immer! Ja... Mir ist es wurscht, was man ist! So... Wo ist denn mein Vögel schon? Komm! Ich bring hier mal die Bude rein! Na, Johnny ist wieder da! Hier kommt Johnny! Die Leute glauben mir nicht, wenn ich denen das schreibe! Ja... Scheiße! Sprach Eisen! Ich sprach Eisen! Und ich hab wieder nix! Ich hab's! 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 Tim... Tim soll sich nicht... So... Also... Keine Ahnung, Moni und ich haben auch schon darüber geredet! Worüber? Was? Mal... Das... Mich stört nicht, dass 24 Tim schwul oder Gott weiß was ist! Mich stört einfach seine Art! Richtig! Wenn er auch... Hetero wäre... Oder so... Er ist ja hinterfotzig, der Typ! Genau! Dann wäre er mir genauso unsympathisch! Also mir ist es wirklich scheißegal, was... Auf was er steht, was er haben will! Er soll sich einfach nicht so benehmen! Keine Ahnung! Benimm dich einfach gut erzogen und nicht... So... Wie Beppo sagt, er benimmt sich extrem hinterfotzig in meinen Augen! Aber wenn er meint, so glücklich zu werden... Ich denk nicht, dass er so glücklich werdet! Also wird... Wer jetzt? Gentil vor Tim! Er ist ja echt nur am heulen! Dann macht er wieder eine Pause! Dann wird er wieder gehatet, wenn er zurückkommt und... Das ist ja sowieso so ne Sache da, ne? Ist grad einfach auch alles nicht so einfach! Das Schlimmste ist eigentlich gerade... Kindlich richtig anstrengend! TikTok Star! Ja! TikTok Star, der ist Influencer! Das ist das... Er... Ja, er ist Influencer auf TikTok und ähm... Er meint halt, er wird gehatet von der ganzen Welt, weil er queer ist! Obwohl er gehatet wird, weil er einfach einen scheiß Charakter hat! Er ist einfach ein hinterfotziges Luder! Wie wollt ihr es sonst nennen? Ich hab meine Pauls gleich alle ausgewechselt! Äh... Mist! Musst du auch nicht kennen! Das ist absolut kein Verlust in deinem Leben, wenn du den Typen nicht kennst! Absolut nicht! Ich hab ihn auch nie gekannt bevor es... Davor! Wer redet ihr jetzt? Äh, 24 Tim! Er kennt ihn nicht immer im Stream! Muss man auch nicht kennen! Kein Verlust! Der hat junge Zuschauer... Sagen wir es mal so... Er hat besser gesungen als Baby's Beauty Palace, ja? Ja, aber die hat sich halt gut verkauft! Ja! Ne, das Traurige... Also es ist wie... Äh... Alex sagt, das Traurige ist, dass er sehr viele junge Zuschauer hat und die eifern ihm alle nach! Das ist der Scheiß! Oh ja, davon gibt es eine in unserer Straße! Und das, das... Und so... Das ist mega scheiße! Ihr müsst den echt nicht kennen! Also gibt es einfach nur einen auf... Ähm... Auf... Tiktok! Klingt... Es ist eine männliche Shoryoka! Bua! Es ist eine männliche Shoryoka! Geile Beschreibung! Oder wenn jemand Olivia Jones kennt, ne? Shoryoka war auch schon ein paar mal das Thema in meinen Streams! Ich hab Shoryoka gefressen! Hm... Immer alles, das der Opfer ist und die anderen schuld sind wir das alle... Äh... Oh mein Gott! Oh Gott! Jetzt kommt doch ne Apurett! Leute, es ist halb eins morgens! Kommt mir doch jetzt nicht mit Apurett und alles! Bester Dude! Ja, der echte Mann! Der einzige echte! Wir sind alles NPCs und er ist der Main-Character Mann! Der chillt in Doobie! Und Insti! Ich glaube nicht, der wird irgendwo in einem Keller von seiner Familie leben! Ah, Budget Geld! Budget Geld halt! Aline Bachmann auch... Leute! Wir müssen uns beruhigen! Wen wollen wir noch in die Runde werfen? Ich nehm ne Biene! Wo haben wir jetzt noch? Wir haben noch Skurros! Wir haben KuchenTV! Über den ich nicht viel reden darf, weil er gebannt ist! Heißt... Nein, das heißt nicht Burgigeld! Budget Geld! Ja, also ich hab zum Beispiel... Der größte luxemburgische Streamer ist ja Let's HugoTV! Und ich persönlich kann HugoTV... Ich kann ihn nicht ausstehen, auch wegen seiner Art und Weise, weil er benimmt sich halt... Wie soll ich das jetzt auf ne nette Art und Weise sagen, Wippo? Oh, der hat ne Kokosnüsse auf den Kopf gefallen! Er ist... Ich glaub, in Luxemburg ist er nicht extrem... Führt er mal so, äh... Seine Steuernzahl? Unser Beppu! Ja, es ist immer einfach zu sagen, er hat ne Krankheit, wisst ihr? Naja, ich mach auch Burgigeld, ich sag's euch! Ihr müsst... Ihr darf nicht vergessen, wir sind alle nur NPCs! Er ist der einzige Main-Charakter! Das ist die Sache! Das müsst ihr verstehen! Bei Hugo ist so ne Sache... Er... Er hat definitiv ne Krankheit... Aber zum anderen ist er aber klug genug, um zu wissen... Diese Phase für sich zu nutzen und... Nicht genau zu sein für seinen Bruder! Weil... Weil er gönnt einfach seinem Bruder keinen Erfolg! Und er... Hintert es auch! Finde ich nicht korrekt! Das hat gar nichts damit zu tun, Luke, dass er... Dass er den Schlaganfall, der so hat... Es ist wie Beppo sagt! Dass er was damit seinem Bruder abzieht, das ist nicht... Eine Reaktion auf seinen Schlaganfall! Und Mimi, der Endboss! Dark Souls-like! Ja, Mimi! Mimi, der König! Mimmi, der einfach... Ein Video von Apouret guckt und dann rausfindet, auf welcher Etage... Apouret sitzt! Der NPCs leider Burger-Jobs machen müssen, bedanke ich mich für das Code, bis ich... Schau mir mal vorbei... Gute Nacht! Danke, dass du da warst! Danke für den Follow! Schlaf gut! Und habt einen schönen Tag morgen! Ja... Jeder ist das so ein Eier werden... Mimi... Mimi ist Gott... Mimi ist... Mimi ist Maschine! Mimi ist absolute Maschine! Ich bin so froh, endlich mal Menschen zu haben, mit denen ich über das reden kann! Danke! Richtig! Wippo, du sowieso! Aber guck... Du fragst... Du fragst Marcel... Marcel, wer er ist und der hat keinen Plan! Ich habe jetzt mal meinen Depresso ausgewechselt! Der macht mich depressiv! Keine Ahnung! Ich... Ich... Ich habe keinen, der Depresso ersetzt! Dann geht ihr den Bus holen! Der... Der arbeitet gut! Nein! Ich habe hier meine... Meine Süßis! Ich brauche noch ein paar Namen! Ich brauche noch einen Namen für ihn! Für den Vogel! Für ihn! Für ihn! Gott, mir fehlen ein paar Namen! Also Hogwarts ist ja schon echt gut gemacht worden, ne? Also ich bin schon begeistert, bin ich ehrlich! Und du bist erst am Anfang! Ja! Also danach wirst du das Wort Reveglio nicht mehr hören wollen! Ich kann das jetzt schon nicht mehr hören! Du wirst das auf allen Meter machen! Reveglio! 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 Wie sieht es hier aus, Party People? Party People! Wuuuuh! Er ist hier gut am Looten! Am Looten! Der Feini! Also so lange mache ich auch nicht mehr, Leute! Weil ich muss arbeiten! Tut mir sehr leid, meine Scheiße! Das Intro dauert nicht so lange, richtig? Äh, du musst halt kämpfen schon von vorne, ne? Ja, das habe ich alles durch! Ich habe auch gerade das Hogwarts-Stoff gesehen und so, und da stand da Hogwarts! Ey, dann kommt jetzt der Hut! Oh! 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 Immer diese N eben, Chris! Ja, leider, ne? Ich wäre auch lieber Fulltime-Streamer! Aber wir haben uns schon gefragt, wo du bist, John! Hast du uns einfach verlassen! Thema, danke, dass du da warst! Schlafen Sie gut! Schlafen Sie alle gut, meine lieben Leute! Ich habe mir jetzt einmal 500 mal Pulskohle gemacht! Ja, das war aber... Sagt mir nicht, dass der junge Mann Dumbledore sein soll! Das ist nicht Dumbledore, das ist der Vorgänger von Dumbledore! Achso! Ich glaube, Siri ist irgendwas, oder Black, keine Ahnung! Ich denke, wir haben eine Stockgeführ, aber ich muss ja nur... Denkt ihr, das war echt? Dass sie das echt nicht gepeilt hat, dass sie arbeiten musste? Für wer? Das war ein bisschen Too Suspicious, das findet ihr nicht! Also, ich würde nie vergessen, arbeiten zu gehen, keine Ahnung! Also, ich würde nie vergessen, arbeiten zu gehen, keine Ahnung! Ich würde mir nicht mal im Traum einfallen! Ich finde das so entspannt, wie er das hier macht, ne? Das heißt doch Weasley! Oh! Oh! Obwohl die Urlaub hier meinen... Ich hatte letzte Woche Urlaub und mein Urlaub war so stressig! Dieses... Ich habe es so übertrieben! Ja, also, ich gehe Vollzeit arbeiten, ne? Also... Es steht außer Frage, dass ich meinen Beruf aufgeben werde für Streamen! Nicht so, wie es jetzt ist! Wenn ich irgendwann mal so in der... in der Gegend von Monte bin, dann regen wir nochmal darüber! Ich kann euch sagen, ich bin gebrochen! Mein Urlaub war... Das jeden Tag streamen... Das jeden Tag streamen! Die 6-7 Stunden jeden Tag, das war... Das war bitter! Und dann morgens so früh aufstehen, das war... Gebrochen! Ja, ja! Ne, es ist nicht, dass es mir tut... Gut tut! Ich streame gerne! Es war nur halt eben... Ich musste auch immer morgens früh aufstehen, weil ich aber den Tag verplant hatte! Aber ich wollte halt streamen, weil es mir Spaß gemacht hat! In Luxemburg müsst arbeiten! Ne, wir müssen arbeiten! Wir müssen sehr viel arbeiten sogar! Bei uns gibt es noch 40 Stunden in Wucht! Hm... Es ist... Es ist... Es ist... Ja... Sogar mehr wie 40 Stunden! Ja... Ich habe... Ich habe so viel gearbeitet, dass ich kurz und immer noch Kurzführung vom Burnout bin! Und, ähm... Und, ähm... Deswegen muss ich einen ganzen... Weiten Schritt nach hinten gehen! Und ein bisschen... runterkommen! Ich meine, ich bin weniger aufregend auf der Arbeit und so, dass... Das ist... Ui! Entschuldigung! Was bist du Gefinder? Ja... Ich konnte mich ja nicht verbinden oder verknüpfen mit dem scheiß Account da irgendwie... Wo ich das verknüpft habe! Also, falls ihr euch wundert, Moni spielt gerade Hogwarts Legacy das erste Mal! Um... Muss leider Pennen weg! Hab noch viel Spaß! Und zack Exchange an mir Gedanken! Danke, dass du da warst! Danke, danke, danke! Tschüss! Als... modified... Ja, wenn... Alva Kevin mich weiden würde dann, ich glaube... Dann fall' ich vom Stuhl... Dann kommen mir die Tränen und ich hör' nicht mehr auf... ich bin jetzt schon überfordert mit dem was abgeht die letzte zeit seit dem rate von euch von tremendo tv es meine als anzahl der zuschauer gestiegen aber ich bin jetzt immer an im durchschnitt von zehn stück oder so ne meiner ist echt gestiegen meine anzahl das ist krass und ich habe echt cool darüber bekommt zum beispiel john john ist bei mir hängen geblieben echt cooler kern und zehn minuten bevor ihr mich gewendet hat wurde ich noch mal von jemandem gewendet also es ist der wahnsinn ich bin überfordert mit diesem ganzen diese ganze unterstützung jemand so bekommen ja es ist einfach schön ja das wird sein ja ich würde es mir wünschen ich würde es mir wünschen aber wie gesagt ist ihm genauso gerne für einen zuschauer wie 4000 zuschauer ist dasselbe es geht einfach um den spaß am stream solange wir spaß am stream haben das ist der sinn also für mich ist das stream ein safe place und das wird auch immer bleiben und auch das zocken ich glaube ich rede mehr mit beppo jeden tag als mit meiner mit meinen eltern tage ein tag aus ja jeden tag ist es immer beppo und ich wie ich schon sagte am anfang du hast auch echt glück mit der community alle super sympathisch ja ich hatte echt glück ich hatte wirklich glück also wir kriegen auch immer einen tollen neuen zugang also zum beispiel wir haben moni vor zwei oder drei wochen gefunden sie ist auch super mensch also ich hätte nie gedacht dass sie so ein toller mensch wir haben sie gefunden haben sie gefunden wir haben sie behalten wir haben sie adoptiert ja so wie eine kotze in einem karton würden sie auch nicht mehr hergeben und dann haben wir auch noch schon gefunden vor ein paar tagen nur der hat mich gefunden der ist auch bei uns hängen geblieben auch ein super super sympathischer mensch ja pixel bier hat mich ganz am anfang gefunden als ich 20 follower hatte oder so und jetzt ist er bei mir immer noch kannst du mir verraten das spiel zu speichern muss ich doch einfach noch spiel speichern und ja wir kommen im hockwurz dann halt im grunde genommen easy du musst nur gucken nicht dass du gerade in einer aktion speicherst weißt du in einem kampf oder so weil dann musst du den kampf wieder von vorne machen und ich bin hier gerade im gemeinschaftsraum ja dann ist gut also sagst du kann ich kann ich ab zwischen hier war ich ja mal und dann gehst du wieder rein und dann guckst du einfach so habe ich letzte woche bei meinem papa gemacht alles wieder von vorne ja ich musste bei meinem papa alles von vorne machen ich muss mich halt erst mal dran gewöhnen das ist jetzt ein riesenbildschirm ist ich habe die premium bette ja ja ich habe schon vier stück gebaut hier die sind richtig geil das sieht aus wie eine lounge aber die sind so teuer zum bauern ich habe jetzt hier ich finde die kleinen eigentlich ganz gut aber wenigstens haben hier die großen mal plötzlich ich hatte sehr sehr viel glück auf twitch johnny hat ich hatte menschen die mir sehr viel geholfen haben ich hatte auch innerhalb glaube ich von zwei der drei wochen affiliate durch diese menschen und soja sind viele den ich sehr viel zu verdanken und das trotz der sprüche also johnny ist mensch ganz klar den würde ich nie wieder hergeben genauso wenig wie beppo und moni und marcel marcel genauso also jungs ich habe gesagt ihr sollt hier steine abbauen und nicht auf den steinen chillen was machst du denn da oben ich hatte das glück durch stream halt ich habe das stream hat meine besten freunde kennengelernt beppo ich sehe beppo mittlerweile als einer meiner besten freunde genauso wie marcel jana ist auch einer meiner besten freundinnen und moni wird es auch schon innerhalb von drei wochen ein sehr wichtiger mensch für mich geworden genauso wie johnny das sind menschen ich trage die so tief in meinem herzen und ich habe die kennengelernt durch streamen und ich werde sogar wenn ich irgendwann mal aufhöre zu streamen das sind menschen die habe ich für mein leben gewonnen und dafür bin ich bin ich gott und alles dankbar auf dieser welt ist wie macht mir sehr viel spaß ja ich habe wir haben halt das glück dass wir auch halt eine kleine gruppe sind die auch enger befreundet sind und uns persönlich schon kennt also ich glaube ich habe schon halb deutschland durchgefahren um jeden zu besuchen und ja wir hängen halt immer es ist eigentlich immer so eine chillige lounge bei uns wo wir abhängen während dessen streben wir und reden unsinn ich glaube so kann man das nennen bei uns aber ich werde jetzt nicht emotional und ich fange an über diese menschen zu weinen weil das sind menschen meine fressen richtig tolle menschen wir fangen jetzt nicht an zu heulen obwohl ich möchte aber wir fangen nicht an zu heulen ich bin in der tat auf der gamescom dieses jahr wir haben das vorhin geplant beppo wird da sein ich werde da sein marcel wird da sein jana wird eventuell die gamescom dieses jahr die gamescom zu köln da war ich noch nie hatte ich auch mal bock drauf da bin ich dieses jahr kannst ja mitgehen wenn du willst und dein mann kann ja auch mitgehen ist im august mann im august der august ja desto mehr ist ja ich wollte ja ich wollte johnny eigentlich auch fragen damit ja machen wir ein kleines treffen auf der gamescom weil ich ihm einfach seinen lager ausklären kann nö du kannst das problem ist das problem ist bei paul world wenn ich den server aufmachen ich mache das spiel aus wirst du rausgeschmissen das ist mit beppo passiert ne beppo ja deswegen ist besser du du baust in deiner ab ja das ist doof wir könnten dich mitnehmen rein theoretisch also ich habe kein problem damit können wir gerne machen aber schon du kannst du kannst immer zu uns in disco kommen und mit uns schnacken so wie heute das ist gar kein problem neue welt erschaffen genau ja und dann gibst du den einen namen ja du heißt ja palapagots insel steht dann ja richtig das stammt meine welt heißt x hamster das ist die porno seite moni denkt sich einfach nur ihr mit der chef x krispy haben so genau ach ja und ich bin echt vor patro besessen das heißt ihr werdet hier überall pop hat schon sachen bringen habe ich jetzt nicht jahre tschuldig hat niemand diese seite gekannt außer die leute die immer mein stream rein kommen und mich examen nennen ich habe am samstag geburtstag gefeiert und es war ein pop und ich habe auch geschenkt bekommen da steht marschel und dahinter steht chase das ist eine portfaktor lampe und wie sieht das aus mit mehr spieler on oder auf das kannst du umsetzen wenn ich auf twitch thema steht bei mir im discord ich spiel steht tetris auf porno kann man das immer wieder ändern ja das kannst du immer wieder ändern ja das kannst du immer wieder ändern ich liebe das lied man ich liebe ich singe das so oft am tag ja den kannst du auch später umändern kein fall zu groß für kleine pfoten ich feier die serie wenn der erfolg anhält ja ich bin mir sicher dass es paul gold merch geben wird da bin ich mir 100 prozent sicher wenn nintendo die jetzt nicht im grund und boden klagt ja guck ihr sind paw patrol fans beppo ja der marschel hat beppo mir geschenkt zum geburtstag ja 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 der merch wo ja seht ihr stimmt kann alles sein kann alles sein dass das noch kommt gutes marktrink bringt immer plüschis raus und ich werde plüschig kaufen aber ich will unbedingt den hier als plüschi haben weh wolfie ich will unbedingt wolfie haben ich muss schon meine schlange wie hieß die die blaue ich will unbedingt keine sorge ist so in der nintendo kann nichts weil sie haben nur die rechte auf pikachu glurag und bisasam wie ich gesagt habe wir hatten vorhin einen kompletten pokémon nerd in meinem stream und pokémon fan und der hat sich darauf behauptet dass jedes pokémon mittlerweile lizenziert wäre nicht nur die sondern alle am anfang wären es nur die gewesen aber mittlerweile alle ich weiß es nicht ich kann da nicht mitreden ich glaube ich kann da noch was kraften oder ja du kannst andauernd noch sachen kraften ich muss das fließband bauen aber es ich brauche so viel metall für den schall es kostet einen haufen geld ja also beppo hat genau dasselbe gesagt wie du es sind fast 900 pokémon pokémon sind ihr kopf aber der markenschutz wert teuer also ich finde auch nicht ehrlich gesagt dass dieses spiel hier viel mit dem pokémon zu tun hat außer dass sie verschiedene sich ähnlich sehen und ja es gibt einen grund wieso auch die pols den pokémon so stark ähneln man muss bedenken das team von pocket ist sehr klein und die 111 pols wurden von einer person designt und dabei hat er sie nicht selbst designt sondern er hat wirklich pokémons genommen die designs von pokémon und hat sie über eine umkonfigurieren lassen dafür sind verschiedene auch sehr ähnlich aus beziehungsweise vom character design oder von den farben her wie gesagt ich habe keine ahnung davon ich bin auch der meinung dass die meinung dass die tschuldigung luxemburg ich dass die pokémon spieler neidisch sind weil polwild ist das was pokémon hätte sein sollen in meinen augen aber naja kann halt auch sein dass die leute nicht dasselbe denken wie ich mal gucken ob der bohr jetzt wieder da ich mache nur noch eisenbacher das macht uns das heute wir haben heute zum beispiel auf der arbeit darüber geredet dass sogar einige eher wie digimons aussehen ich meine ich hatte angemäht und monik kommst du klar was ist jetzt los ich verstehe nicht wieso das die ganze zeit ist es war bei meinem ich habe das alles so eingestellt ich habe das alles so eingestellt einfach kommt nur meine kopfhörer sind und egal wenn ich mal irgendwann nach einer zeit weiß ich nicht ich verstehe nicht wieso ich meine augen ist es ein push to talk vorbeid entweder, es muss mal keine Einstellung sein, kann auch an deinem Headset sein, weil dieses Headset hast du sicher auch bei deinem alten PC genutzt. Ja, hab ich. Und du hast bei verschiedenen Headsets bei den Benutzungen, dass du nach einer Zeit, wenn du nicht sprichst, dass er sich abschaltet. Und das ist halt so eine In-Bild-Push-to-Talk-Funktion, damit, wenn dann ruhig ist, dass er dann dementsprechend sich abschaltet. Okay, aber das Witzige ist ja, ich spiel mir doch eigentlich. Deswegen verstehe ich das nicht. Ich hab jetzt mal bei anderen Geräten, hab ich mal ganz kurz alles rausgenommen, auch für meine Hype-Axis-Kopfhörer. Sie hat erst angefangen mit Paul-Walt. Ja. Und warum hab ich hier drei... Here we go again. Ich hab eine Logi-TKL-Tastatoren. Was ist denn dieses blöde Fisch? Was ist denn das blöde Fisch? Maus, Maus. Komm her, Bruder. Du hast zwei Mäuse. Ja, komischerweise ja. Äh. Geräte zu erstellen ist gar nicht mal so einfach. Hab ich dir gerade mal so festgestellt. Wieso das denn? Ich find den nicht, Mann. Ich kann mich gar nicht entscheiden, wie ich aussehen möchte. Oh ne, behinderte Saurus, behinderte Saurus, behinderte Saurus. Mach so wie Gronkh es gemacht hat. Schlanke Taille, fette Beine, fette Arme. Ne, das war für mich sowieso... Also, dass man sich so dick machen kann, ist voll heftig. Beppo, ich weiß nicht, wo diese F... Finglope ist. Aber ich hab braune Haare, hab ich mir gemacht. Und ich hab den gleiche... Ich hab mir graue gemacht. Ich hab die gleiche Frisur wie du tatsächlich, weil... Ja, die ist die hübscheste. Ja. Obwohl, ich find noch eine hübsch. Aber darauf hatte ich jetzt irgendwie nicht so wirklich Bock. Also nicht nur eine find ich hübsch, ich find... Mein Hund hat gebackt. Weil... Ja, zwei find ich hübsch. Weiß nicht, wo der... Ich such die Lo... Die Antilope hier. Finglope. Wo ist die denn da? Ich reich jeden Tag dahin. Die ist nicht da. Ich schwör's dir. Ich schwör's dir. Jetzt kommt der... Da kommt der Berliner raus. Nein, ich will keine pinken Arme haben. Nein. Ich hebe das Mikro bei dir. Der Bruder ist nicht da. Ich sag's dir. Hat jemand von euch denn schon gefangen? Die Fanlupe. Ich hab doch gar nicht... Ich muss mal gucken. Ich hab 107 Pols gesehen. Also ich hab fast alle gesehen. Hier. Welche Nummer hat sie? Ich weiß es nicht. Das ist ein Boss, Beppo. Ah, da. Fanlupe. Worte. Moment, guck mal. Ich hab den noch nie... Ich will den haben, weil der voll schnell ist. Und ich find den halt nicht. Wo ist der? Ah, da ist der. Da. Auf der Lupe. Und ich... Ich bin... Ich reich jedes Mal... Ich glaub auch, dass er in einer Höhle ist. Aber was für einer Höhle ist der Bruder? Äh, vielleicht beim Strand. Guck mal da. Nein. Der ist ja da auf einem Berg, so wie es aussieht. Und du hast hier... Mach den Haaren, wie du willst. Du hast hier eine so große Fläche. Kann sein, dass er da... In der Höhle ist. Er ist in einer Höhle. Bist du sicher? Er ist todsicher. Ich glaub, ich hab das gelesen. Ja, warte. Ich flieg mal da hin. Ich guck mir mal die Sache selbst. Ich fliege auch mit Nightwing. Ich glaub auch, dass er in einer Höhle ist. Und ich will halt unbedingt seinen Arsch haben. So, fliegen wir mal da hin. Er ist irgendwo hinter einem Wasserfall. Da ist ein Wasserfall. Er ist irgendwo hinter einem Wasserfall. Das ist lustig. Du sagst mir das und ich hab hier sofort einen Angang in einem Wasserfall gefunden. Ja, ich hab hier auch einen Wasserfall gefunden. Ist es der, wo ich gerade bin? Also, meiner war direkt beim Teleport da. Über Fenlobe. Ich hab ihn gefunden. Nein, du hast einen anderen Wasserfall wie ich. Ja, und ich hab ihn gefunden. Wo, Beppo? Mops mit einem Dicht, ich flieg's auf. Wieso ist er so angeschwächt? Wo ist er denn? Hallo? Ja, bitte. Entschuldigung. Hallo? Ja. Ja. Oh mein Gott, ey. Krass, das sieht lang aus. Ich hab wohl rein gar nichts gemacht. Es ist voll komisch, Kim. Bei mir wird er angezeigt, aber ich sehe ihn nicht hier. Das müsste seine Arena sein. Was wünscht die Kügel? Beppo, wo ist der Boer? Also, guck, 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 hier auf meiner Karte. Du hast den Eremitenwasserfall. Ah. Ja. Du teleportierst dich dahin und du hast direkt vor dir einen Wasserfall und da kannst du reingehen. Ich bin einfach 20.000 Kilometer weit entfernt. Genau. Gehst dahin. Ja. Und dann kommst du direkt an die Höhle und bei mir ist keiner da, obwohl er da sein sollte. Ich bin mindestens 20.000 Kilometer entfernt. Was cool ist, in der Höhle, es gibt sehr viel Äusen. Na ja. Da musst du mit Kontrollern zu gehen oder? Es gibt sehr viel Äusen hier drin. Das nehme ich uns mitmachen. Wie, wie, du hast das auch? Du hast dasselbe wie Beppo? Was? Weil, äh, Evelina schreibt auch, ich komm rein und der ist direkt auf 500 Bauen. Aber bei Beppo auch. Ja. Wo hängt der denn? Ey Leute, ich weiß doch gar nicht, was hier abgeht. Ey, ich bin doch total überfordert mit der Sache. Wie? Was, was machst du denn? Ich bin noch am Anfang Tutorial. Öffne mit B, das Baumenü, wähle Primäre Weltbank und suche einen passenden Platz zum Bauen. Genau. Was für einen passenden Platz für einen Bauen. Du musst dir einen suchen, der dir gefällt. Ich habe noch nicht meine Ahnung, wo ich hier bin. Ja. Du kannst auch die Welt noch, äh, also das Tutorial geht lange, also das kriegst du nicht in einem Tag durch. Ich hab ihn, ich hab ihn, Boah, ich hab, okay komm. Okay, Leute. Ist er da, bei dir? Ja, komm. Jetzt krieg ich mir irgendwas. Wer ist da bei dir? Ah ja, der stimmt. Fäng Lob an, komm. Du kannst den letzten Boss, den ich mache und dann geh ich Schlürfchen machen. Platz, mich endlich, ich verstreff's. Ich muss angreifen, mein Schatz. Jetzt, nimm ihn dir. Ich weiß doch gar nicht, wo ich bauen soll. Ja, ich such dir einen schönen Platz. Alter, warum kletter ich hier wie eine Mickey Mouse? Ich entferne mich von dieser Meta-Anzahl. Warum? Was ist denn das über mir? Ist das scheißegal, wo ich hingehe? Ich kann jetzt erstmal gucken gehen, oder? Du kannst ja auch überall gucken gehen. Ich glaube, er ist bei mir unter die Map gefallen. das kann gut sein. Ich glaube auch bei mir. Ich brauche einen Namen für ihn. Oder sie. Miley. Miley? Ja, ich nenne Miley. Nein, Lopez. Auf mich, Herr Junges. Nein, Lopez. Nein, das waren die ersten Creed-Fähigkeiten. Oder Star. Kannst du auch. Auch, mir an den Arsch zu wollen. Nein, nein, es war es. Nein, ich nenne Miley. Ich muss echt aufpassen, dass er ja nicht tot macht. Eingriff einstellen. Einstellen! Ich habe dir gesagt, du sollst aufhören. Ja, dann nimm ihn in den Ball zurück. Naja, ist meine Ablenkung. Das ist so riesig hier. Ich weiß gar nicht, wo lange ich gehen soll. Die Welt ist auch riesig. Wo habt ihr denn gebaut? Seid ihr viel gelaufen? Ja, ja, ja. Ich bin, ich habe viermal oder dreimal gebaut. Fünfmal. Ich habe an ihn geschossen. Man bleibt nicht dran. Muss man immer wieder neu bauen, dann von vorne? Nein, 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 das ist wie es du will. Nein, das ist ganz deine Entscheidung. Aber wir sind oft umgezogen. Und ich habe einmal mein Haus abgefahren. Ja, das habe ich schon mal mitbekommen, dass du dein Haus abgefahren hattest. Das war nicht cool. Ein Haus aus Holz zu haben ist nicht schön. Ah, fuck. Gotcha, gotcha, gotcha. Entschuldigung. Ich habe ihn. Jetzt hänge ich fest. Ich habe ihn. Gehe optimizing! 1983 Aber nur, weil ich den gefunden habe. Ich weiß gar nicht. isch Schroi slö Mein Herz blutet jetzt Ich dachte, ich dachte, wir mögen uns. Am besten braucht man noch ganz viel Platz, oder nicht? Und dann am besten mit Dirty Dancing, ja. Oh mein Gott, ich hab... Ja, du brauchst viel Platz. Such dir eine gerade Stelle, damit du die ganze Stelle nutzen kannst. Ich hab jetzt ein paar Falle genommen, das ist echt schön groß hier. Oh, ich hab ihn. Ich bin kotzen vor Freude. Die Werkbank, ne? Ja. Wo muss ich die... Du kannst sie überall bauen. Und das ist scheißegal, wo auch wenn ich dann meine Base anfange zu bauen? Du kannst sie überall bauen, auch wenn du die Base nicht direkt dahin baust. Okay. Du ersäufst! Du kannst sie auch immer wieder neu bauen. Dann weiß ich darüber Bescheid. Dann kann sie sie mir auf jeden Fall da sein. Ich werde sie so hardcore saufen. So, was muss ich jetzt machen? Falten für bauen. Dann komm ich da nicht durch. Komme ich hier hoch? Die geht nicht mehr hoch. Wer? Ich komme hier nicht mehr hoch. Ähm. Nimm den Flugvogel. Da wollte ich gerade machen. Aber ich glaube, ich kribb hier bis dahin. Aber wenn du keine... Und wenn du keine Ausdauer mehr hast, dann ist das scheiße. Dann wirst du sterben. Ich komme... Oh mein Gott! Öffne Menü. Den Technologie... Das war... Das war... Leck mich fett, Mann. Paul-Spiel-Frei. Hm? Die Musik hätte besser... Wie mache ich das, Daniel? Was musst du machen? Äh... Der hat jetzt gesagt, öffne im Menü den Technologie-Bildschirm und schalte Paul-Spiel-Frei. Genau, dann gehst du ins Menü und gehst bei dem Technologie-Fach. Das ist der dritte von links. Aber wo ist denn das Menü? Äh... Start drücken. Also die gestrichelten Linien in der Mitte. Die gestrichelten Linien in der Mitte. Von deinem Controller. Nee, ich bin Monster Satur. Ah! Ähm... Escape. Escape. Drittes... Äh... Dritter Bereich. Technologien. Ja. Und was sollte ich nochmal freu... 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 Speer. Hast du mir gesagt? Du hast mir gesagt Speer. Oder... Nee, kann nicht sein. Speer... Speer ist viel weiter hinten. Ja. Hier öffne im Menü den Technologie-Bildschirm und schalte. Pol... Speer... Freu... Speere... Freu... Speere... Ja, Speere... Ja, ich kann nicht mehr so gut sprechen heute irgendwie. Speere... Das ist... Äh... Das ist der Ball. Der blaue Ball. Das ist der Pokeball. Aha... Aha... Ja, bei mir wollen sie ja jetzt spielen, dass ich, ähm... Trinken muss jedes Mal, wenn ich Pokeball soll. Ich trinke einen Saft, Leute, aber keinen Alkohol. Wo soll ich denn die Sachen herkriegen? Äh... Über die Werkbank. Danke, dass du da warst. Danke, dass du wahrscheinlich wieder am Raid gefeinigt warst. Ich wünsche dir eine super gute Nacht und hoffentlich sehen wir uns wieder, Anna. Tschüss! Bis denn, Antenne! Mir wird schlecht. Der war ekelhaft. Tschau, Kakao! Weil, wenn ich das herstellen möchte... So, und jetzt bewege ich meinen Poppes noch in meine Base und dann gehe ich, ähm... In der... Auch ins Bettchen, weil ich muss in fünf Stunden aufstellen. Vielleicht. Vielleicht. Beppo, du hast es genau richtig gesagt gerade. Ich bin mir noch nicht sicher. Aber bei mir ist das rot. Das kann ich noch nicht herstellen. Ich brauche noch... Poldium, Bruchstück und Stein. Ah, Poldium. Äh... Echt? Jemand anders hat mich vorgeschlagen? Mein Gott, wie krass. Aber cool. Danke. Danke. Wie cool. Ich mag das. Ich mag es sympathisch rüberzukommen. Gut, ich muss noch ein paar Bälle herstellen. Das ist halt schon ein Problem. Kann ich die Waffe eigentlich ins Ding herstellen? Du auch. Danke, dass du da warst, John, ne? Wie gesagt, du bist immer herzlich eingeladen, bei uns zu sein. Ich habe den Waffentisch noch nicht montiert, das stimmt. Wo kriege ich denn diese kleinen Stückchen her? Äh, die, ähm, Poldium. Zunächst mal schlaft gut, Leute, ne? Äh, die findest du auf den blauen Steinen. Das sind die blauen Steine. Oh, ja. Was kann er denn jetzt machen? Wo ist denn die Waffen-Werkbank? Bin ich jetzt dumm? In meinem Abschnitt gar nichts machen, Herr Bohr. Hey, hier ist das, da ist das Fließband. Ja gut, ich habe ja kein Zement mehr. Oh, ich habe alles verloren, das hat mich... Nimm den hier mit. Ich glaube, du kannst da einen Sattel... Wen? Für die Feng Lopo. Ja, Feng Lopo kannst du Satteln. Ich würde so gerne auf diesem Ding reiten. Nein, habe ich jetzt nicht gesagt im Stream. Ich habe nichts gesagt, Leute. Alter, eine Deckenlampe, wie cool ist das denn? In Schneemann. Ich baue mir in Schneemann. Do you want to build a snowman? So, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Oh, das ist gut, das ist gut. Paketenwerfer. Oh, man filmst sich vorbei? Fünfzig habe ich kein Leben mehr, oder was? Okay, also ich arbeite auf diesem Sattel hinaus. Hier, ha! Das mir fehlen noch ein paar Punkte. So, das nächste, was ich baue... Ne, das heißt, die Waffe kann ich nicht hierüber bauen. Oh, ich muss hier über das Fließband bauen. Oh je. Zeig mir welche. Auch die Steinargs sind das alles. Oh, dann muss ich Zement herstellen. Wo kann ich Zement herstellen? Ist das hier? Ja, natürlich kann ich hier... Ich habe eine Frage. Sag mir. Ja, frag du. Äh, wie kriege ich denn diese... Oh, Sack. ...Wollspiel zu mir, dass ich die, äh, dass ich die werfen kann? Ah, werfen... Äh, ja gut, du spielst über die Tastatur. Ich spiele mit Controller. Äh, dann Cookie-Menü, drücke Escape. Oh, ich bin so dumm. Äh, ja. Du gehst bei Optionen. Oh mein Gott. Du bist so hübsch. Option, ja. Steuerung, und dann hast du da genau stehen, was... ...was ist. Oh Gott, herrje. Aber wieso spielst du mit Maus und Tastatur? Weil ich auch PC spiele. Ja, du kannst... Wie hast du gesagt, du bist Miley, ne? Du kannst das Ding mit Controller zocken. Okay, dann hast du jetzt Miley. Es ist ein Typ. Miley. Dann nimm doch Star. Okay, dann nennen wir Star. Warte, ich ändere um. Patrick Star. Der ist ja heute auf meinen Socken. Johnny, ich habe meine Socken an, meine Spongebots. Ich habe sopfen. Da. Alter, du hast Feuer am Rücken. Was gehst du, wenn du dich ins Wasser sitzen? Und wie fängt man die Pauls? Äh, schwächend. Am besten mit einem Knüppel verdreschen. Äh, aber nicht umbringen. Und dann, äh, Ball drauf. Warte, aber ich zieh die Socke aus, weil... Okay. Kommt der Fußfetisch. Warte, also guck Patrick Star. Ich muss sagen, die verräumen hier zwar sauber, also... Da kann man echt nichts meckern. Und hier steht auch Patrick Star drauf. Ja, so, so. Wartet. Ich habe verdammt kleine Füßchen. Hier, guck. Patrick Star! Und hier ist er drauf. Plötzlich 100 Zuschauer mehr. Stell dir das mal vor, Evie. Das war ja schicklich. Nur weil ich meine Socke ausgezogen habe. Was? Was für eine Produktion führe ich hier bitte? Ich habe 800 Bären. Äh, Knochen... Ne, ist mega geil. Und ich habe die von Spongebob auch noch und von Thaddeus. Ich finde die absolut cool. Also hier haben wir Star. Ein paar Bären. Boah, hör auf. Du siehst nicht gut aus. Du hast einen Knochenbruch. Hör auf. Was heilt Knochenbrüche? Äh, die fette Spritze. Ja. Ich glaube. Ich gehe gucken, ob ich noch was habe für ihn. Also ich muss ihn noch heilen. Ich kann nicht gut schlafen, wenn ich weiß, dass er jetzt einen Knochenbruch hat. Vielleicht habe ich irgendwo... Ah, ne, hier. Ich habe was gegen Knochenbruch. Boah, ich könnte... Ich könnte dem Offen das Sturmgewehr geben. Oder Lim... Äh, Liftmunk. Er macht mega fetten Damage. Weißt du das? Er... Ernsthaft? Ja, ich habe das... Der macht ultra fetten Damage, wenn er trifft. Ich glaube, ich baue das Teil mal. Wie, da steht doch... Ah, ne, er ist der Schöp. Nehme ich mal Liftmunk in mein Team auf. Ja, er ist der Schöp. Da stand doch gerade, er hat einen Knochenbruch. Also ist er plötzlich wieder gesund. Was bist du denn für einer? Wo ist denn hier eine Probe? Wenn er zählt, er hat Jessi's Girl. Ich zählt, er hat Jessi's Girl. Suche eine flache Stelle. You wanna find a woman like that. Okay. Ich habe mein Ziel für heute erreicht. Ich gehe mal rein rauchen. Und dann? So, jetzt hast du mir die Socke gezeigt. Jetzt schlafe ich besonders gut. Mach's gut, Elf. Bis zum nächsten Mal. Johnny, wir schreiben noch. Nein, ne? Wie kann ich denn was essen? Braucht bestimmt irgendwie gleich so ein Lagerfeier oder so. Kann man darüber kochen? Ähm, hast du schon Bären gesammelt? Ja. Ähm, gute Nacht zusammengefahren. Danke, dass du da warst, ne? Viel Spaß. Ähm, schlaf gut. Ne. Also, ähm, du gehst auf dein Inventar. Und dann gehst du auf die Bären und da steht benutzen. Warte. Ich muss erstmal herausfinden, wo mein Inventar ist. Oh. Wo mein Inventar ist. Hilfe. Und ich suche mir jemanden, den ich eventual raiden könnte. Wie ist das da drin? Rot? Achso. Wo? Ich, äh, Digga, warte mal kurz. Ich muss erstmal herausfinden, welcher Buchstabe jetzt für mein Inventar ist. Wisst ihr was? Ich geb euch einfach zu Beppo rüber. Ich warte nur... Da. An alle, die da waren und da sind, ich küss euer Herz. Ich küss... Ich küss euch. Ich feier euch. Ich liebe euch. Geilste Community überhaupt. 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 Hä? Aber ich kann nur Werte erhöhen machen. Ich warte nur, bis Beppo zurückkommt. Ich bin, ich bin, äh, ich bin überfordert Hilfe. Bist du in der Inventar? Kann ich das jetzt essen? Ja. Dann gehst du drauf, auf die Bären. Ja. Und da müsste da Benutzen stehen, über den Bären. Rote Bären. Und darüber steht Benutzen. Ah. Und dann machst du, drückst du, bis dein grüner Balken voll ist. Ja, jetzt hab ich's gecheckt. Danke. Nächste. Vielleicht kannst du kochen. Dann hält es länger. Weil du siehst ja, bei den Bären läuft ne Zeit ab. Mhm. So lange sind sie nur gut. Was steht jetzt hier? Greife auf deine Paul-Box zu und rufe dein Paul ins Lager. Also dann gehst du hier. Du gehst zu deiner Box. Ich weiß nicht, ob du meinen Stream siehst. Ja, ja. Ich bin da gerade drin. Hier. Du gehst da hin. Ich bin da mit Verzögerung. Und da steht ja Paul-Box-Management. Mhm. Gehst du drauf. Ja. Und dann unten steht ja Pauls im Lager. Das sind meine hier. Ja, meine ist draußen. Und dann ziehst du einen Paul von hier oben runter. Ah. Und dann läuft er in deinem Lager hin und her und baut Sachen ab oder so. Wenn du ein Level aufsteigst, öffne mit Tab dein Inventar und versuche den Status zu verbessern. Also dann gehst du nochmal zur Box und dann gehst du auf Lagerverbesserung. Das steht unter Paul-Box. Und dann gehst du unten auf Lagerverbesserung. Drückst du einfach drauf. Warte mal. Bei Inventar, ne? Ne. Du gehst zu deiner Paul-Box. Dem Bildschirm. Achso, ja. Da steht ja Paul-Box-Management und darunter steht Lagerverbesserung. Genau. Du drückst auf Lagerverbesserung? Ich muss erstmal noch eine Holztruhe bauen. Ah, dann musst du zuerst ein Holztruhe bauen. Dann musst du in dein Bauinventar. Ja, bei mir ist das hier unten. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist. Was bedeutet denn Bauinventar? Das hier. Hier hast du alles, was du bauen kannst. Achso, da habe ich das auf B. Dann gehst du hier bei Aufbewahrung auf die Holztruhe. Das Witzige ist, ich habe noch gar keine. Ich habe nur eine primäre Werkbank. Muss ich das erst noch freischalten? Ja, da muss ich erst freischalten. Ja. Hast du die schon gebaut? Was? Die primäre Werkbank. Ne, noch gar nicht. Kannst du die bauen? Achso, die Werkbank. Achso, die Werkbank. Oh mein Gott, bin ich lost. Ja, die habe ich schon. Sorry. Ich war ein bisschen sehr lost. Da musst du, ähm, wann schaltet man die frei? Die Holztruhe. Ich habe sie jetzt freigeschaltet. Ich brauche nur Holz. Da musst du, hast du eine Hacke gemacht? Eine Hacke? Das hier? Hast du die schon freigeschaltet? Nee. Warte. Mein Cheat. Ah! Macht dir ein bisschen Ärger. Warte. Ich habe ja jetzt, äh, die Steinachs, ganz oben. Das zweite. Oh Gott. Primitive Werkbank, Steinachs. Warte, ich kann jetzt erstmal gerade eine Holztruhe gleich machen. 15. Steinachs. Kann ich mir diese Kack-Werkbank nicht auch hier mit hinbauen? Ich habe jetzt keinen Bock mehr, nachher zu laufen. Kann ich die Werkbank wieder kaputt machen? Kann sie kaputt machen, ja. Du gehst wieder dein Baumodus und dann unten steht Ruckbaumodus. Ah. Aha. Aber, du kannst nie was, ähm, umschieben. Du musst es echt kaputt machen, das ist scheiße. Das ist wirklich scheiße. Ja. Das ist mega ekelhaft. So, warum kann ich die Werkbank, kann im Bereich nicht gebaut werden? Aha. Ich warte echt nur auf Beppo und dann werdet ihr rübergeraded zu Beppo. Weil ich muss echt schlafen, Leute. Ich fahre hier gleich vom Stuhl. So. Wie lange, wie lange ist das schon wieder rauchen? Gute Frage, nächste Frage. Ich gebe euch zu Bepps rüber. Wenn der Bruder mal wiederkommt. Wäre mal hübsch, wenn er wiederkommen würde. Beppo, Beppo, Beppo. Die Zeit läuft, Beppo. Auf jeden Fall danke alle, dass ihr da wart. Ihr seid so tolle Menschen, super Community. Ich liebe euch von ganzem Herzen. Bis wieder zurück. Ich versuche morgen nicht zu heulen. Und jetzt gebe ich euch weiter zu Beppo. Was? Viel Spaß. Was? Moin Leute. Wie geht's? Ich bin auch am Stüssen. Die Moin ist auch noch immer da. Mich auch, Dulli. Wie? Du bist noch nicht schlafen gegangen. Naja, mich geht jetzt nicht. So. Was mich richtig nervt, ist, dass ich all mein Loot verloren habe und muss jetzt diese Eisdrüsen wieder suchen. Ich kann meine Rüstung so lange nicht flicken. Ich bin die für den Moment. Nö. Salah. So. Ich glaube sowieso, Beppo, dass ich ohne Witz morgen zu Hause bleibe, weil ich merke, mir geht's echt bespissen. Ernst? Jetzt schon? Ja, ich merke's. Mir wird immer schlechter und Migräne und ich werde jetzt kotzen gehen wahrscheinlich. Migräne. Hallo. Ich hab das auch. Auf jeden Fall, deswegen viel Spaß noch, Leute, weil ich muss jetzt die Palette laufen. Und dann hören wir uns nachher. Ja, safe. Ja, bis in ein paar Stunden dann. Bis dann. Ich bin morgen sowieso mehr zu Hause, weil ich morgen keinen Termin habe. Passt. Okay, dann bis nachher, Leute. Ciao, ciao. Tschüss, tschüss. Du bist auch noch morgen zu Hause, Moni, oder? Ja, ich weiß noch nicht, wie lange er mich heute krank schreckt. Vielleicht nochmal eine Woche. Ja, ich muss mit meinem Arzt noch schauen, weil ich muss ein IRM machen. Und der muss mir dann noch... Und der muss mir dann noch... Ähm... Ist mir noch... Ähm... Die... Ah... Wie nennt man das nochmal auf Deutsch? Äh... Er muss es mir aufschreiben. Wolle kriegst du von Schafen. Schafen kannst du verprügeln oder sie fangen und sie in deiner Base, äh, in die Zucht geben. Also zum Formen. Ja, eben waren hier noch 10.000 Schafen. Wo sind die ganzen Schafe hin? Da hinten sind Hühner. So, ich werde jetzt mal nach den Dings suchen. Wen habe ich schon noch im Team? Das ist nur noch ein Schafen. Stimmt, den Affen würde ich aufleveln. Viel, dass ich das Ding kann... Ähm... Das Ding machen kann. Ah, ich hab's fertig, gell. Es tut mir leid, Schäfchen. Oh mein Gott. Das tut weh. Obwohl, ich wollte auch nochmal den Dings, den Axel nochmal fangen. Ich glaube, ich versuche den Axel nochmal zu fangen. Dafür brauche ich... Äh... Wo habe ich den jetzt? Wo ist denn jetzt meine Schlange? Warum? Ah, da. Mieses Bett. Den nehme ich mit. Du bleibst hier. Äh... Wieso kann ich das Bett... Achso, muss ich dafür erstmal eine Ebene haben? Ähm... Ja, genau. Fürs Bett brauchst du eine Ebene, vier Wände und, äh, eine Decke. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich schaff das schon. Ich schaff das schon. Ich schaff das ganz alleine. So, noch einmal ausschlafen. Und dann versuchen wir nochmal Axel zu fangen. Okay. 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 So, äh... Vier Wände, sagtest du, ne? Genau. Vier Wände, also am besten fallen noch eine Tür rein, weil sonst hast du Probleme für rein. Beziehungsweise raus. Ich fange erstmal ganz kleiner, ne? So, wo ist der Vulkan? Ja, chillt mal. Oh, nicht genügend Material. Perfekt. Dann musst du noch Material holen. Mhm. Oh Gott, ich habe einen Baum zerstört. Das geht auch. Ja. So. Nein, bitte kill mich nicht. Ja, die schießen auf Axel. Das ist gut. Ja, der läuft in die Ecke. So. Bleib drin. Wunderbar. Und jetzt dürfte er mich umbringen. Und wieder Holz kaufen. Ja, ne, ist klar. Ne, ne, komm du zurück. Und man läuft langsamer, wenn man vollgepackt ist, oder? Ja. Das ist jetzt ferns. Mensch, tötet ihr mich denn. Gut gearbeitet. So, damit hatten wir Axel auch in der Box nochmal. Weil den will ich... Ich glaube, ich ersetze... Er kann pflanzen. So, wenn du ein Level A gesteigst... Aber sie kann auch pflanzen. Holzabbau. Ja gut, die anderen machen das auch. Also, dann mache ich Axel drin. Ich glaube, ich fange ihn mir noch einmal. Dann habe ich nämlich genug... Für... Wollen wir hier nochmal die Bälle herstellen? Hier. Beginnen. So, dann wollen wir mal das Schaf hier anzuhören. Level 2, Level 3... Dann nehmen wir den noch. Hey, wieso habe ich jetzt gerade keine Bälle? Ich habe doch gerade welche Pro... Oh, habe ich sie nicht eingesammelt? Ja, das kann gut sein. Ja, das kann gut sein. Ja, F erhalten. Ich versuche den Bray nochmal zu fangen. Scheiße, ich bin fast tot. Nein. Wie kann ich die wieder Leben schenken? Ach so, das machen die von ganz allein, ne? Ja. Die drehen sich von selbst? Wow. Solange sie genügend Futter haben, dann ist da kein Problem. Ich gehe zurück zur Basis. So. Ich glaube, ich gucke jetzt lieber, dass meine Rüstung wieder ganz wird. Kann ich meinen Rucksack irgendwann auch vergrößern? Ähm, ne, deinen Rucksack kannst du nicht vergrößern. Aber du kannst dafür mehr Gewicht tragen. Pro Level auf Steg kannst du nämlich Skillpunkte verteilen. Auf Leben, Ausdauer, Angriff, Verteidigung, Arbeitstempo oder Gewicht. So, ich glaube, ich suche mal etwas mehr Poldium. Wenn du meinen Rucksack mit hast, deinen Inventaren versuche, deinen Status zu verbessern. Mein Status zu verbessern? Oh. Das muss man mir jetzt erstmal. Startuspunkte 3. Okay. Okay, okay. Oh, ne? Eine Kiste. Das ist gut. Fange 5 Lamm. Fange 5 Lamm. Weil ein und erhalte Erfahrungspunkt als Homos für den. Okay. Poldex? Ja, du kriegst für alles Erfahrungspunkte. Auch deine Polds, die in deinem Team sind. Ob du Steine abbaust, Items aufhebst oder andere Polds besiegst. Aber ich soll 5 Schafe fangen? Jo. Du sollst auch, um das aufleveln zu beschleunigen, die Polds mindestens alle, die du kannst, 10 Mal fangen. Weil du kriegst bis zu 10 Mal, kriegst du Erfahrungspunkte, wenn du die einfängst. Also eine extra Bonus Erfahrung. Okay. Entschuldigung. Erkältet bist du auch noch. Ja. Das hat gestern angefangen. Ich hatte gestern auch Fieber 38,5. Hat mich richtig weggekickt, der Kram, ey. Die holzen so viel Stein ab, ey. Das ist Wahnsinn. Ich geh mir den einen Buster holen. Also Steine hab ich bald genug, Leute. Steine hast du später im Überfluss. Das ist heftig. Ich merk das ja jetzt schon. Das ist ja jetzt schon echt. Steine und Holz hast du später im Überfluss. Das, was du nicht im Überfluss hast, ist Metall. So, jetzt müsste ich doch hier nochmal ein paar machen können. So, jetzt müsste ich doch hier nochmal ein paar machen können. So, dann versuchen wir mal den Dungeon hier. Wo finde ich denn hier noch ein paar Schaden? Jo, der übertreibt auch gar nicht, der Aufwand mit dem Sturmgewehr. Ja, das ist ja gar nicht mal so leicht, Mann. Töne. Ey, lass mich in Ruhe. Töne Flammenball wieder. Dann wollen wir doch dich auch noch. Oh, Jun. Scheiße, der hat mein Schild kaputtgemacht. Nein, wieso tötet er die? Nee, du hast mich irgendwo... Sie kommen dir und helfen mir. Das verstehe ich jetzt nicht. Können sie das mal lassen? Nein! Nein! Scheiße, 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 scheiße. Die Geschenke. Come on, Affe. Mach damage. Erster Versuch. Geil, erster Versuch. Gefangen. Ja, einen hab ich ja schon mal, ne? Oh Gott, ey. Wieso töten sie die alle immer hier, ey? Leute, geh doch wieder zurück ins Lager. Hab nicht gesagt, dass ihr mir helfen sollt. Um era ein taxpayers. Ach duvf. Das löst du mal. Ach. gut gearbeitet, sie hat ihn getötet der Schlimm an der Gapsel sagt, dass meine Kräne kackt, die er wirklich wollen Mensch, er bleibt doch drin um Was ist das? Juhu. wenn ich dann hier was kaputt machen ja technisch oder so kriege ich die materialien wieder ja natürlich dazu die spawnen wieder auch ok ja Wie? Der ist hungrig. Ah, stimmt nur. Ich bin so dumm. Feuer gestorben. Oh, Muni. Das ist immer sehr gut. Munitionskisten. Oh, wow. Ja. Vorhin auch die Felsen und sowas, alles wieder neu? Also Steine und so? Ja. Okay, nicht, dass ich jetzt hier alles, mit dem Pauls hier alles abholze und dann habe ich nichts mehr. Nein, 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 da brauchst du keine Angst haben. Ah, keine shit in meine Sachen holen gehen. Oh, nein, das wollte ich gar nicht. Oh, da trifft er mich einfach. Willst du mich verarschen? Nur ein Paul schläft. Warum? Weil er abends ist, oder? Weil er vielleicht müde ist? Da steht auch hungrig, aber ich kann ihn gar nicht füttern. Ich konnte nur das Schaf füttern. Das verstehe ich jetzt nicht. Da steht auch wieder, dieser Paul hat Hunger. Hä, jetzt bin ich komplett verwirrt. Jeder Paul isst was anderes. Das steht auch in seiner Beschreibung, was er mag, was er nicht mag. Hey Jungs, also ganz im Ernst, lasst mich mal ganz in Ruhe mal da spawnen und mal meine Sachen holen. Und wie hast du es geschafft bei dir alles abzufackeln? Es war ein Fehler mit Feuer zu spielen in einer Holzhütte. Ja. 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 Es wird nur ein Erdacht und ein Halbisch. Das war's für heute. Oh, es töte die Menschen. Sehr schön. Oh, es war's für heute. Oh, es war's für heute. Wie viel Level ist, umso mehr Ausrüstungsmöglichkeiten bekommst du, auch für deine Base auszubauen, beziehungsweise deine Pulse besser zu unterstützen oder auch deinen Rüstungswert zu erhöhen. Gut, da ist es wichtig, am Anfang wirklich einen Wall rundherum zu bauen, dann kommen die auch nicht mehr rein. Ein was rundherum? Äh, ne Mauer. So, haben wir noch etwas jetzt? Du findest in der Welt solche grün leuchtenden Kugeln. Die sollst du unbedingt sammeln, weil das sind, äh, so wie Seelen, die kannst du danach einer Statue opfern, damit du besser Pulse fangen kannst. Am Tag sieht man sie sehr schwach, aber in der Nacht findet man sie richtig einfach, weil die richtig grell leuchten. Wollt sie kein Bett haben, bekommen schlechte Laune. Ja, da musst du ein Strohbett bauen. Ich hab ein Strohbett gebaut und ein, da wo ich schlafen kann. Achso, Strohbetten sind nur für die Tiere? Ja. Das hätte ich ja mal vorher wissen müssen. Ja. 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 Oh, hier ist wieder eine Schatztruhe. Da rutscht es. Das sieht mir nach einem Ei aus. Schade, dass man den nicht noch mal verstellen kann. Was? Die Box, die ich anfangs platziert habe. Das ist ein Problem, wo ich denke, das werden sich später noch ändern, weil es ist sehr nervig. Eine Sache, die du platziert hast, kannst du nicht mehr umdeplatzieren. Du musst es zerstören. Du verlierst natürlich nie die Ressourcen, die du dafür genutzt hast. Du kannst dann das wieder neu aufbauen, nur am Anfang geht es noch. Die Sachen brauchen halt nicht lange, bis sie wieder montiert sind. Aber wenn du große Boxen baust, die acht Minuten dauert, dann nervt es dich, wenn du die umpositionieren musst. Oh, da kommt schon vorbei. Das ist ein Dumpfvogel. Es gibt doch... Ah, nee, das Essen ist komplett verbraucht. Ein Paul ist krank geworden. Ja, das kann auch passieren. Dann muss ich dann was machen? Äh, Medizin machen, aber gut. Äh, Medizin ist am Anfang sehr schwierig herzustellen. Und dann ist es besser, die Pols auszutauschen. Ich hab bis jetzt immer noch nur einen Paul. Äh, zwei, Entschuldigung. Ich werd mir gleich noch mal besorgen. Ja, am Anfang wär's gut, sehr viele Pols zu fangen. Auch die doppelt sind. Ja, das ist ja nicht. Okay. Okay. Komm, bleib drin. Die Scherbe schneiden sich in der Summe. Gut, du hast ihn getötet. Du bist Vieh. Ja. Oh scheiße. Ich bin gestorben. Das ist schlecht, weil dann musst du wieder da hinlaufen, um deinen Loot zu finden. Ich komme wieder hier. Nein, du hast den Summe gebracht. Meine Fischer sind viel zu stark. Ja. Ja. Come on, bleib drin, 69... äh, 59. Okay. 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 So what I can do. Okay. 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 Alright. Okay. trotzig höchst ich bei 95 prozent noch mal rauszukommen kann ich auch diese stein stein axt irgendwie reparieren das steht waffenbruch ja du kannst die repressionsstelle bauen die die Ja! Sooo... Hab ich das Ei mitgenommen? Ne, das Ei hab ich nicht mitgenommen. Ja, ich hab ihn nicht mitgenommen. Ja, ich hab ihn nicht. Genau. Jetzt bin ich am überlegen, zieh ich jetzt durch? Oder nicht? Das ist ja halt noch viel zu lange, bis ich aufstehen muss wieder, ne? Und dein Stream ist aus. Wie? Oh, ist mein Stream aus drüber? Oder ist es bei mir einfach nur ein Netzwerkfehler? Achso, ne, ist bei mir nur alles gut. Sorry, ich wollte keine Angst machen. Ähm, hä? Was ist denn jetzt kaputt? Ist es bei dir oder bei mir? Äh, bei mir. Echt? Twitch hat mich rausgeworfen. Wie gut, dass ich zwei Blutschirme habe und das jetzt sehen kann, wa? Ja, so schmeiß mich Twitch raus. Was läuft denn jetzt? Sie müssen sich wieder neu bei Twitch anmelden. Ja, du kannst mich doch nicht mitten in den Stream rauswerfeln. Ah, jetzt geht's wieder. Ah, jetzt geht's wieder. Meine Leute. Ich kann seine Prawlbox verbessern. Oh. Sorry Leute, da draußen. Twitch hat geglaubt, sie müsse mich rausschmeißen und dass ich mich wieder mit meinem Passwort anmelde. Das ist ja noch alles im grünen Bereich, ne? Ich kann das ab jetzt nicht mit meinem Passworten schneiden. Ich kann das mal auf. Ich kann das ab, wenn's intelligence ausmachen. Ich kann das nicht mit meinem Passworten schneiden. Das ist ja noch ganz schön. Das ist ja noch sehr, was ich zu Hause, Herr Professor. Hier ist es ja noch, ich bin raus. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Jetzt hab ich das gleiche Problem wie sie damals. Aha doch noch. Das war's für heute. So, das hat funktioniert. Aber ich hab mir natürlich doch eine relativ beschissene Base rausgesucht, oder? Ja. Das ist einfach gut, weil du wirst sowieso noch einmal umziehen. Also, du musst nicht direkt auf die Hauptsteuer kommen, weil da musst du durch schwieriges Gebiet fliegen. Ja, besser gesagt durchschlaufen. Das war's für heute. 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 Ich glaub, ein Huhn in der Base zu haben ist nicht schlimm, oder? Ein Huhn in der Base ist sehr gut, weil die produzieren Eier. Oh, das wurde grad vor meinen Augen getötet, das ist echt ungünstig. Aber Hühner findest du auch sehr viele. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich hab's in den Traum. Ah, Bärensamen. Jetzt kann ich's verstehen. Oh mein Gott. So, das ist gut. Ich hab's auf in den Tag. Okay. So, ich hab's in den Tag. Ich hab's in den Tag. Und ich hab's in das Tag. Okay. Ich muss den Pyrektrum kurz töten. Ich muss den Pyrektrum kurz töten. Ich muss den Pyrektrum kurz töten. Ja, wir schlafen halt, ne? Sorry, hier ist Paul im Bett. Ich brauche gerade auch ein Bett. So, das muss ich jetzt hier auch wieder machen. So, ich muss den Pyrektrum kurz töten. 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 Hmm. Hmmmm So 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 Vielen Dank. Nein, ich weiß nicht, hier ist mein Vogel. Na, Spiel speichert von alleine? Ja. Oh, das ist ja praktisch. Oh, ich glaube, ich muss nur durch das Fenster hier im Zimmer zumachen. Es wird ja schkalt hier drin. Hm. Oh. 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 Oh, ich glaube, ich weiß nicht. Okay. Ja! Mach ich mir eine Pilzsuppe hier. Ich habe wieder ein Netzwerkfehler aufgetreten. Bitte versuche es erneut. Oh ne, was läuft denn mit meinen... Okay, jetzt läuft das Fehler. Ab in den Süd. ombloh Das war's für heute. Wir brauchen noch 100 Spiegeleier. 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 Das ist sehr gut. Das Spiegeleier noch in die Tasche. Quatsch. Bin ich bescheuert? Geh in die Tasche. Die nehme ich nicht mit. Ich muss mich raten, damit Wasser hier gegossen wird, brauche ich ein Wasser-Pokémon. Richtig. Warum sag ich eigentlich Pokémon? Das ist Reflex. Hm. Danach brauche ich wieder Nägel. Das ist ein Wasser-Pokémon. Das ist ein Wasser-Pokémon. Das ist ein Wasser-Pokémon. Das ist ein Wasser-Pokémon. Okay. Ich brauche unbedingt diese Eisdrüsen. Ich glaube, mein Fieber kommt wieder. Das ist mein Vogel. Das ist mein Vogel. Das ist mein Vogel. Das ist mein Vogel. Oh, schon wieder neu. 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 Uni verlassen, das ist gut. Ich hab da gerade was Falsches gebaut, was ich nicht wollte, ich hab's repariert, anders gemacht. Obwohl ich das eigentlich gar nicht mal so schlecht diesem Platz hier, ich glaub ich bleib hier sogar. Wenn er dir gefällt. Na ja, danach kriegst du Gerätschaften, die nehmen sehr viel Platz an. Dann werde ich hier nicht auf Dauer bleiben können. Und du musst bedenke, deine Base wird auch angegriffen. Ah, das stimmt. Gut. 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 aber wenigstens denke ich meine kleinen Tierchen das der Schöne ist ich muss einfach nicht speichern das ist super toll ich habe auf einmal so viele Spiele auf meinem PC, das bin ich gar nicht gewohnt bleibt drin was läuft hier weg Eingabe Möglichkeit automatisch hier ist meine eigene Schuld hätte ich zu leben können hier ist meine eigene Schuld hätte ich zu leben können also Pippo ich glaube ich verlasse dich jetzt auch okay dann sehen wir uns oder hören wir uns noch hier ne jo alles klar und danke dir nochmal gerne tschüss so fände ich keine Penguine was holt so rum scheiße ja 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 Das war's für heute. Okay. Okay. Hmm. 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 Das war's für heute. Ja, das ist gut. Ah! So, wie kommt ihr denn hier vorbei? 40 Cement ist fertig, ein paar Nägel sind auch schon fertig, sehr schön. 100 Metall fehlt mir nur noch, dann kann ich das Ding bedienen. Aber ich muss dann noch... Also, ich denke, die Fließbänder werden wir... Wir werden sowieso die Batterie hier wegnehmen. Wir werden unsere Basis noch etwas nach vorne bauen. Was für eine Axt hat der bitte? Falsch. Dann kann ich das da rein... ... 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 noch jede Menge an dieser Map zu entdecken. Wenn wir den Teil komplett fertig kriegen, wäre ich schon froh. So, den Teil hier. Das ist eine sehr große Fläche. Müsste drin sein. Ich habe noch acht Punkte Technologie. Ich werde die mir aber etwas aufbewahren. Regnen ist nicht wichtig und Tor ist auch nicht wichtig. Das ist nicht wichtig. Pauls Fähren, Fließband 2. Es sind noch 13 Leveln. So, dann denke ich, das reicht für heute. Wir hören uns in ein paar Stunden und wünsche euch eine schöne Nacht.